Was ist denn da los? Schon viel geleistet hat, muss man sagen, in diesem Split, sie sind auf einige Finale gefahren, auch bei der Premier Tour in der Vergangenheit, nur leider sah es in den Finalbegegnungen für sie immer nicht so gut aus, sie sind da häufig ohne einen Sieg rausgegangen, sie haben halt auf Offline-Finalen immer Probleme gehabt und das haben sie auch von sich selbst gesagt, aber diesmal ist das Finale ja online, also vielleicht schaffen sie es ja jetzt, das Ganze zu gewinnen. Wobei die letzte Begegnung in einem Playoff-Format zwischen SK und Atok war auf der Premier Tour praktisch und da hat Atok gewonnen, insofern wird es sehr, sehr spannend werden. Das auf jeden Fall, also wir können uns heute auf ein schönes Best of Five freuen, gespannt sein, wie auch immer und wir werden wahrscheinlich gleich schon direkt loslegen, das ist heute nicht lange dauern, dann gehen wir in die erste Pick und Bun und ich bin einfach mal gespannt, was die Teams jetzt hier heute zu bieten haben, weil sie haben schon oft gegeneinander gespielt, ich glaube 5-5 stehen sie jetzt overall gegeneinander in allen Tournaments irgendwie verteilt, das könnte heute eine sehr knappe Serie werden, mal schauen. Beide Teams sind auch aus Gruppe A, das heißt die Gruppe A war da die stärkere Gruppe auf dem Papier in diesem Split und jetzt muss man sich natürlich battlen, um zu zeigen, wer den ersten Platz in der Scenic verdient hat, verliert, kann auch passieren, wir gehen aber erstmal in die Pick und Bun-Phase und da gucken wir, wer am Anfang so die besseren Aussichten hat, würde ich behaupten, wir haben schon häufig gesehen, wie entscheidend die Pick und Bun-Phase sein kann. Mhm, musst du gerade mal wirklich den Sound gucken, das wird vielleicht noch... Ah, guckst mal ganz kurz so, ah, hm, yum. Schön, jetzt haben wir auch Sounds und was wir auch haben ist ein Heimatdinger-Band, direkt Tarik auch rausgenommen, damit diese Tarik-Sona-Lane, die Atok sehr gerne nochmal gespielt hat, raus. Also wir sehen hier die alten bekannten Bands, auf der anderen Seite von Atok, Lucian raus, gegen Kedui ist auch fein, Irea rausnehmen gegen Jenex und Sakre ebenfalls. Können wir einen Jace-Band vielleicht noch vorstellen, denn Sakre wurde sehr oft für seinen Jace gelobt, muss man sagen, also da gibt es einige Möglichkeiten. Er hat auch immer wieder gezeigt, auch bei der Premier-Tour zum Beispiel, dass er ein wirklich guter Top-Laner ist. Gerade Bruiser oder Champions, die aktiv die Lane gewinnen können, stehen ihm sehr gut und wir haben aktuell ja eh die Möglichkeiten, einige Bruiser zu spielen. Es gibt genügend Champions, die wirklich gut in der Medie sind, die stark genug sind, um hier gepickt zu werden. Man wählt jetzt erstens den Javin, kann auch noch in den Jungle gesetzt werden, Franek haben wir ja schon häufiger gesehen, auch mit aggressiven Picks und Javin ist da ein guter Allrounder, ein guter Standard-Pick eigentlich. Der andere Seite Phones mit ihm Zeit ist für sein Team. Könnte natürlich an Xio gehen, aber wir haben auch da schon die verschiedensten Varianten gesehen. Tatsächlich war er zwischenzeitlich quasi das A-Bit, also man konnte ihn nicht spielen. Und seitdem er wieder verfügbar ist, ist er gerade in den internationalen Ligen wie LCS, LEC häufig gebannt worden, aber weil die Teams sich nicht so wohlfühlen gegen ihn. Jetzt hier dürfen wir ihn heute betrachten und mal schauen, wie der sich so machen wird. Morgana mit dazu könnte potenziell auch noch eine Midlane-Morgana sein, auch die haben wir schon competitive gesehen. Also auch das ist hier noch ein Flex, wobei es wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn ergibt, wenn wir sagen, okay, der Pick geht da an Klai. Hecarim, den habe ich inzwischen auch schon ein paar Mal auf Toplane gesehen, wobei Jungle ja normalerweise eher sein Metier ist oder sein Gebiet ist. Predator steht ihm wunderbar, es gibt einige Anpassungen in letzter Zeit, die ihm natürlich auch nochmal gut stehen. Und der wird hier auf jeden Fall von SK gespielt werden. Also sehr viel Tempo, was sie im wahrsten Sinne des Wortes in ihrer Team-Kombo legen. Da bin ich sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Kalista auch ein Charakter, der halt schon früh aggressiv spielen kann, der früh nach vorne kommen kann. Und eigentlich einer der stärkeren AD-Carries auf der Botlane ist, wenn man halt, neben Duschen, wenn man halt früh nach vorne kommen will. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die SK einfach versucht zur Alterstärke zurückzufinden. So Early-Game-orientiertes Spielen, Snowball-lastiges Spielen hat ihn immer gut gestanden. Und das wird hier wieder der Fall sein, dass sie das probieren. Ja, das auf jeden Fall. Die Sin jetzt noch für Kadir gepickt, auch das ein Early-Game-orientierter Jungler. Der wird natürlich später sehr wichtig, was die Kicks, Insects und Ähnliches angeht. Also der wird dafür da sein, um eben diese Fights zu eröffnen. Als die nächste Bandphase, die auch anläuft, Rakan rausgenommen, während Champs, der mit Kalista zusammen sehr gut funktioniert, weil er eher sehr viel Zeit rausholen kann, um ihm die Speere zu verteilen. Deshalb hier der Band vollkommen richtig. Auf der anderen Seite Sivir, da man will da so ein bisschen diese sichere Borderline verhindern. Denn Morgana und Sivir, da machst du nichts gegen. Zwei Speyschäle, da kommst du nicht durch. Und deshalb hier einfach erstmal ein bisschen was dagegen gemacht worden. Auch der Galio-Bahn hier gegen die Support-Position. Also DOS wird da hart angegangen. Ja, die Galio-Java im Kombus sehr stark. Galio auf der Borderline hat Support inzwischen sehr gerne gesehen. Hätte auch mit Kalista gut funktioniert, weil sie ihn hätte reinwerfen können mit der Ult. Er hätte direkt seinen Thorns hinterher setzen. Und dann hast du eine super CC-Chain. Im Endeffekt hätte ich mir vielleicht noch einen Alistair-Bahn gewünscht, weil der ist auch schon ziemlich strong. Den kann man auf Level 1 aber noch versuchen irgendwie zu abusen. Und ich denke auch mit Morgana ist man gegen den eigentlich recht gut gewappnet. Deswegen wird man den hier durchkommen lassen. Und der letzte Band, ja Tristana. Und vor allen Dingen einen AD-Carry, der eine sehr hohe Reichweite mitbringt. Trotzdem schon die Möglichkeit mitbringt, früh aktiv zu werden, früh zu pushen. Und den halt rauszunehmen. Kaiser wird gewählt, ist ein Solider-Pick. Funktioniert auch mit Morgana zusammen ziemlich gut. Der Black Shield ist für Kaiser halt super angenehm, weil sie später einfach nur frei sein möchte. Und sie hat eine geringe Autotech-Reichweite. Das heißt, sie muss immer nah ran. Mit dem Black Shield braucht man sich da aber nicht zu viel Gedanken machen. Ja. Und Kale, die ist momentan auch ein Champion, der sehr gut eskalieren kann. Zwar nicht im Early-Game, aber das ist jetzt die Absicherung, die sich das Kale holt. Das könnte bedeuten, also es könnte noch eine Midlane-Kale sein, potenziell. Aber das könnte auch sein, ja wobei muss ja. Weil Topside ist ja Hacker, wenn wir dann jarveln. Oder es ist Support-Jarveln, kann natürlich auch noch passieren. Also hier ist noch alles drin und das wird jetzt sehr interessant. Wie gesagt, Kale ab Level 16. Kale bann ich aktuell immer. Weil es einfach keinen Spaß macht, gegen sie zu spielen. Wenn du das Game nicht finischst, bevor sie Level 16 ist und zwei Items hat. Ja. Spaßiger Champion. Es ist Kasadin mit Range. Und noch krassere Möglichkeiten. Natürlich kann er nicht jumpen. Also Kale kann nicht die ganze Zeit jumpen. Aber was Kale kann, ist sich unbesiegbar machen und dich verlangsamt. Ist so ein bisschen Kale, ist so die Exodia der schlimmen League-Jams. Ein bisschen was von Kasadin, ein bisschen was von Yi. So, weiß ich nicht, Unsterblichkeit von Tründermär noch mit rein. Einfach so die schlimmsten Attribute, die du nicht haben willst. Attribitate. Attribitutens. Ja gut, auf der anderen Seite jetzt noch der Jace gepickt. Den habe ich eigentlich eher bei Sucker gesehen. Aber damit schließt man das Ganze ab. Und damit stellt sich das Ganze jetzt wie folgt aus. Javan Jungle, ja gut, war zu erwarten. Hacker im Top. Kale Mitte. Könnte sehr interessant werden. Auf der anderen Seite aber der ist Silas. Und so ein Silas, der die Kale-Ult klaut, die auch mit AP skaliert, könnte lustig werden. Ich frage mich, wie sicher sich hier Jenex fühlt, dass er sagt, er pickt Kale in Silas. Weil mit Silas und Lee Sin kann man schon recht aktiv vorgehen halt. Ja. Früh versuchen, auch die Kale rauszunehmen. Weil sie hat keinen richtigen Dash und hat keine richtige Mobility, um wegzukommen, wenn sie einmal gestunt wird. Dodgen kann, ist natürlich immer möglich, klar. Aber sie hat auch am Anfang keine Reichweite. Das heißt, sie wird wirklich melee traden müssen. Und ich glaube, da fühlt sich Silas am Anfang deutlich wohler. Ja. Aber ja, bin ich gespannt. Generell SK. Ich finde alle Picks cool. Bis auf die Kale. Die passt meiner Meinung nach nicht so wirklich in die Kombo. Wahrscheinlich ist es eine Late-Game-Absicherung. Wozu das führt, wenn wir sehen, denn wir machen wieder ein kleines Päuschen. Also bis gleich. Ich mache das wunderbar. Was ist denn da los? Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 nicht schaffst, früh nach vorne zu kommen und den Champion in seiner schwachen Phase auszunutzen, dann klatschst du dich halt komplett weg. Dann ist sie halt einfach im Late Game einer der bestskalierendsten Champion. Heißt, du hast ein gewisses Risiko, hast aber auch einen super großen Reward. Das Problem an der Sache ist halt wirklich nur, dass es häufig schwer ist, wenn du eine Kombo spielst, die aus Early-Mid-Game ausgelegt ist, auch im Late Game noch was zu machen, wenn du nicht früh nach vorne kommst. Das heißt, wenn du wirklich die Kayle am Anfang ausnutzen willst, ist es halt super schwer, wenn du das nicht schaffst, irgendwie noch useful zu sein. Und ich hab das Gefühl, wenn du auch was Scalendes dagegen pickst, scale sie trotzdem besser. Also ein Kassadin gegen eine Kayle, meiner Meinung nach würde die Kayle die Oberhand haben. Zumindest, wie gesagt, spätestens ab dem Punkt, auf dem sie wieder genau diese Phase immer reicht. Eine Phase, die Cardi hier erreicht, ist die, in der Frannic wirklich super auf die Nerven geht. Also die ganze Zeit aktiv, so musst du dich hinspielen, er muss die ganze Zeit versuchen, den Schaden klein zu halten, macht er hier gut. Das Problem wird halt später, diese Momente zu finden, über den Kick vielleicht, oder die Möglichkeiten zu finden, dafür sein Team im Fight nochmal großen Nutzen zu tragen. Entweder indem er die Backline beschäftigt, das geht auch als Lissin, oder eben indem er die Backline nach vorne befördert, das wäre der optimale Fall. Wir nehmen die Backline und schieben sie ins eigene Team. Das wäre optimal. Das ist der Plan. Sache ist, theoretisch, das ist super schwer, aber ich glaube, Doss könnte theoretisch seinen gekickten Carry in der Luft auffressen und abfangen. Ja. Das wäre halt super bitter. Oder du QSS einfachst, wenn der Lissin nicht kickt. Gut, der Kick geht trotzdem durch, du kannst aber in der Zeit flashen, wenn du flash hast. Das heißt, sonst bringt der QSS ja nichts. Ja, der muss halt sick sein. Und flash war. Das haben wir bei Janin gesehen. Der war halt insane. Der hat den Kick QSS und ist dann zurückgegangen. Wusstest du, dass Janin schon mal World's Hype wieder alle gespielt hat? Wusstest du, dass Janin bei Ad-Hoc Gaming spielt? Wusstest du, dass ich den beim Boost-Camp getroffen habe? Und wusstest du, dass hier oben Bounce Probleme bekommt? Denn der ist low und der ist down. Das Q revanchiert sich ein bisschen für den Q, den sie vorher abgegeben haben. Und der Hackerim kommt langsam ins Rollen. Ja, genau so sollte es aussehen. Du hast mit Hackerim und Jarvin halt eine gute Möglichkeit, einen Immobilien Jace auszunutzen. Das hat man hier auch gemacht. Jace kann zwar eigentlich mit seinem E, also mit diesem Rückschlag vom Hammer, die Gegner nochmal auf Abstand halten und auch den Jarvin so ein klein wenig kontern. Aber eben nur einen von beiden. Und wenn der erste CC einmal sitzt, da hat man gerade einfach Jarvin nicht respektiert beziehungsweise nicht gesehen, dann wird es halt für den Jace schwer. Phones hat auf jeden Fall gerade das Nachsehen gehabt. Und einen Jace am Anfang zu unterdrücken ist extrem gut, weil er dadurch nicht in den Split-Push kommt. Und wenn er nicht in den Split-Push kommt, nicht ahead kommt, ist es für ihn halt super schwer, seine Rolle im Team irgendwo zu finden später. Er kann nicht wirklich Teamfighten, er kann ja probieren zu poken, aber auch das ist meistens schwer, wenn er nicht vorne liegt, weil sein Schaden später doch abfällt. Und gegen Hecarim im 1 gegen 1 wird es auch nicht leichter, wenn er Kills abgibt. Auf jeden Fall. Was man jetzt abgegeben hat, ist der Drache, der ging an Ad-Hoc. Da hat sich Kaderan gesetzt. Macht sich gut, die nehme ich mal mit. So ein Ocean Duelk im Early Game, sagen wir mal wieder, super angenehm. Gerade deine Lanes können einfach ein bisschen länger bleiben. Ein bisschen mehr Sustain, einfach über die Regeneration. Natürlich immer eine Sache, wie die Folgedrachen denn aussehen. Denn so ein Höllendrache danach zum Beispiel oder eben andere aggressivere Drachen wären dann schon mal besser. Aggressiv ist man auch hier oben. Wobei Sakra sollte da aufpassen. Die Wave von Fawns ist gar nicht mal so klein. Wenn hier ein Damage... ...mit guten Möglichkeiten, die Reichweite auszunutzen. Ja. Wir haben auch hier den Vorteil, den er beim Farm hat, da unten aufgezeigt. 20 Farmen mehr, die er ungefähr hat er spielen können. Einfach dadurch, dass er den Hecarim halt gut unter Druck setzt über die Reichweite. Was wir auch sehen, ist, dass Jace hier kein Clapdomency dabei hat. Sehen wir immer mal wieder, wenn er gegen Midi-Champions spielt. Ja, wenn er die Reichweite wirklich hat. Aber Aerie ist einfach die bessere Variante, um den Hecarim hier noch mehr unter Druck zu setzen. Ja. Schaden auszuüben. Das auf jeden Fall. Ja. Kade jetzt hier unten unterwegs. Also der macht da wirklich gut Druck. Ja, eben in der Mitte und auf der Top ein bisschen ausgeholfen, da haben wir Druck gemacht. Jetzt auf der Bot-Side unterwegs. Also der zeigt sich hier von einer sehr guten Seite. So muss er ja ein bisschen eben auch spielen. Noch Xio hier aggressiv dabei. Jenex kassiert wirklich gut. Man merkt halt immer noch, dass die Bot-Lane und auch die Mid-Lane-Prio haben von Kadir. Ja. Das heißt, Adrog übt da einfach viel mehr Druck aus, ne, pusht härter rein, kann in Zweifelszahlen schneller rotieren und das gibt auch hier Kadir die Möglichkeit, einfach aggressiver vorzugehen. Hat er dadurch vorhin den Drachen bekommen, hat dadurch vorhin beim Blue-Buff auch den Jarven weiter rausdrängen können aus dem eigenen Jungle. Und der Fokus von Escalic halt auf der Top-Lane. Die Frage ist, ob sich das irgendwann rentiert. Kalista will halt eigentlich mit zwei Items schon anfangen, aktiv zu fighten und auch um Objective zu kämpfen, weil du einfach einen sehr guten Execute hast. Aber da ist natürlich noch ein Waldchen hin. Also es wird hier mit dem Blade of the Rune King anfangen. Danach gibt es dann wahrscheinlich wieder Runans. Die Rage-Splatte-Variante gibt es natürlich auch noch, aber die sehen wir nicht ganz so häufig. Auf der anderen Seite, du hast gerade den 2-Item-Power-Spike angesprochen. Den hat Yharnen natürlich auch mit seiner Kai'Sa, denn es gibt wieder dieses Item-Bild über eben Storm-Raisers. Dann als zweites gehst du Richtung Rage-Blade und dann bist du sehr schnell eben bei deinen 2 Evolves. Also du hast dann die Q und die E verbessert. Dadurch müsste er zumindest ansatzweise mit Unterstützung von der Morgana zum Beispiel mithalten können bei der Kalista, die zwar insgesamt stärker sein sollte, aber er sollte nicht komplett unterlegen sein zumindest. Ich weiß nicht, ob Tam Kench hier so an der Stelle der richtige Blick ist. Einfach weil Tam Kench zwar schon die Möglichkeit hat, reingeworfen zu werden, noch ein bisschen zu tanken, die Gegner unter Druck zu setzen, aber es ist halt sehr schwer mit ihm aktive Plays in der Lane zu bringen. Er ist halt ein sehr sicherer Champion, hat dafür aber nicht die Möglichkeiten, Kämpfe zu eröffnen, wie es zum Beispiel einen Alistar gehabt hätte, der halt noch offen gewesen wäre. Der Grund, warum man hier keinen Alistar gepickt hat, ist, weil Morgana dagegen eigentlich ziemlich gut funktioniert. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass man irgendwie versucht, was zu picken, mit dem man noch aggressiver reingehen kann, mit dem man wirklich versuchen kann, Kills zu forcieren, weil das eigentlich in der Kalistar-Kombo sehr, sehr gut steht. Ja. Aber da muss man auch sagen, hat Atok sehr gute Bands gefunden. Das stimmt. Also da hat man sich gut vorbereitet. Die Pick- und Bann-Phase zählt natürlich mindestens genauso zu diesem League of Legends mit dazu, wie das Spiel im Endeffekt an sich. Denn wir sind in einer Zeit, in einer League of Legends-Zeit, in der eben alleine ein paar Tage Bands zum Beispiel einen Unterschied ausmachen können. Unterschiede kommen aber auch durch Gangs. Spanik da nach vorne, zwei Mann Kataklysmus. Man kriegt da die Kaisa immerhin im Endeffekt dazu zu ulten. Binding trifft auch nochmal, man kann es aber nicht zurückfeiten. Teleport kommt aber mit dazu und Cardi ist auch der, der Kick gegen Tam Kent. Den wird man hier auch mitnehmen, aber wenn es ein bisschen dauert. Xio ist da, jetzt kommt auch von der anderen Seite ebenfalls ein Teleport. Das Pony ist wütend und da kriegt Kaye den Kill. Das ist super wichtig, denn je schneller die Kaye an ihre Kaisa kommt, zum Beispiel über einen Double, umso schneller ist sie im Game und das hier hat es Kaye super umgedreht. Stark gemacht, Double-TP an der Stelle von Jenex und Sakre. Auch da wieder später gutes Potenzial zum Split-Pushen. Jetzt in dem Fall einfach schöne Möglichkeit, um nochmal auf die Borderlands zu kommen. Man sieht einfach, beide Teams wollen hier Kaisa wollen hier versuchen, früher nach vorne zu kommen. Und am Anfang ein bisschen unglücklich, dass man da gerade probiert reinzugehen. Kaye hat gerade geultet und wollte aggressiv auf der Bot-Lane anfangen vorzugehen. Und dann kam Jarvan, nicht das beste Timing. Man hat es trotzdem geschafft, erstmal wegzukommen. Wollte es dann selbst mit einem Teleport. Das war eigentlich nicht schlecht. Auch, dass man Tam Kench an der Stelle fokussiert hat, war okay, weil er halt einfach das bestmögliche Ziel war, weil er alleine nicht wegkommt. Und wenn man ihn rausnimmt, kann er niemanden schützen. Top-Lane. Da braucht man jetzt auch Schutz. Den Fones, der ist super low. Das spielt ad hoc, aber gar nicht so schlecht. Fones mit dem Flash am Ende. Akadi kommt auch noch mit dazu. Kommt jetzt, der Snipe ist die Frage, hat der Shotgun das Ready? Nein. Und Akadi muss erstmal aufpassen in der Tam Kench. Im 1 gegen 2. Und jetzt kommt Sakran nochmal. Das Pony. Wow. Man kriegt hier zwei Kits. Das war so gut gespielt. Und Xio kann immerhin nochmal den Revenge-Kill holen über die geklaute Hacker-Rimult. Also du darfst nicht einfach so einen Tam Kench komplett disrespekten. Wenn er drei Stacks drauf hat, schlägt er dich einfach auf, spuckt dich wieder aus. Und das tut halt ordentlich weh. Na, so fünf Sekunden im Wels sind unangenehm. Und die hat man hier einfach wirklich nicht respektiert. Außerdem kann ich noch Stun danach, wenn er seine Zunge nochmal treffen sollte. Das war ein bisschen too much. Also es hätte Arthog auch etwas besser spielen können. Wobei man sagen muss, am Anfang haben sie wirklich lange durch und gegen gehalten. Wenn man da eine Q noch gesetzt hätte, so wie du es gesagt hast, dann hätte man auch den Clear-Rimult-Facker gehabt. Aber das war an der Stelle nicht rangekommen. Man kriegt hier den Drachen, den ersten diesmal gerade für SKR, tradet aber allerdings gegen den Tower. Ja, den ersten Turm auch wohlgemerkt. Also Arthog zumindest da mit dem Gold. Insgesamt soll es aber fein sein. Der Harald natürlich auch nochmal ein kleiner Bonus für Arthog hier. Die Frage ist halt, was machen sie draus? Wir haben schon oft gesehen, dass ein Harald eingesammelt wird. Und im Endeffekt kriegt er zwar einen Charge durch, aber die Türme bleiben noch stehen. Also da muss man erstmal das Optimum rausholen aus diesem Harald. Das werden wir gleich beobachten. In der Zeit der Turmplatten wird das nicht mehr passieren, dass er gespawnt wird. Aber es ist Kay, sie bekommen in der Zeit der Turmplatten noch diesen Botlane-T1-Storm. Das ist ganz gut. Ein bisschen extra Gold da in die Taschen. Jetzt mal schauen, wo die nächsten Movements hinführen. Man könnte auf jeden Fall rotieren, um jetzt die gegnerische Botlane zu matchen. Also Richtung Mitte zu gehen praktisch. Und dann hätten wir die jeweiligen Midlaner wieder auf der Sidelane. Ich denke, Xio fühlt sich da immer noch recht wohl, wenn man den hier nach oben setzt und Kayle als Antwort gegenstellt. Dann wird es ganz, sagen wir mal, ganz gut eigentlich für Xio aussehen, weil er die Möglichkeit hat, halt den fehlenden Tower zu abusen. Die Kayle noch weiter unter Druck zu setzen und die kann sich nicht wirklich zurückziehen. Ja. Mal sehen, wie man da vorgehen wird. Wir haben bei Hackerim auch hier an der Stelle Aftershock, haben wir auch noch nicht erwähnt. Einfach, weil er dann noch mehr Tankiness bekommt. Gerade, wenn er später reingeht. Gute Möglichkeit, um hier nochmal eine Frontline zu bilden, einen Engage zu bilden, weil du willst halt später auch in der Lage sein, einfach nur Fights zu forcieren und zu Teamfighten mit den Champions, die ESK dabei hat. Oh, der Harald spawned jetzt in der Midlane. Man will den Turm haben. Wenn der Charge durchgeht, ist der Turm auch down. Das würde die Karte natürlich gut öffnen für Atok. Ja, den Turm wird man hier bekommen. Keine Chance, das noch zu halten. Harald Charge durch, Turm weg. Und jetzt muss der Frenix sogar noch aufpassen, dass er nicht engaged wird. Das war knapp. Jetzt kommt er gerade so mit der Kombo über die Wand. Aber nächster Turm eben für Atok Gaming hier in dem Fall. Und jetzt muss der Sk mal gucken, wie sie darauf antworten. Wir werden es gleich sehen, was ihr nächster Schritt sein wird. Aktuell gibt es ja keine großen Objectives, um die man spielen könnte. Sowohl der Drache als auch der Harald sind nicht mehr in der Kluft. Man könnte versuchen, die Midlane Tower zu nehmen. Aber da sind Yannin und Clay gerade gut in der Lage, gegenzuhalten. Da sollte man sich keine Sorgen machen müssen. Wir haben wieder auf dem Weg Richtung Toplane gegen Silas. Wird es aber um einige schwerer zu ganken, als eben vorhin gegen Jace. das Heile es immer noch den Dash hat, immer noch die Möglichkeit hat, sich selbst nochmal hochzuzahlen, heilen und sehr viel Zeit rauszuholen. Reneck jetzt hier in der Nähe der Midlane unterwegs. Lauert da, um vielleicht von einem Gage zu gehen. Auch Hackerim da. Wenn die beiden natürlich in der Kombination da irgendwie reingehen können, wenn sie da die Möglichkeit finden, den Flank, dann könnte das super bitter werden für Atok. Okay, immerhin mit Level 11. Jetzt deutlich mehr Optionen für Janex. Und eigentlich hat er gut durchgehalten. Hat er sogar zwei Kills bekommen, keinen Kill abgegeben im 1 gegen 1, auch wenn es zwischendrin immer super knapp aussah. Ja. Werden sich da behaupten können. Und das ist das Wichtigste. Wir sehen auch, wie der Blade of the Run King bei ihm das nächste Item wird Rageblade werden. Das ist einfach ein sehr guter Zwei-Item-Power-Spiked bei Kayle. Und bei ihren Auto-Tags funktioniert es halt einfach super so, wenn du beides hast. Außerdem hast du halt permanent... Du hast ja fünf Auto-Tags pro Sekunde. Das beschreibt Kayle ganz gut. Wir sehen auch hier, Xio muss sich da ein bisschen zurückziehen. Unterm Turm kann die Kayle jetzt natürlich noch nicht hier falten. Ist ja ein bisschen übertrieben. Botlane bekommt sakre Unterstützung von seiner Duo-Lane. Müssen jetzt mal gucken, dass sie wieder zurückrotieren. Denn das macht Atok gerade ziemlich gut, wenn wir auch auf die Bot-Set schauen. Die Vision da ist sehr gut aufgestellt, auch tief im Jungle von SK eben. Da haben sie die Oberhand, dafür ist die Top-Set halt komplett dunkel. Zum Beispiel Xio weiß nicht, wenn dann doch mal jemand hochkommt, wie das gerade der Fall ist. Rennig lauert da. Und man könnte für den Dive gehen, zusammen mit der Kayle. Die hat Xio zwar auch, kriegt sie auch raus, aber man kann das Ganze eben gut counteren. Flash nochmal davon. Yannix, pick noch einen Turret Shot, aber der überlebt das. Und das war ein clean gespielter Dive. Man hat auch gut auf die defensiven Movements da von Xio reagiert, kriegt den Kill, verliert dafür aber den Botlane-Tuch. Trotzdem starke Macht von Xio. Wenn er da etwas mehr Leben gehabt hätte, hätte er den Kill auf Yannix wahrscheinlich hat man es hier einfach geschafft. Zum einen auszunutzen, dass Yannix jetzt inzwischen Range hat. Das macht schon Unterschied, wie wir gesehen haben. Und natürlich auch die Kayle bei Dice ist hier angenehm. Da können wir nicht so viel machen. Botlane, interessanter Bait, der hier wahrscheinlich zum Tod vom Pony führen wird. Keine Chance, da wegzukommen. Kein Tower, unter dem man sich retten kann. Vor allen Dingen wäre man einfach Richtung Gegnerbase gelaufen. Da gibt es sowieso keinen Turm, unter dem du dich retten kannst. Also da war es vorbei für das Pony. Also Sakre hier ein bisschen out of position. Hat glaube ich unterschätzt, dass da noch jemand lauern könnte. Aber das sind so kleine Fehler. Die dürfen zwar eigentlich nicht passieren, aber trotzdem ist man ja noch vollkommen im Soll. Du hast eben schon die Kayle angesprochen. Kein Kayle abgegeben, hat jetzt zwei bekommen, einen noch assistiert. Goal-Technik auch ganz gut dabei. Ich meine, wir können ja mal kurz schauen, wie das da aussieht. 7000 zu 6500. Das ist sogar vorne im Vergleich zu Clio. Da liegt nicht die Toplane, hängt da ein bisschen hinterher. Und auch der ADC hier, in dem Fall Kidui, hat da ein paar Probleme gegen Yannix. Aber der Toplane ist eigentlich ganz okay. Du hast jetzt Trinity Force mit Hacker Rim, das ist schon mal ganz angenehm. Wenn du Trinity Force fertiggestellt hast, gibt es eigentlich nur noch billigere Items. Das ist halt bei den meisten Charakteren so die Trinity Force als erstes Item holen. Du hast halt eine sehr lange Wartezeit, sehr viele Tie-Items am Anfang. Aber wenn du das eine Item erstmal fertig hast, bist du schon ziemlich stark. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man hier etwas mehr Richtung Tank gehen wird. Oder Off-Tank besser gesagt. Einfach um später diese Engage-Möglichkeit zu haben. Wobei One-Shot-Hacker-Rims schon irgendwo witzig sind. Aber im Competitive-Bereich werden wir die wahrscheinlich nicht sehen. Binding hier gut gesetzt. Oh, das ist stark gemacht. Aber die Kay heute ist da, um König ein bisschen Zeit rauszuholen. Da geht auch mit den Kataklismus rein. Und jetzt will man den Fight hier suchen. Und das Pony kommt auch noch mit dazu. Der erste Kill. Und vor allem der dritte hier für Yannix insgesamt. Na klar, jetzt noch Low. Aber bevor der Fallen kann, wird die Kalista erledigt. Ja, der nächste Kehr aber auch nochmal auf der Seite von SK. 2 zu 1 bisher. Spielen das da nicht schlecht. Hier oben muss jetzt für uns auch nochmal aufpassen. Yannix kommt zur Hilfe. Und ein 2 gegen 1 machen die da. Yannix, der hat sich da ein bisschen überschätzt. Und somit wird es ein 2 für 2 Trade im Endeffekt. Ja, Kay jetzt inzwischen nochmal mit einem Assist und einem Kill mehr. Die kommt wirklich gut ins Spiel. Sollte bald ihr Rageblade fertig haben. Wir sehen jetzt schon die Spitzhacke. Nimm mit Lengs. Hier nochmal mit einem kleinen, aber feinen Trade. Tower-Diven. Na, schwierig. Gerade wenn man gefeiert wird. Aber überlebt's. Und durch die Stopwatch wird er da sogar nochmal wegkommen. Die Tower-Agro gibt er ab an die Vasallen. Die retten hier so ein klein wenig. Und dadurch nochmal einen Kill für Adok. Also nicht schlecht. Insgesamt gesehen doch recht ausgeglichen. Man hat zwar Top-Lane nochmal einiges in Druck verloren. Aber Xeo hat nochmal mit Lane demonstrieren können, wie sehr er diesen Champion zu schätzen weiß und wie gut er ihn versteht vor allen Dingen. Ja. Sieht auch so als, als würde Xeo hier mehr oder weniger eine Standardvariante wählen. Na, Forto-Bale als erstes Item sagen wir häufiger mal. Und als zweites gibt es dann Sonjas. Einfach um Rüstung zu kriegen gegen den Hackerim. Und zwar eben halt auch nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Über die Aktive. Und das ist jetzt hier ein sehr sneaky Baron und der wird auch super schnell erledigt. Sie haben zwar keinen Bergdrachen, aber sie haben eben die Vision-Kontrolle hier auf der Top-Side. Wissen, dass sich SK überhaupt nicht in der Nähe befindet. Holen sich den Baron und bringen sich damit jetzt in eine sehr gute Situation, muss man sagen. Denn jetzt können sie gerade mit diesem Baron-Buff vermutlich zwei, wenn nicht sogar drei Türmchen von Skater einreißen. Was bedeuten würde, dass sie vermutlich die T2-Turmreihe bekommen. Und dadurch gehört die Karte dann ihnen. Dann mal schauen, wie sie das ausspielen. Extrem wichtig, dass man den Herold da mitnimmt. Man merkt halt schon über das Gaming weg, Decay wird immer stärker und immer schwerer zu handhaben für Arthog Gaming. Die haben jetzt mit dem Herold, wie du schon gesagt hast, die Möglichkeit, mehr Druck auszüben, mehr zu pushen, mehr zu split pushen vor allen Dingen. Den Jace vielleicht auch nochmal nach vorne zu bekommen. Er hat jetzt zwei Items fertig, fühlt sich eigentlich recht wohl und sollte jetzt auch mit Turm kurz einen Prozess machen. Die Frage ist nur, schafft man es hier praktisch, Vision aufzubauen zwischen Midlane und Botlane, so dass man im Zweifel auch rotieren kann und wirklich den Baron und Überzahl-Situation ausnutzen kann. Wenn du hier jetzt irgendwo getrappt wirst oder es Kahn einen guten Engage findest, was eigentlich machbar ist mit dem Hacker-Rim, dann wird es knifflig. Auf jeden Fall. Aber das, was du gerade angesprochen hast mit der Vision, das versucht Arthog jetzt irgendwie ein Verbundchen zu machen. Der SK weiß das Ganze natürlich, aber auch ein bisschen abzuwenden. Und stellen hier selbst defensiv Bewards, die Konturrat stehen, hat nicht schlecht. Deshalb Kahn von uns gar nicht so weit nach vorne. Wir sehen, der zieht sich super weit und zurück. Jetzt in der Mitte wird zum ersten Mal ein bisschen Druck gemacht eben auf diesen Z2-Turm. Da sind die zu viert unterwegs im Quartett. Wollen da gar nichts riskieren. Bloß niemanden Quart gehen lassen. Und jetzt kann sich langsam vor uns wieder nach vorne bewegen beziehungsweise wir sehen schon, sein Team rotiert und dann vielleicht mit dem Rest des Teams zusammen. Wobei sie sind sich gerade noch nicht so einig anscheinend. Das ist super, super interessant zu beachten, wie geduldig vor uns da unten einfach ist. Er traut sich nicht weiter raus, weil er weiß, sobald da jemand kommt und mich catchen will, war es das. Man sieht jetzt schon, die Vision ist wichtig. Man rotiert runter, versucht die Gegner aufzuhalten, so dass sie Kahn nicht helfen können. Kahn ist inzwischen aber sehr gut in der Lage auf sich selbst aufzupassen. Zwei Atems sind fertig. Sie hat eine Menge Wave-Clear-Potenzial und das Beinengi. Stark und wichtig, aber es gibt's am Kench und der ist halt einfach ein richtig mieser Spielverderber. Ja, Spielverderber könnte jetzt auch der Fight werden für Artok. Okay, da geht man mit dem Kataklysmus rein. Der kickt da nochmal durch und der erste Kick geht an Artok. Der zweite aber direkt auf Seiten von der SK 1 zu 1 Strat bisher und fightet jetzt hier 4 gegen 4, hat noch ein bisschen Zeit für diesen Barren. Kale jetzt Level 14. War eine Clap 2 Kale. Wir haben gerade schon dieses, äh, ja, diese Entwicklungs, wie auch immer, gesehen. Ich glaube, sie hat schon ihre Level 16 Passive jetzt, weil sie eben zweimal ein Elixier bekommen hat, um früher zu leveln. Das ist halt noch krasser bei ihr, ne? Weil du halt wirklich Inspiration mitnimmst. Da musst du ja an den Aufpassen. Kriegt er die geklaute Kale und im Endeffekt mit dem Killer Instinct und dem Flash da raus. Xio jetzt ein bisschen auch physischen Hackerin kommt noch mal mit dazu. DOS wieder nach vorne. Kale mittendrin. Man kriegt auch den Kill auf eben Tam Kent. Aber jetzt kann die Kale langsam austeilen. Oh, wichtig. Wir sehen schon, da haut man drauf. Aber sie ist sofort down und das ist super gut für Artok. Auch Sakri jetzt hier nochmal dran. Der Veganer namen schafft es aber nicht. Double Kill für Xio und damit hat Artok jetzt super viele Möglichkeiten. Wir sehen die Botwave und wir sehen hier den Versuch, da mindestens diesen einen Turm zu pushen. Ja, vor allen Dingen wichtig, dass man hier die Kale bekommen hat. Die Stopwatch hat nochmal gut Zeit rausgeholt. Dass man Tam Kent statt rausnehmen können war auch wichtig, weil er sonst in der Lage natürlich seine Teamkameraden nochmal zu saven, noch mehr Zeit rauszuholen. Das haben wir ganz am Anfang beim Start praktisch gesehen, beim Fight in der Base, wo er es halt nicht nur geschafft hat, seinen Teamkameraden zu fressen, sondern dann auch nochmal durch die Kalista halt gesaved wurde. Und jetzt kriegt man nicht nur einen Tower, sondern man kriegt auch den ersten Inip noch dazu und das ist wirklich wichtig. Dadurch hast du jetzt nochmal eine Lane, die von alleine pusht, vor allen Dingen sogar die Botlane, die praktisch die wichtigste Lane ist, was Inips angeht. Und jetzt hast du praktisch auch Free-Druck. Musst du nur gucken, dass der jetzt noch weg ist. Oh, Frenic nochmal rein, schon der Kataklysmus mit der Kombo hinterher, aber klein mit einer Ult, um eben Frenic wegzusauen. Xio klaut sich auch nochmal den Kataklysmus, kriegt den Kill auf Kay, die wieder down ist. Und Yarno muss das Ganze jetzt kiten, der wird da verfolgt. Kali nicht mehr so viel Leben, Xio kaum Mana. Und jetzt kommt das Pony und das Pony ist schnell. Will man da rein, ist die Frage auf Seiten von das Kay. Wenn man jetzt hier den Fight nochmal abgibt, dann war es das schon mit dem Game. Deshalb muss man da vorsichtig sein, aber das weiß auch Atok. Deshalb geht Fons nach vorn, der hat noch Full Life und volles Mana. Steht jetzt aber in der schwierigen Position. Jetzt ist Pony durch, wunderschön, Aferia auf drei Leute. Kann das so viele Leute beschäftigen. Kann die Leute weghalten. Jetzt nochmal Kalista nach vorne. Man kriegt über den Kill hinten eben auf Sakre. Der hat da nicht mit gerechnet, dass Xio nochmal ankommt. Der kommt sogar raus und Atok hier mit so viel Glück verlieren den zwar im Endeffekt Fons, aber schaut euch die Lebensbalken an bei Kadi hier. Ja, der kriegt sein Schild. Kadi ist so low. Der musste aufpassen. Kann er mal rausbringen. Die überleben das einfach weiter und Xio lauert schon wieder, entscheidet sich aber dagegen und das war ein super langer Fight, der insgesamt, muss man sagen, wirklich gut für Atok lief. Ja, haben sie wirklich gut gemacht. Dann haben sie sich da nochmal zurückgezogen. Im Endeffekt eine Person abgegeben, obwohl vier Gegner kamen, die mehr oder weniger Full Life waren und versucht haben, ihn den Weg abzuschneiden. Auch der Fokus wieder auf Kayle, wieder stark. So die Java 0 zu klauen ist ja eine der besten Optionen, weil Kayle ohne Flash kommt dann nicht mehr weg und dann kannst du es wirklich schaffen, sie halt auch rechtzeitig rauszunehmen, bevor sie sich komplett zerlegt. Wir haben ja gesehen, wie viel Schaden sie macht. Also Kayle ist gerade das wichtigste Ziel für Atok und sie schaffen es immer wieder genau da ran zu kommen. Jenex inzwischen auch mit drei Toten nutze ich nochmal einen Glubuff. Aber Xio muss man hier positiv hervorleben. Der macht das wirklich gut. Der macht vor allem alles, was er kann, um eben so viel wie möglich aus dem Silus-Kit rauszuholen. Jetzt seine drei Items fertig und bisher hat sich die Stopwatch beziehungsweise Sonjas auch mehr als bezahlt gemacht. Ja, das auf jeden Fall. Ja, dann jetzt nochmal ein Red Buff. Wir sehen, der nächste Baron, der braucht nicht mal lange. 13 Sekunden ist er da und auch hier Atok wieder mit der besseren Ausgangslage. Clean Division bereiten das Ganze vor. Dazu haben sie den gepushten Bot, den Hibitor. Auch der hilft da nochmal so sehr, denn SK muss einmal bei Zeiten das Ganze da verteilen. Wir sehen, Sakre ist da unten, hat so sein Teleport. Aber wenn er zu spät kommt, dann ist der Baron hier schon weg, bevor SK überhaupt reagieren kann. Jetzt der Weg nach vorne. Binding sitzt mal wieder. Kale-Ult wird nicht geklaut, da gefressen. Aber jetzt hier Kedui super low. Der bekommt die eigene Ult. Muss jetzt aber aufpassen. Lockerb wunderschön nochmal von Doss. Man kriegt da den ersten Kill. Und jetzt kann die Kalista eben auspacken. Double Kill. Im Endeffekt ist auch nochmal einer für Jannix und der Fight geht für Atok halbwegs nach hinten los. Doss nochmal aggressiv nach vorne. Der Slow über die Zunge. Man entscheidet sich aber dagegen weiter zu chasen. Man muss auch gucken, die eigene Base. Da sind die Supervasalen am Nexus-Turm. Deshalb hier bloß zurückziehen. Kedui will sogar nochmal pushen. Aber es sind Supervasalen in der Base von SK. Das ist natürlich unangenehm. Wenn man die da nicht hätte, hätte man noch mehr machen können aus diesem Fight. Der war schon ziemlich gut. SK hat da es diesmal geschafft, Kale lange am Leben zu halten. Diesmal hat Jannix, glaube ich, direkt geultet, nachdem er gemerkt hat, oh, es wird gefährlich. Was halt einfach zur Folge hat, dass man mehr Zeit bekommt. Die Kalista kann freier arbeiten. Die tut natürlich auch weh. Ist bisher noch nicht ganz so zum Tragen gekommen in dem Spiel. Aber mit zwei kompletten Items und nochmal einem zweiten vampirischen Zepter ist sie schon ziemlich gut aufgestellt. Und da ist das Problem, dass Atokka nicht so diesen Mega-Burst hat, um im Endeffekt die Kale oder auch die Kalista zu one-shotten, sondern sie brauchen immer eine Weile. Und sie brauchen vor allem auch die Ultimates der Gegner. Und ein Xio, der es schafft, ranzukommen. Und jetzt ein starker Catch. Das hat er stark gemacht. Dost da ohne Chance. Klent zwar genutzt, aber das bringt ihm nichts, wenn du reingekickt wirst. Ah, nächster Kill hier für Phones. Und jetzt wieder der Baron das Target. Atok bleibt da einfach wirklich stur und wollen den haben. Sind wieder dran. Nächstes Bein, in der Sitz also Klai hier auch wirklich stark. Jannix jetzt aggressiv mit dem Killer-Instinkt. Geht da Frenik hinterher. Die Passive macht noch gut Damage. Q nochmal rauf. Der lebt aber immer noch. Und Jannix jetzt super low. Muss im Endeffekt rausflächen für den Ignited-Shield. Und nochmal durch von Kadir. Der rennt da voll. Aber das Pony-Sweet kriegt einen riesen Shutdown hier. Und währenddessen Jannix aber mittendrin und wird erledigt. Kidui sollte allein jetzt auch nicht mehr viel machen können. Wobei der kitet gar nicht so schlecht. Das Clown nochmal, aber es reicht einfach nicht. Und da war Jannix zwar zu aggressiv, aber die Stärke von Atok reichte insgesamt aus, um das nochmal komplett umzudrehen. Und somit hier wieder die Chance vielleicht auf den Baron. Ja, sollten sie auf jeden Fall probieren können. Ist jetzt ein bisschen unangenehm, dass sie ihren DPS verloren haben. Mit der Kaiserin, die da gerade gestorben ist. Trotzdem hat Jannix vielleicht ein bisschen aggressiv. An der Stelle hätte sich auf jeden Fall nochmal zurückhalten können. Gerade weil man den Hacker-Ram dann nicht so optimal im Auge behalten konnte. Trotzdem muss man sagen, hat man den Fighter-Man nochmal gut runtergespielt. Morgana zum Beispiel ist ja noch nach vorne gegangen, nachdem Jannix weggeflasht ist. Und den Gegnern die Fallout-Möglichkeit einfach komplett zu entziehen. Und dann hat man die Hacker-Ramult genommen. Hat Kale wieder gefeiert. Der Vieh hält inzwischen auch extrem lang. Und dadurch konnte man sie wieder rausnehmen. Dann war nur noch Kidui übrig hingegen drei. Man hat ja keine Chance. Also, Atok kann fighten. Sie haben zwar nicht die beste Team-Compt dafür normalerweise, aber gerade der Sidus-Pick macht hier wieder sehr viel aus. Weil er halt eben über die Ultimates nochmal Teamfight-Potenzial von den Gegnern auf die eigene Seite holt. Und weil man das bei Atok auch gerade ziemlich gut spielt. SK hat sich da mehr oder weniger catchen lassen. Man hat DOS direkt verloren. War praktisch in der Unterzahl. SK im Finalspiel. Es ist halt immer schwierig. Ja, aber auf jeden Fall. Also beide Seiten zeigen hier, finde ich, aber auch eben gute Aspekte. Atok natürlich gerade vorne. Aber SK soll sich nicht verstecken. Also egal, wie das Game jetzt hier aussieht im zweiten Game. Fängt nochmal alles von vorne. Und dann haben sie eben Chancen, das von Anfang an besser zu spielen. Xio hier auch Level 16 inzwischen super wichtig. Weil Sidus auf Level 16 hat halt auch alle sieben Sekunden eine Ult, die er klauen kann potenziell. Oder alle acht Sekunden so einen Dreh. Jetzt geht hier nochmal aggressiv gegen Frennic. Wir sehen schon, er kassiert gut Schaden. Jetzt aber den Kataklysmus rauf. Er kann theoretisch geklaut werden, wobei die K-Ult ist gerade in Besitz von Xio. Jetzt mal keine Liste. Will man da nach vorne, ist die Frage. Ja, will man. Xio ultet sich einfach selbst, um hier bloß keinen weiteren Schaden zu nehmen. Ist okay. Das wäre jetzt natürlich besser gewesen, wenn er sich die Ult noch ein bisschen gespart hätte. Aber im Zweifelsfall, dass die Gegner eben da verloren, vollkommen frei. Wenn wir jetzt einfach nur die Individoren einreißen, dann eventuell nochmal Richtung Base gehen. Außer man schafft es wieder in guten Catch zu landen. Kalista weit vorne. Möglicherweise gibt es hier keinen Champion, der über so hohe Reichweite besitzt, dass man da Kidu einfach rausnehmen könnte. Trotzdem muss er aufpassen, der Schaden von Yane sind inzwischen auch schon ordentlich. Hat hier vier Items komplett ready, plus die Schuhe. Das ist ein Hardly Carry, der wirklich wehtut. Vor allem hat er ein komplettes Item mehr. Also in jedem Spiel muss er von Yane sehen und einen guten Farmvorsprung. Und hier inzwischen auch nochmal ordentlich Goldvorteil, den man gerade sieht. Der zweite Indip wird jetzt angegangen, der zweite, der offen liegt. Ja, Tog macht da gut Druck. Aber wir sehen, sie können nicht komplett skrupellos nach vorne gehen, sonst wird das gefährlich. Es sei denn, man landet vorher so ein Catch, Doss. Er hat zwar hier nochmal seine Greyhelf, muss sich jetzt aber zurückziehen. Das heißt, das Team ist in Unterzahl. Und jetzt sind zwei Indips down. Jetzt können sie theoretisch das machen, was du gerade gesagt hast. Einfach Resetten, Gold ausgeben, denn davon, wir schauen nochmal rauf, ist gerade auch, ja, nicht so viel im Inventar, aber es reicht eben, um nochmal ein, zwei Items zu verbessern. Dann ist der Drache da, den kann man mitnehmen und dann kann man sich theoretisch zu künftig auf der Top-Land versammeln und da einfach pushen und versuchen, das Game in so Richtung Finish zu drücken. Mal sehen, ob sie das schaffen werden. Die... Vorangehensweise bisher war ja bei SK, dass sie normalerweise eher versuchen, zu Teamfighten und nicht wirklich zu Splitpushen, sondern eher ein Splitpush von Artok und Matchen, in der er auftauchen sollte. Ich glaube, es ist eine gute Option. Sie haben halt wirklich viele Chancen, gerade durch den Hacker um vier, wenn der gut sitzt, aber sie dürfen sich nicht mehr so überraschen lassen. Also die, die, sagen wir mal, schlechtesten Fights für SK oder die besten Fights für Artok kamen immer dann, wenn man ein einzelnes Ziel rausnehmen und catchen konnte. Das liegt halt einfach daran, dass SK an der Stelle ein bisschen zu unvorsichtig war oder warden musste. Na, ich bin Support Main, vielleicht muss ich da doch so ein bisschen im Schutz nehmen. Du willst natürlich Vision, gerade wenn es um den Barrel geht und irgendeiner muss Face schenken. Im Normalfall könnte man aber eine Kalista mitnehmen, die dann DOS zurückziehen kann, die ihn retten kann. Dadurch ja das Ganze nochmal sicherer. Der letzte Turm hier, der noch steht, ist dieser in dem Hinterturm, so abgesehen von den Nexus-Türmen. Artok ist da dran, nutzt den Barrel-Waffen mal für die letzten Sekunden. Jetzt müsste er aber ausgelaufen sein. Jetzt nochmal ab nach vorne. Frennic wieder aggressiv gehen, aber ja, dann hat zu einem sein Killer-Instinkt und zum anderen natürlich die Kale-Ult, die Xio mal wieder geklaut hatte. Konnte das Ganze hier einsetzen. Und das ist auch eine Sache, die Kale-Ult alleine hat wenig Cooldown. Eigentlich hat ja Silas so den Nachteil, dass er einen doppelten Cooldown auf dem, des Gegners hat. Aber wenn die eigene Ult sowieso keinen Cooldown hat, dann kann er sie eben auch oft klauen. Jetzt hat er die Kalista-Ultimate geklaut. Die Frage ist, wen würde er reinschmeißen? Wir wissen halt nicht, mit wem er verbunden ist. Eher rausziehen, würde ich sagen. Dass man vielleicht zum Beispiel merkt, das ist jetzt schwierig. Morgana zum Beispiel kriegt ihre Ult durch und man zieht sie dann zurück oder so. Ich glaube, das wäre eine Option. Die Sin könnte man noch reinwerfen. Kann aber auch einfach sein, dass er gesagt hat, okay, ich kann gerade keine richtige Ult ziehen von irgendjemandem. Nehme ich mal die Kondition. Beim Zweifelsfall setze ich sie einfach ein und dann ist gut. Man sieht aber auch, dass CSK weiter gegenhalten kann. Wave Clear ist da über die Kale. Ist nicht der Beste, die man je gesehen hat. Man ist das nicht Siegeniveau, ist aber trotzdem gut. Gerade wenn es keinen Baron-Buff hier an der Stelle gibt. Dadurch schickt man Kale immer wieder nach unten, um die Super-Versalen anzunehmen. Atok schafft das nicht wirklich genügend Druck, aufzubauen in der Mid-Lane, als dass man hier in der Überzahl den Top-Lane-Tower angeben könnte. Wieder ein Binding, was gerade Hackerim nochmal zurückhält. Ich bin echt gespannt, was passiert, wenn beide Seiten in Full-Bit sind. Ja, wenn es dazu noch kommt. Die Sin fällt ab, ein Jace fällt ab, ein Jarvan auch irgendwo, wobei er immer noch ein bisschen nützlicher ist als die Sin, ein bisschen zuverlässiger ist. Er hat jetzt auch die komplette Tank-Variante gengelt. Kale-Scaling, ich kann es nicht oft genug sagen. Ist halt insane. Der Kale kann halt noch ein ganzes Alte mehr holen. Wir sehen schon jetzt, das ist halt insane. Der Schaden, der da rauskommt, der Attack-Speed, die vorhanden ist, das tut gut weh. Und zwar sehr oft. Wir sehen es. Wenn Kale hier ein bisschen an die Rage-Brain-Stacks kommt, dann scheppert das gut rein. Was noch scheppern könnte, wäre jetzt der dritte Barron eben für Atok. Er ist in 30 Sekunden da, deshalb gleich schon wieder fleißig am Vision aufbauen. Zusammen die Warden auch. Und SK muss halt gucken, wie sie das Ganze angehen. Sie haben immer noch die zwei gefallenen Inips. Das wird auch noch, solange der Barron spawnt, bis der Barron spawnt so sein. Das heißt, Atok hat da auf jeden Fall ein Zeitfenster, mit dem sie arbeiten können. Denn SK kann nicht einfach so zwei offene Inips zurücklassen. Sie kann die nicht einfach unbeachtet lassen. Und das weiß Atok eben, deshalb auch schon die Rotation dahin. Gerade ist gut rausgepusht für SK. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, dass das nicht mehr der Fall ist. Das heißt, Atok muss SK Prime hier einfach nur in der Zone halten. Und das war's. Man hat jetzt gerade einen Blue Trinket genutzt, um sicher zu gehen, dass man hier beim Warden nicht in eine Falle läuft. Ist auch gerade wichtig, denn es geht darum, die Midlane nochmal unter Druck zu setzen, raus zu pushen, um halt auch besser gleich den Barron angehen zu können. Die Inips werden bald respawnen. Das heißt also, zu viel Zeit kann man sich dann nicht mehr lassen. Und jetzt sogar umgedrehtes Blatt. Hier SK war ein Barron, welches das Ganze in den Fall. Die Hackerin geht da gut durch zwei Leute, durch der Kataklysmus war auch nicht schlecht. Und jetzt wird die Hackerin gut übergeklaut. Xio macht da gute Arbeit. Der erste Kill geht auch an Atok, aber SK kann sofort antworten. Morgana ist da und hier hinten Janin versucht alles auszuteilen, was er kann. Wird quasi nicht angegriffen. Und dass der Double-Kill für ihn nur noch dos lebt. Und das war im Endeffekt das Game-Driple-Kill für Janin. Sorgt dafür, dass SK hier verliert und Atok 1-0 in Führung geht. Stark gemacht. Sie haben mehrere gute Team-Fights gehabt, muss man sagen. Atok hat zwar nicht mit der leichtesten Team-Kombo, aber trotzdem immer wieder mit starken Fights. Gerade Xio hier mit wirklich guten Ultimates. Und das entscheidet gute Seilesspieler von wirklich guten Seilesspielern. Und damit geht Atok Gaming mit einem 1-0 in Führung. Starke Vorlage. Und für SK jetzt natürlich die Frage, wird das wie bei den Offline-Finals laufen? Kann man hier in Sie... Also ich meine, noch ist nichts. Nee, es ist nicht vorbei, aber trotzdem. Die Vergangenheit zeigt uns, dass SK häufig Probleme hat, im Finale halt wirklich gegen zu sein. Und ich hoffe, dass es diesmal nicht so sein wird. Ich hoffe, dass es jetzt noch ein bisschen... Ich meine, es war schon knapp. Es war ein wirklich knappes Spiel. Und wenn die Kellen ein bisschen besser reinkommt... Ich meine, Gen X war eigentlich gut im Game. Ich fand, die Team-Kombe halt nicht so geil. Ja, das ging nicht komplett auf. Also ich meine, klar, ein Hacker-Rim zusammen mit einem Jarwin ist vollkommen in Ordnung, aber dann vielleicht die Kaisa dazu wäre besser gewesen als die Kalista, weil Kaisa kann besser reinfollowen. Es ist aber auch schwer, eine gute Lane gegen Janin zu finden. Das haben wir auch auf der Plastik immer wieder gehört. Die Teams versuchen da immer irgendwie eine Antwort zu finden. Trotzdem war in jedem Game fahrmäßig vorne. Und da bin ich gespannt, wie es heute laufen wird. Wir haben mit Hacker-Rim auf jeden Fall wieder einen Champion gesehen, den wir so schon lange nicht mehr gesehen haben. Also er ist jetzt noch häufiger wieder vertreten. Ich bin gespannt, ob wir den in der LC sehen. Ich denke aber, wir werden jetzt keinen Hacker-Rim mehr sehen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass eventuell ein Kail-Band kommt beziehungsweise er einfach nicht mehr angefasst wird. Wir haben gesehen, was passiert, wenn man Kail einfach so pickt und vielleicht noch nicht so confident in dem Match-Up ist. Ja, das auf jeden Fall. Das war hier Game 1. Ich würde sagen, wir beschäftigen uns jetzt gar nicht mehr lang damit, sondern geben euch eine kleine Zeit, um durchzuschnaufen. Dass ihr ein bisschen Luft wieder bekommt. Und dann sind wir gleich schon bereit für Game Nummer 2, denn das wartet nicht lange auf euch sechs Minuten, dann sind wir wieder für euch da. Also rennt nicht zu weit weg. Bis gleich. Macht das Scholl-Dabau! Was ist denn da los? Da fuan! Untertitelung. BR 2018 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 Hat sich als sehr gut dargestellt. Das ist ein sehr angenehmer First Pick auch. Einfach weil du noch nicht zu viel verrätst. Da ist eine Menge AD-Carries, mit denen Morgana zusammen funktioniert. Und sie ist wirklich ein starker Champion auf dem aktuellen Patch. Das heißt, da sehe man sich einfach immer einen soliden First Pick. Wir sehen den Tarek-Bann. Aktuell gibt es ja immer noch die Möglichkeit, Tarek Zona zum Beispiel zu spielen. Und Tarek hat auch inzwischen wieder so ein bisschen ein Comeback gefunden. So sein Debüt wieder. Und mit Tristana zusammen fand ich ihn schon immer geil. Weil du hast praktisch die Möglichkeiten, mit dem Rocket Jump reinzugehen und den Stunt zu setzen. Konntest du halt selber so ein klein wenig die Engages schaffen. Aber es ist eine Komode, die wir leider sehr, sehr selten gesehen haben. Weil sie hat nicht so zuverlässig funktioniert wie andere. Und auf Seiten von der Skarben wie jetzt, und das hast du vorhin angesprochen, Jace bei Sakran. Ja, er wurde sehr oft für seinen Jace gelobt, weil er auch einer derjenigen ist, die einfach alle Key-Ruhen quasi mitnehmen können. Das war so das, was angesprochen wurde bei ihm. Weil wir haben schon gesagt, man kann ja immer Claptop spielen, mit Aerie. Du kannst theoretisch auch innen gehen mit vielleicht elektrisieren oder so. Es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst ihn auch defensiver spielen. Und Sakran hat gefühlt alle schon mal durch. Nicht mit dem solltest du das Guardian. Das ist ja auch alleine auf der Top-Line. Bringt die Guardian nicht so viel, höchstens wenn der Junker mal kommt. Was jetzt sehr interessant ist, wir haben den Thresh-Pick. Das heißt, es ist doch eine Solo-Lane Morgana. Oder, das wäre jetzt absolut insane, Morgana Thresh-Bot-Lane. Weil ja, ist ja jemand, der gerne Major spielt. Könnte funktionieren. Ich glaube, es sei eher nicht. Aber wenn es passiert, habe ich es gecallt. Der Alistair-Pick ist jetzt halt ganz gut. Im letzten Game hat man den nicht gewählt. Weil Morgana dagegen eine gute Antwort ist. Sie kann, wenn Alistair reingeht, einfach mit dem Binding antworten. Und mit dem Black Shield, da gibt es gute Möglichkeiten. Wenn Thresh-Up auf der Botlane ist, ist er auf einmal wieder deutlich stärker, als es im letzten Game gewesen wäre. Morgana Mitte haben wir auch in der LEC gesehen. Wir haben sie auch wieder mit Glacial Augment gesehen. Ich glaube, da hat Johnny sogar gerade heute ein Video rüber released. Also insofern könnt ihr euch das gerne angucken, wenn ihr da ein bisschen genauere Erklärungen zu haben wollt. Wir werden gleich jetzt mal abwarten, wo sie genau gespielt wird. Und vor allem, wie sie gespielt wird. Mit welchen Ruhen und was genau ihr Match-Up sein wird. Das ist auf jeden Fall sehr viel CC auf der Seite von Artok bisher. Nächsten Bands, mal schauen, wo die hingehen. Die gehen tatsächlich Richtung AD Carry. Man will Jalen klein halten. Jinx und Kaisa raus. Kaisa hat eben sehr gut funktioniert. Dann hat sich der immer gut positionieren können. War auch tatsächlich, er hat seinen Ult häufiger defensiv eingesetzt. Einfach, um sich nochmal ein bisschen entfernen zu können. Aber konnte dann eben schon diesen Front-to-Back-Fight eingehen. Auf der anderen Seite haben wir einen Tristana-Band. Und dazu noch einen Kayle-Band. Das heißt, Jennings kriegt nicht nochmal hier die Level 16 Kayle in seine Hände. Und mal schauen, was jetzt gepickt wird. Das Kayle natürlich mit dem Last-Pick. Das heißt, sie könnten potenziell auch den Jace woanders hinflexen. Oder wie auch immer das Ganze gestalten. Mal schauen, wofür sie sich jetzt entscheiden. Ob erst der Champ für Kadui kommt. Kommt tatsächlich mit einer Vayne. Das könnte sehr interessant werden. Auf der anderen Seite ist die Antwort Kogma. Kogma Thresh. Rexa im Jungle. Mit der Rexa hast du halt praktisch den Jungler fürs Early-Game aktuell. Sie kann wirklich gut snowballen. Hat eine Menge Damage, auch Execute-Potenzial. Hat später dadurch immer noch eine Option. Aber man switcht auf Lee, wie es aussieht. Nee. Rexa oder Lee. Es bleibt bei Rexa. Sie hat eine gute Mobilität. Kann vor allem sehr, sehr schnell durch den Jungle kommen. Und ist am Anfang wirklich strong. Aber später hat sie halt hauptsächlich die Möglichkeiten zu executen. Außer sie snowboldt halt bis zum Gate nicht mehr. Also da wird sie auf jeden Fall abfallen. Da ist Javin ein klein wenig nützlicher. Ansonsten bei SK gute Möglichkeiten fürs Late-Game über Vel'Koz und Vayne. Fighting Vayne ist halt insane. Wenn sie es hier schafft, in der Lane nach vorne zu kommen, wird es richtig unangenehm. Auf jeden Fall und der Abschluss mit Vel'Koz. Das heißt, die Teams sind vollständig. Mal schauen, wie sich das Ganze aufteilt. Ich denke mal, es wird ein Rise-Top auf Seiten von Atok. Und die Morgana eben Mitte. Also doch Xio mit der Morgana hier unterwegs. Und auf der anderen Seite Vel'Koz in der Mitte-Lane. Klar, Jace auf der Top-Lane. Das könnte ein sehr interessantes Match werden. Und vor allem, also SK muss aufpassen, weil das Catch-Potenzial jetzt so hoch ist. So viel CC auf Seiten von Atok eben. Aber Vayne ist eigentlich ganz geil gegen Thresh und Morgana. Weil im besten Fall schaffst du es mit deinem Roll, mit deinem Tumble, dem Hook oder dem Catch insgesamt auszuweichen. Das Einzige, was bei ihr so ein bisschen schwierig ist, ist, dass die Reichweite nicht so hoch ist. Da hat ein Kogma später dann doch ein paar Vorteile. Da muss ich aufpassen, dass sie nicht zu hart kassiert, bevor sie rankommt. Aber ich denke, SK hat hier gute Möglichkeiten, das Ganze für sich zu entscheiden. Auch Wayne Jarvin ist ein ziemlich geiler Kombo, weil du die Leute an den Kataklysmus ranhauen und sie ziehen kannst. Also ich denke, diesmal hat man bessere Optionen als im letzten Game. Atok aber trotzdem mit einer starken Kombo. Von daher, alles ist offen. Gibt es das 2-0 für Atok oder SK mit dem 1-1-Ausgleich? Das werden wir noch nach einer kurzen Pause sehen. Bleibt dran. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das GLP wird, glaube ich, inzwischen mit Lost Chapter gebaut, ne? Nicht wie ein Witz. Ja, ja, es wird nicht mehr mit Katalysator, außer mit Lost Chapter und dem Revolver gebaut. Mit dem Hextaker-Revolver. Also wird es doch höchstwahrscheinlich Hextaker-GLP. Man kann noch switchen. Kann Loons werden. Aber du brauchst Mana. Okay, das ist das Wichtige. Man bekommt schnell durch Lost Chapter mehr als G1. Botlanes versucht man weiter unter Druck zu setzen. Es funktioniert nicht mehr ganz so gut wie am Anfang. Level 6 könnte aber trotzdem früher bei Yann und Clay hier drin sein, auch wenn Lost seinen Level 6 bereits erreicht hat. Rek'Sai gerade dabei, wieder im gegnerischen Jungle unterwegs zu sein und zu checken, dass da der Jargon jetzt nicht dazukommt. Oh, der nächste Huck, der sitzt. Er zieht den über die Wand. Okay, das muss dann wirklich perfekt stehen, weil normalerweise bleiben die an der Wand hängen. Vermutlich hat dieser... Wand ist an der Stelle halt super dünn. Der Zielmechanismus muss genau ausgereicht haben von der Range. Trotzdem close. Das ist halt wirklich... Wenn da noch ein Flay hinterhergekommen wäre und man hätte den Knallzapfen ausgelöst, hätte man vielleicht sogar wohl in gehen können, weil er dann weit genug weg gewesen wäre von Wayne und Alistar. Jargon wäre wahrscheinlich trotzdem rausgekommen mit der Standarte. Aber... Ah, Botter jetzt der Engage. Und da hast du keine Möglichkeit wegzukommen. Das Flay ist nicht schlecht gewesen, aber no chance. Waynes zweiter Kill hier an der Stelle. Ein weiterer erfolgreicher Gang von Frennic, der nach der Premier Tour auf jeden Fall noch mal einiges aufzuholen hat. Nicht, dass er schlecht gespielt hätte, aber ich glaube, mental war das eine sehr, sehr anstrengende Begegnung für ihn. Und jetzt kann er sich endlich natürlich auch persönlich bei Atox und Klein wenig revanchieren. Morgana ist auf dem Weg Richtung Bot-Side. Oh, schönes Binding. Aber man sieht eine große Schwäche von Morgana mitlayen. Sie macht keinen Damage. Der Champion hat halt eine Menge Utility, aber keinen Schaden. Deshalb später kommt natürlich ein bisschen Schaden dazu. Wir haben es schon oft genug gesehen, eine vorher P-Morgana, die einen Binding raushaut und der gegnerische AD-Carry hat so 70% Leben verloren. Aber das dauert natürlich auch. Also Morgana hat einen weiten Weg dahin, gerade wenn sie über dieses Item-Bild eben geht mit diesen Slows, auch eben über die Utility, die du gerade angesprochen hast. Und einmal schauen. Auf Phones muss man hier später noch beachten. Das hat die CC-Chain nachher, die wird so unangenehm. Rexel noch gehabt. Morgana Binding, der Cage von Ryze. Morgana Ult, Dresch Hook, Dresch Flay, Flash Box. Du kommst halt nicht weg. In einem optimalen Teamfight können sich von SK gefühlt nur zwei von fünf Leuten bewegen. Phones jetzt hier im Tread gegen Sacre Flasht im Endeffekt davon. Währenddessen Botlane weiter Druck auf diesen T1-Turm. Wir sehen, die nächste Turmplatte ist gefallen. Das ist so ein bisschen Atox-Style. Ich konnte sagen, in der letzten Woche. Ja, sie können sich da wirklich, gerade auch auf der Botlane, ohne wirklich Kills zu kriegen, viel an Gold holen, viel an Vorsprung holen. Aber normalerweise halt über den Farm und über die Platings. Trotzdem hier Wayne mit einem kleinen Kopfgeld. Was ich sagen muss zur Kommo von Atok, im Teamfight wird es halt insofern schwer, dass sie eigentlich keine richtige Frontline, keinen richtigen Engage haben. Da hat man es auf Seiten von SK mit einem Jarvan und einem Alistair doch etwas leichter. Der Bait-Versuch hier an der Stelle. Das war ein schöner Zweimal Knock-Up hier von DOS in dem Fall. Aber Cardi war wieder da. Und auch der Re-Engage, der wurde durch die Alistair-Ult gekontert. Jetzt hier oben erstmal Phones, der überlebt das erstmal. Den Frannic muss rausflaschen. Geht sich auch aggressiver, aber die Standarte ist da. Er muss halt aufpassen, denn von oben kam Sakra und dem wollte er vermutlich nicht den Kill geben. Und somit Frannic hier im Endeffekt. Aber die Antwort folgt direkt. Botlane T1, der wird fallen. Ah, Flesh haut nochmal über den Demolus. Ein bisschen Schaden raus. Binding sitzt. Xio muss noch hinterhergehen. Schafft es aber nicht, denn er muss respektieren, dass da oben Sakra lauert. Man bekommt immerhin den Turm, aber dazu den Kill für SK. Es ist okay, dass man den Tower kriegt, beziehungsweise gut, dass man den nicht an Jace abgibt. Die Swag-Flag war eben auf jeden Fall on Point. Ähm, Kogmar sollte jetzt goldmäßig gut dastehen. Du kannst gerne nochmal aufs Gold gehen, wenn du möchtest. Dann würde er ziemlich in die Base gehen, sollte sein Blade auf jeden Fall fertig haben. Ja, 2000. Der Goldversprung, ne? 1100 Gold. Das hat halt Atok sehr oft gespielt, auch bei der Premature tatsächlich, muss man sagen. Da haben sie immer versucht, die anderen über diesen harten Push nach vorne zu bringen. Sie haben immer eine Botlane gebrochen. Bessere Botlane gerade. Also auch vom Matchup. Zumindest so, wie sie es ausspielen. Jeder lastet Sitz gefühlt. Trotzdem sehe ich die Stärken von Atok später eher am Split-Push oder halt bei Catches. Weil sie haben diesen langen CC, gerade wie du gesagt hast, eine gute CC-Chain auf eine Person, aber ansonsten keinen guten Engage. Morgana kann zwar reinlaufen, sie wird aber erst als zweites frühestens ihr Sonjas holen und auch damit wird es, glaube ich, schwer. Okay, also ich kann mir gut vorstellen, dass man hier so probiert, ein bisschen den Teamplatz aus dem Weg zu gehen und eher wieder Misspositioning von SK auszunutzen, so wie es im letzten Game war. Das war so close. Wenn der Hook sitzt, dann muss Kedui sich dann mindestens von Cleanse oder Flash oder wirklich sogar beiden verabschieden. Bei uns jetzt hier wieder im 1-gegen-1-Duell Lens ist natürlich geswappt. Hyrit sehr low. Das sieht so aus, als könnte SK den mitnehmen. Kade geht nochmal davon, der kriegt den Hyrit sogar, kann den im Endeffekt stehlen. Und jetzt kriegt man nochmal den Kill auf Doss, der geht dauernd auf Frenic hier mit Problemen. Kedui ist zwar noch mit seinem Flash rausgekommen, oh, der Hook hier schon wieder super knapp. Aber Atok erkämpft sich hier den Riesenvorteil, vor allem eben, weil im Endeffekt Kly diesen Hyrit einsammeln konnte. Und das bedeutet, man kann den Top-Spawn gleich und noch mehr Turmplatten einfach für Vianen mitnehmen. Wir hören es schon, da ist er gespawnt. Und das ist super gut. Und der, guck mal, der ist nicht nur im Game, der besitzt das Game gerade. Wir haben die komplette Tier-1-Tower-Reihe, die unter Druck gesetzt wird. Mit denen natürlich noch nicht so stark. Aber wenn hier Yarn und Clay den Top-Line-Tower haben, dann werden sie sofort richtig mitdruckt hier. Man hätte sich den Hyrit auch dafür aufheben können, dadurch, dass die gegnerische Bot-Lane aber erst dabei war, hinterher zu kommen, war der Einsatz hier vollkommen gerechtfertigt. Wir sehen es, man wird den Tower auf jeden Fall komplett kriegen können. Das ist wirklich stark. Jace auf der Bot-Lane wird von Ryze ziemlich gut ausgehibelt, sag ich mal. Er kann nicht ganz so stark pushen, nicht so viel Schaden in Richtung, wie es normalerweise der Fall gewesen wäre. Bisher hat Ryze zwar immer den Nachteil und ist immer in der Defensiven. Kann sich das aber erlauben, weil er halt sehr viel auf Resolve gesetzt hat, sehr viel auf Tank-Innes gesetzt hat. Und er hat Wave-Clean, um bei den Tower so lange es geht zu verteidigen. Jetzt hält sich hier gerade sogar von uns und um die 2-Tower auf, nur damit der Jarvan-Gang nicht erfolgreich wird. Bitter sollte aber okay sein, gerade solange man noch die Play-Dings an den Türmen hat. Wenn die fallen, werden solche Plays ein bisschen schwieriger, weil dann Jace auch mehr Damage packt. Auf jeden Fall Sakre jetzt hier will ein bisschen Gold zurückkunden für sein Team. Die Turmplatte könnte er potenziell noch bekommen in Time, aber die fallen dann jetzt auch gleich. Und was denn die oberste Priorität haben wird, ist dieser Drache, der entspawnt in 25. Wir sehen auch schon Atalk mit Kadi da unten vor uns natürlich sowieso da. Janin wird gerade sogar noch mal auf dem Top-Set geparkt, einfach nochmal gegen zu pushen, um da raus zu pushen. Auch Klei rotiert er hoch. Das heißt, man gibt vielleicht sogar ein bisschen da die Kontrolle auf, einfach nur um zu sagen, hey, Janin, fahren du weiter. Werd stark. Ja, du hast jetzt zwei Items, drei sind noch besser. Also hier, nimm noch mehr Gold. Aber jetzt die Rotation erfolgt, bei allen Dingen knapp daneben von Xio. Jetzt mal schauen, ob wir den ersten richtigen Teamfight sehen. Na, guck mal, mit zwei kompletten Items. Ein Item mehr als die Wayne. Das ist wirklich angenehm gerade für ihn. Janin wird richtig viel damage. Morgana hat auch erstes Itemfertigkeit, also die Gegner nochmal verlangsamen, vielleicht sogar für die Eröffnung Sorgen, die Atok hier an der Stelle braucht. Klei versucht es immer wieder mit dem Hook. Es ist wirklich knapp. Also die Hooks sind hier nicht schlecht. Er hat auch im letzten Game natürlich mit seiner Morgana gezeigt, wie gut er seine Skill-Shots und seine Catches beherrscht. Das ist immer noch dieser kleine Drake-Tanz. Quasi in der Mini-Form von Byron Dance. Wir sehen schon, Atok geht gerade weit nach vorne. Der Shockblast hat gesessen. Schaden kommt da natürlich gut durch. Janin war gerade so ein bisschen weit hin. Also wenn es Kay sich dafür in den Gage entschieden hätte, klar, Laterne war da. Wir haben es gerade gesehen, aber da muss man aufpassen. Man sollte den Kogman nicht alleine da durch den Dürfer ziehen lassen. Ich meine, du hast hier halt echt Thrash und Morgana. Also das ist schon gute Möglichkeiten, ihn zu schützen. Den Drachen geht man hier ab. Da hätte man, glaube ich, mehr machen können, verdrängen lassen an der Stelle und dann zurückzugehen und auf Nummer sicher zu gehen. Ist nachvollziehbar, ist vollkommen okay. Überall gibt es hier gerade nochmal für Jenex. Ich weiß echt nicht, wem ich das am Ende geben würde. Ich finde, die beste Teamfight-Combo hat SK, auch wenn es nur darauf beruht, dass sie halt mehr oder weniger eine Frontline und einen richtigen Engage haben. Trotzdem ist es halt aber super unangenehm, wenn der Javin-Katakrysmus kommt und hinterher einfach die Velcro so, die durchgeht und alles weglasert. Da wird es bei Atok ein bisschen schwerer. Sie haben aber auch eben im letzten Game schon gezeigt, dass sie auch mit einer schwereren Team-Combo immer noch einfach koordiniert sind inzwischen. Also Atok hat sich meiner Meinung nach extrem gemacht über die letzten Wochen und die letzten Monate, nachdem sie praktisch angefangen haben in der Kombo. Und Jahnin spielt halt auch mehr Adicaps. Das ist richtig. Am Anfang hat er ja häufiger noch so seine kleinen Cheesy-Picks ausgepackt. Heimardinger wird halt immer noch gebannt gegen. Ja, muss man aber auch. Also ich meine, ein paar Teams hatten jetzt schon Antworten, aber du kannst dich nicht darauf verlassen, denn wenn Jahnin mit seinem Heimardinger ins Rollen kommt, dann wissen alle, was passiert. Ich meine, ich habe auf der Premier-Tour ja auch mit ein, zwei Leuten gesprochen und auch mit äh, wer war das? Ich glaube, ich habe mit irgendjemandem vom Boost Camp gesprochen oder so. Und, ähm, da habe ich halt so gefragt, wie es mit Jahnin aussieht, ne, warum Heimardinger immer noch gebannt wird. Aber es ist halt echt so, dass viele denken, sie haben eine Antwort, ins Spiel kommen und dann kassieren die so eine Klatsche am Anfang, dass man sich direkt wieder denkt, ah, wir sollten ihn vielleicht doch überbannen. Was Jahnin auf dem Champion anstellt, ist schon ziemlich hart. Stimmt. Ah ja, hier muss erst mal Kidui aufpassen, der ist viel zu weit vorne, Ulte zwar, wird aber sofort hochgeworfen. Xio tankt da ein bisschen den Tor, muss aufpassen. Im Endeffekt geht der Kehr, aber ein Cardi, die Vayne, Stun und Doss alleine, wird hier auch nicht mehr viel machen können, wobei Stun und Ignite sind durch. Cardi hat den Tunnel, überlebt er das, der letzte Ignite-Tick, aber am Ende Flash und Headbutt hier nochmal. Xio überlebt auch, klein mit dem Flash, in letzter Sekunde. Ah, Hook traut er sich im Endeffekt nicht, er hatte gerade vermutlich nicht ready. Das war wieder ein sehr chaotischer Fight, eine sehr chaotische Aktion und da muss Atok aufpassen, dass ihm das nicht so oft passiert, vor allem jetzt ist eben noch die Gefahr da, dass sie da engaged werden kommt, man geht in die Kataklismus rein mit der Laterne, Frennic macht das nicht schlecht, kriegt dort den Kill auf Xio im Endeffekt, auch Klai ist down, Jahnin versucht er alles, wird aber nochmal reingeworfen, kriegt zwar einen Kill, wird mit der Passive noch ein bisschen Schaden machen können, mehr aber auch nicht, Fawns versucht jetzt hier im 1 gegen 3 auch nochmal was und Atok lässt sich hier nach und nach einfach abholen, bei uns mit dem Kite, das ist eben ein Ryze, da kannst du viel mit anstellen, aber der CC auch sein von der Skale ist super gut, deshalb hier der Rückzug einfach und in der Zeit kann Kiddui fleißig weiterfarmen. Ryze ist halt so geil, wenn man es wirklich schafft, den Champion auf vollem Niveau mit vollem Potenzial zu spielen, hat er halt richtig, richtig viele Möglichkeiten, toll, falls ich dich gerade unterbrochen habe, aber alles gut. Ryze ist schon ziemlich strong und ich denke auch, das wird später noch schwerer werden, den im Zaum zu halten, für SK, gerade im Spin-Push. Was man hier aber trotzdem gesehen hat, ist halt, dass die Engage-Möglichkeiten, die Fight-Möglichkeiten von Atok wirklich mehr auf Catches beruhen und wenn der Kogma rausfliegt, wenn der nicht rechtzeitig da ist oder halt einfach so wie eben in der CC-Chain stirbt, dann hat man halt richtig schlechte Möglichkeiten zum Verzüge. Oh, der nächste, der sitzt Glänzer, der Knock-Up geht noch durch direkt danach und Jenex, das war es für dich. Das war eigentlich gut reagiert, aber ich habe es schon angesprochen, die Masse an CC, die Atok einfach mitbringt. Da hilft dir so ein einzelnes Clans einfach nicht, weil es kommt sowieso noch Follow-Up CC und hier bekommt man dafür den Kill. vielleicht sogar noch mal den letzten Tier-1-Tower, denn der steht immer noch in der Midlane, hat inzwischen keine Platings mehr, man braucht aber eine Weile, um den zu vernichten. Kogma gibt seinen Bestes, spuckt er ordentlich drauf los mit seiner Steinzeit-Säure. Man sieht auch, dass Jace ordentlich wehtut, wenn der seine aufgeladenen oder verstärkten Qs über die Distanz trifft. Clay unter Half-Life gedroppt. Also Jace hat jetzt noch gute Möglichkeiten, auch vorab zu poken, die Gegner weiter unter Druck zu setzen, auch im Teamfight aktiv zu werden. Im Speed-Push wird es aber immer schwieriger über die Zeit. Ja, das auf jeden Fall. Schauen, der nächste Drachen, 50 Sekunden da, der Baron auch. Im letzten Spiel haben wir gesehen, da gab es einige Barons, ich glaube, drei waren es im Endeffekt an der Zahl. Also, nee, der dritte wurde dann eben nicht mehr gemacht. Da war dann ein Skate dran, hat den Fight verloren, das Game war over. Einige große Objectives gesehen, einige werden auf dieses Game wieder auf uns drauf zukommen. Ah, Jenex, geht hier wieder knapp den Bein legen. Axio immer noch erst mal ein Item. Von einer Seite aber genauso. 20 Minuten Ingame. Wir können auch mal aufs Gold schauen, tatsächlich. Wie es momentan da steht, erst mal hier, wieder der Hook, der geht knapp daneben, wenn der sitzt. Nur das schmerzhaft, das Bein ding nochmal, aber der Laser jetzt antworten. Wir sehen schon True Damage, der dazwischen durch durchkommt, vom Vel'Kos. Der tut weh. Axio gerade so mit seinem Leben davon gekommen, aber Clyde, der wird hier angegangen, der lädt nur noch, weil man ihn ignoriert. Im Endeffekt jetzt erst Sakra mit dem Kill, Taoba noch Kaliar down. Also wieder viel zu sehr gesplintet, sehr chaotisch. Vor allem, weil man ohne Axio gefightet hat. Das ist jetzt ein eindeutiger Vorteil für SK, denn die sind hier am Drachen, werden sich den sichern und dann mal schauen, was sie in den folgenden Minuten noch bekommen können. Das ist auch nicht Drachen Nummer 1 oder DOS, sondern das ist Nummer 3. Und damit hat man hier zumindest Objective-mäßig mehr bekommen können als auch im letzten Spiel bei SK. Sie hatten auch weiter gegen, dass man den Tier 1-Tor hier nicht bekommt, ist super wichtig. Wenn man den kriegt, kann man die Vision Line, also die praktische Linie mehr oder weniger, wo du die Wards stellst, noch weiter nach hinten in den Gegner-Jungle verlegen, kann besser Sicht aufbauen, kann den eigenen Split-Push besser vorbereiten, kann besser um die Objectives kämpfen. Das ist bisher einfach nicht möglich. Und was ich halt auch dazu sagen muss, ist, so Morgana, da sind jetzt ihre ersten 2 Items ready. Man hätte eigentlich noch einen Sonnerstart dazwischen setzen können, braucht sie ja anscheinend, wie es aussieht, nicht. Man wird auf den kompletten Slow gehen. Man merkt halt, irgendwo fehlt es noch an Damage. Das wird sich ändern, wenn Ryze seine nächsten beiden Items hat. Aber bisher ist es halt schwer, für Adhok selbst, den Vorsprung, den sie eigentlich hatten, auch auf Kogma, wirklich auszuspielen. Also sie es halt nicht schaffen, die Gegner zum Kämpfen zu zwingen oder richtig gut zu catchen. Hat man sich sogar selbst ein, zweimal überraschen lassen. Den Sucker weiter dabei zu pushen. Ryze wird sich irgendwann gegen ihn stellen. Man braucht nur ein Vision, so dass der Java nicht dazukommen kann. Chase ist halt jetzt über stark mit dabei. Das heißt, die Phase müsste es Kay ausnutzen. Die Frage ist, schaffen sie das? Das Kidui braucht natürlich noch ein bisschen. Er hat jetzt seine anderthalb Items, während Janan kurz vom dritten ist. Oder aufs Duker zu... Ne, er hat sein drittes tatsächlich sogar schon. Gerade gekauft. Kommt jetzt aus der Base. Und jetzt ist halt, guck mal, wirklich die Gatling an. Wenn der irgendwo eine gute Position findet, man für ihn peelen kann, was vergleichsweise schwer ist gegen Alistar, gegen freaking Jarvin und auch gegen den Jace. Aber wenn man es irgendwie hinbekommt, dass Janan jetzt hier frei an die Autotechs kommt, dann könnte das sehr bitter werden für das Kayn. Guck mal, macht aus deiner Frontline kurzen Prozess oder mit deiner Frontline kurzen Prozess. Hier erstmal Fons gegen Sacre. Wir sehen schon, so schlecht läuft es für Fons gar nicht. Sacre muss davonrennen. Jetzt aber nochmal rein. Oh, schöner Flash am Ende, aber das Schild von Fons super wichtig. Und Cardi wird dem Sacre hier den Rest geben. Im Endeffekt der nächste Kill. Frenic wäre noch da gewesen, entscheidet sich aber dagegen, dann weiter zu fighten. Klippli über Division. Somit starke Spielt hier von beiden Seiten wieder. Also Fons und Sacre haben hier heute wirklich Bock. Wir sehen auch bei Fons Glacial Shroud im Inventar. Also den kleinen Schild, den man in Iceborne Grounded oder auch in Frozen Heart ausbauen könnte. Ist ganz gut, weil du dadurch nochmal cool und medaktischen Mana-unfalligen Rüstung bekommst. Oh, Kidui auf der Flucht da hinten. Wird jetzt noch ein bisschen gepeatet von Frenic und Janen. Der ist da mittendrin. Da hast du eigentlich nicht stehen, kriegt. Im Endeffekt den Kill geht aber auch down gegen Kidui. Währenddessen hier oben der Trade Velcos gegen Dresch. Doss jetzt noch alleine gegen zwei. Das ist ein Supporter. Der wird ja nicht viel machen können. Hält natürlich noch sehr lange durch. Aber im Endeffekt der Kill, der hier an Xio geht. Das war wichtig. Ja, der freut sich auch endlich mal über seinen ersten Kill und Fawn sagt, ja, Kidui, du kommst hier nicht raus. Ich nehme auch nochmal einen mit. Und auch er mit seinem ersten Kill. Und du hast gerade angesprochen, wenn Rise irgendwann im Game ist, dann wird es schwierig. Und das war für ihn ein Riesenschritt. Vor allem, ich glaube, ihr seid wirklich viele Tank-Items. Also, dass hier irgendjemand ihm gefährlich werden wird, wage ich zu bezweifeln. Zumindest nicht im Slip-Push. In Belknows macht natürlich trotzdem noch einiges an Schaden. Auch nur Wayne, wenn die es richtig spielt, wird irgendwann zum Problem für ihn, Sucker, wenn er dann in diese Q reinhaut bekämpferndler will. Ja, aber die geht hier am Anfang zumindest daneben. Redemption wird nochmal eingesetzt. Hat sich hier Thresh inzwischen als erstes gekauft. Früher hat man häufig Rocket gekauft. Redemption ist inzwischen auch einfach eine gute Möglichkeit, das Team auch von weiter weg zu unterstützen. Hier, nehmen wir an den Baron wirklich durchziehen, wie es aussieht. Harajaran ist in der Nähe. Ja, Baron geht an Atok. Das war super knapp. Chronic hat es dann aber versucht. Er musste vermutlich dafür gehen, denn jetzt mit dem Baron wird das super schwierig für SK. Und Atok jetzt mit so vielen Möglichkeiten lasern nochmal durch. Man will Phones da haben. Sucker auf dem Weg. Ja, dann blockt das Ganze für seinen Top-Laner. Er hat auch nochmal ein Schild gehabt. Und somit kommen sie raus. Alle fünf Spieler haben den Baron Buff. Und der SK muss jetzt irgendwie gucken, wie sie das Ganze verteidigen. Gut gemacht. Aber Frannic hat den Versuch zu stehlen. Und er hat, wie schon vorhin angesprochen, einiges wieder gut zu machen, was da auf der Premier Tour passiert ist. Weil da hat er sich stehlen lassen. Schön von Doss, aber Xio hat ein Black Shield. Boah, der überlebt das halt wirklich. Ignite ist zwar drauf, aber ein Tier-1-Tower abzugeben. Jetzt, nachdem er den Baron geholt hat, ist vollkommen fein. Man sollte jetzt halt nämlich in der Lage sein, bei Atok endlich den unliebsamen Tier-1-Tower zu kriegen, der immer noch in der Mitte steht. Also er steht ja Ewigkeiten. 25 Minuten, obwohl man halt vorne lag, gefühlig. Das dauert schon ein ganzes Weilchen. Das sind quasi 100 Jahre Turmzeit, muss man sagen. Schon ein bisschen mehr sogar. Sogar ein bisschen mehr, das stimmt. Aber es ist auch schwierig, wenn du so bis Minute 15, kurz nachdem die Turmplatten quasi gefallen sind, nicht diesen Tier-1-Tower in der Mitte hast, ist halt immer jemand da. Denn die Mitte ist immer besetzt irgendeiner Verteidigter sowieso. Und dann kannst du nicht einfach so für den Clear gehen oder für den Push gehen. Und das hat SK hier gut verteidigt. Atok hat sich da ein bisschen verrannt für eine gewisse Zeit. Wir haben gesehen, zwischendurch hat das Spiel stagniert. Da hat sogar SK ein bisschen das Tempo vorgegeben. Aber jetzt mit dem Baron Buff, du hast es gerade schon angesprochen, ist der Turm weg. nach über 100 Jahren und jetzt sind eben die nächsten Türme das Ziel. Und sobald da der erste gefallen ist, ist das wie beim Domino. Die anderen werden dann auch folgen. Mal schauen, wo man dem ersten Stein den Anstoß gibt. Von uns kriegt er inzwischen gar kein Damage mehr. Hat sich hier nicht für Iceborne oder sowas entschieden. Aber er hat auch kein Kleptomansi dabei, sondern er hat einfach Righteous Glory gekauft. Damit er auf die Gegend herauflaufen kann. Dein Rise ist also dein Engage. Der ist immer tatsächlich häufiger zu. Du sprintest einfach auf den Gegner, caged, damit du einen Saben CC hast und dann kommt das Morgana-Bein oder der Hook hinterher. Ja, der Hook kommt hier auch wieder rein. Man hat vor allem Janengelte, das war auch nochmal wichtig. Du musst hier aber trotzdem aus der Mitte zurückziehen. Also ja, du hast gerade erklärt, das klingt bei diesem Rise sehr stumpf, aber im Endeffekt mehr brauchst du nicht. Stumpf ist drum. Ja, eben. Und hier könnte das im Endeffekt auch den Unterschied ausmachen. Artwork jetzt mit der nächsten Wave, wenn sie hier pushen wollen. Slows gehen dann nochmal durch. Der Hook direkt auf Frennick, Knockup auch nochmal. Und damit ist der Jarvan komplett rausgenommen. Keine Ult durch, bekommt gar nichts. Und jetzt hat man die Überzahl-Situation. Phones hat die Botlane gepusht, da ist der Zwei-Turm auch down. Theoretisch kann man Top rotieren, denn da steht die Wave auch gar nicht so schlecht. Stattdessen versucht, aber Dossi nochmal zu fighten. Phones gegen drei Leute da, kann hier aber eben einen Zaum halten und wenn das in der Rest des Teams, dann kann sich da nochmal ein bisschen in Sicherheit bringen. Das ist so stark gespielt von Phones, vor allem allgemeinen Artwork, was die Koordination in den Fights gerade angeht, ist nicht schlecht. Jetzt nochmal der Backport. Man will den Baron nochmal rausnehmen für die letzten paar Sekunden. Teleport kommt auch nochmal mit dazu. Mal schauen, ob man die Base hier öffnen kann. Das wäre so ein wichtiger Schritt für Adhoc. Mit der DQ, den man gerade kassiert hat, wird das wahrscheinlich nichts werden. Redemption von Thresh auch nicht ready, also man muss sich hier zurückziehen und Vorsicht weiten lassen. Gutes Binding. An Zivilsfall hätte man ja auch bald wieder die Spooky Ghosts ready. Die Zwillingschatten sind die jetzt hier am Start und dann kann man die Gegner auch nochmal verlangsamen. Und mit der Glacial Augment Rune verlangsamst du die Gegner ja nicht nur, also die zwei Ziele, sondern du hinterlässt auch nochmal diese Verlangsamungsspur, was halt auch nochmal fürs gesamte Gegner-Team schwerer machen kann, hinterherzukommen. Ja, auf jeden Fall. Der Xio kriegt natürlich wieder einen Blue-Buff und wir sehen schon, die Rotation könnte da Richtung Top-Sight erfolgen. Ja, dann holt sich natürlich erstmal den Red-Buff. Guck mal, mit Red. Tut auch gut für EDS. Der ist inzwischen auch bei vier Items. So viel Attack-Speed, das kannst du gar nicht handeln. Na, vier Items. Guck mal. Natürlich gut dabei. Das wird gleich sehr interessant mit anzusehen, wie die Gatlingern da losliegt. Schauen wir, was das letzte Item wird. Also vielleicht Richtung GA, vielleicht... Wir reden bei Cogma über das letzte Item. Wayne hat zweieinhalb. Ja. Das ist halt insane. 70 Farben Vorsprung, zwei Kills mehr und die Toa-Playdings, die raufkommen. Insgesamt hat man natürlich auch mehr Türme. Drei Türme mehr. Ja, drei Türme. Das ist halt schon... schon hart. Ja. Aber was will man erwarten? Wir haben es ja häufig gesehen, dass Bajane genau so läuft. Hier jetzt der Slow und die Autotext von Cogma tun weh, trotz Ultimate. Da kommt der Knock-Up hinterher. Kill auf Alistar. Guter Catch und das sind die besten Optionen für diese Team-Kommo von Atok. Ja, das haben sie wieder gut gespielt und SK weiß gerade nicht, wie sie darauf anfangen sollen, außer mit süßen Pinguinen hier gespammt werden. Rotation von Kadi geht jetzt hoch. Will die Wave da ran pushen. Wir sehen schon, das Team folgt. Sie haben die Vision-Kontrolle in dem Bereich. Sie können da eigentlich nicht angegangen werden, vor allem, weil sie jetzt eben in Überzahl sind. Der Valko-Shaw ist auch nicht schlecht und sagen, also wenn Jannix da irgendwie mal eine gute Ult durchfeuert, da ist auch kurz ein Rabadons. Wenn SK das irgendwie hinbekommt, das noch so zu stallen, dass der Valko-Shaw einen Rabadons bekommt, dann kann das richtig schmerzhaft werden für Atok. Aber dann müssen sie eben erstmal hinkommen. Kann. Na, das muss aber nicht passieren. Vor allen Dingen ist die Frage, wie Atok weitermacht. Also ich denke immer noch, es ist schwer, die Kombo zu spielen. Allgemein Split-Push-Kombos zu spielen ist immer schwerer, als einfach nur so eine Lied-Team-Kombo zu spielen oder so eine Lied-Team-Fight-Kombo zu spielen. Ja. Aber der nächste Baron, der lässt hier wieder nicht lange auf sich warten und was soll ich sagen, hat halt immer noch einen hart gefiederten Kogma, der fast Full-Bild ist. Also eigentlich fällt der gefühlt irgendwann ab und fällt das zu Crit-Ade-Carries. Wenn er aber so weit vorne liegt, brauchen wir nicht über das Abfein reden. Der ist halt so stark, wie er normalerweise erste Minute 40 sein sollte oder 50 sein sollte. Ja. Durch die Ressourcen, die er da zugeschusst hat bekommen. Morgana jetzt auch mit Rabadons hat schon ihr drittes Item, hat halt auch den Vorteil, dass ihre Items etwas billiger sind, weil es halt eigentlich die ersten Fort-Items sind. Also man ist auf einem guten Weg. Fawns hier mit der Super-Tank-Variante hat sich auch nochmal Rhylice dazu geholt. Kann er das im 1 gegen 2 outplay? Das ist die Frage, kann er kurz mit drauf? Fawns hat Flash, er geht nach vorne, der ist super low, der kriegt den Kiel nicht. Aber währenddessen das Team am Baron, das reicht eigentlich aus. Klar, er hat den Buff gleich nicht, aber er hat zwei Leute aus sich gezogen vor dem Jungler. Ja, und das ist der Baron Buff und wir sehen auch mal für den Fall entgehen, denn Doss ist hier oben alleine. Jetzt kommt Kidri mit dazu zusammen mit Yannick's Xio da. Macht das nicht schlecht, ich muss mal aufpassen und Yannick, Auto-Tank für Auto-Tank, der Laser holt nochmal Cardi. 1 für 1 straight. Jetzt muss man hier aufpassen, dass man nicht zu viele Leute mit Baron Buff abgibt. Slow geht da vielleicht nochmal durch. Nee, Bein nochmal von der Seite, nicht schlecht, Clans gezogen. Aber man will da irgendwie hinterher gehen, schafft das Ganze aber nicht. Atok kriegt für drei Leute den Baron Buff hier. Ja, die müssen sich jetzt auch zurückziehen, sicher, sicher. Geht da knapp nochmal daneben. Fawns hat da gerade viel Zeit rausgeholt und hat fast voll in den Kill gekriegt. Das ist halt das Krasseste an der ganzen Sache. Er hat sich, wie schon angesprochen, für Rhyte ist entschieden. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen Overkill ist. Du kriegst natürlich nochmal Leben, was du bisher nicht wirklich hattest. Das ist nochmal angenehm. Und Slow ist halt auch nicht verkehrt, weil du es halt wirklich um eine große Fläche ausbreiten kannst. Trotzdem, wenn man hier schon all das Hero gegangen wäre, hätte man natürlich noch mehr Schaden zu verziehen. Das wirkt so ein bisschen, als würden sie voll auf diese Utility gehen, einfach um das für Yannick vorzubereiten. Die Gegner sind Slow, die Gegner sind gebeindet, wie auch immer. Sie können sich nicht bewegen und Yannick steht einfach da und haut Autotech per Autotech rein. Jetzt versucht man hier nochmal mit dem Flay zu arbeiten. Schafft es sich an alles da ranzukommen. Wichtig, das Slow kommt hier etwas zu spät. Das kann man da auch nicht weiter hinterher gehen. Wenn der früher kommt, kannst du mit dem Hook halt so lange warten, bis die Spooky Ghosts zur Stelle sind. So geht es halt jetzt einfach wieder darum, normalerweise Vision aufzubauen. Ein bisschen zwischen Midlane und Botlane hin und her zu rotieren. Das sind die Lanes, die sich halt einfach am meisten anbieten für einen Split Push. Ja. Hat den Baron. Das heißt, da hat man jetzt erstmal eine Weile eine Menge Freiheiten. SK wird in der eigenen Base bleiben müssen, wird die Waves erstmal annehmen müssen. Jetzt war der Versuch. Kadaklus ist da von hinten rein und da ist Xio down. Der fehlt jetzt schon mal dem Fall. Kidui super low, schafft es aber raus. Jetzt kommt Cardia angesprochen. Der kriegt den Kidui. Stopp und schon Zeit raus. Die Frage, es kommt er nochmal raus. Der Hook sitzt. Aber Cardia, der ist jetzt down. Doss ebenfalls nochmal drin und das war's für Bones. Und jetzt kommt die Ahnen. Die Gatling Gun wurde erst ein bisschen spät aktiviert. Wieder ein sehr unübersichtlicher Fight, muss man sagen. Sehr chaotischer Fight. Was die Kids angeht, für SK besser ausgängig. Die Frage ist, was kann Atok jetzt hier noch rausholen mit dem Barrel-Buff eben? Waker's Wave Clear und Waker's Prognost natürlich nicht so schlecht. Man kriegt immerhin diesen Inhibitor-Turm. Aber das muss man sauberer spielen, wenn man hier gewinnt. Wir haben von hier gesehen, wie gefährlich es wird, wenn Gop mal am Anfang rausgenommen wird. Franny, geht hier sogar noch down. Genauso wie es du, Ash. Oh ja, mit dem nächsten Kill. Er ist jetzt full build, wenn er in die Base zurückkehrt. Und auf ihn kommt's ja wirklich an. Er wurde am Anfang einmal zurückgedrängt. Am Fight musste sich erstmal wieder versuchen, so ein klein wenig hochzahlen. Konnte ich genug riskieren praktisch oder hätte nicht rangehen können, weil's ja zu risky gewesen wäre. Und dadurch hat Eskad den Fight hier nochmal gewonnen. Haben es aber auch wirklich gut gestartet, indem Jace unter anderem mit dem Q nochmal den Kill ja auf Morgana bekommen hat. Oder zumindest unterstützt hat. Mann, 19 zu 18. Das Game ist ziemlich close. Wir nähern uns jetzt auf der 35-Minuten-Marke und ab da wird die Wayne halt irgendwann anfangen, den Kog mal zu überholen, was sie jetzt auch bei drei Items, eineinhalb Items ist. Ich denke, ja, auf keinen Fall. Ich denke, Kidui braucht jetzt noch sein viertes Item, das sollte er auch demnächst haben. Schauen wir mal aufs Gold. Ja, 600 in der Tasche, das heißt, ein bisschen fehlt noch. Infinity Edge wird's wohl werden. Und du hast vorhin schon angesprochen. Guck mal, irgendwann wird er eben überholt. Ach, das dauert nicht mehr lang. Oh, Dost. Das ist auch eine schnelle Kuh. Kombo hier gegen Jahn. Die Laterne liegt da, kann auch greifen, deshalb kommt der nochmal raus. Da hat Dost gerade ein bisschen was einsetzen müssen. Auch er hier mit eben diesen Righteous Glory mit dabei, der redlichen Pracht. Einfach ein bisschen Movement Speed mit aufzubauen. Also eine schnelle Kuh kann einen auch mal überraschen. Ja, gucken wir auch nochmal mit den Crits hier. Hat sich die Klingel der Endlichkeit, also Infinity Edge am Ende geholt. Einfach um noch besser zu scalen, noch mehr Möglichkeiten haben, gegenzeiten. Und ansonsten würde aber keine Items mehr kaufen können. Vielleicht ist da noch ein Pot drin. Vielleicht könnte er die Schuhe noch verkaufen, wobei bei einem Kogma das halt immer super risky ist. Aber jetzt liegt es halt wirklich an Atok mit den Ressourcen, die sie haben, das Game auch endlich zu beenden. 4000 Gold insgesamt und mehr. Ist jetzt nicht so viel. Und man sieht halt, wie gut SK weiter gegenhalten kann. In dem Spiel auch wesentlich weniger Fehler von SK, das muss man ihnen auch nochmal zugute halten. Sie haben halt sich nicht so häufig catchen lassen und das, obwohl das so die beste Option ist für Atok, um halt das Spiel zu beenden. Das ist halt auch so, das ist für die eine Seite für Atok könnte das ziemlich gut sehen, dass der Baron und Drache gleichzeitig spawnen. Wobei, nee, eher für SK, denn die haben ja die vier Drachen. Da bin ich gleich gespannt, wer sich welches Objective sichert, denn Baron gegen Ada muss man dann mal abwägen. Wer gewinnt dann den Fight? Will man überhaupt fighten? Eigentlich ist ja Atok das Team, das sie gerade die ganze Zeit aktiv diese Fight gesucht hat. Schauen wir, wofür sie gehen. Phones erstmal hier weiter aggressiv. Inzwischen auch schon einen übergroßen Start mit Inventar. Mit Inventar. Der tut auch gut weh. Auch Jenex zwischen mit vier Items. Wir kommen jetzt in die heiße Phase. Also ein Fight kann jetzt hier wieder alles entscheiden. Das ist quasi so wie im letzten Game. Schauen, wer diesen Fight gewinnt. Das ist ein Binding, das quasi alles entscheiden kann. Das ist ein Hook, wie auch immer. Clans ist zwar bei Jenex und Kudui zur Verfügung, aber das alleine ist keine Lebensversicherung. Wir haben auch gerade gesehen, dass Jarvan schon wieder im Gegner-Jungle war. Flanking ist natürlich eine gute Option, um hier erstmal einen Gage zu finden und Atok zu überraschen, aber vor allem auch an Kogmar anzunehmen. Weil Kogmar hat selbst keine Mobilität, hat Flash gerade nicht ready, hat die Lantern, die kann man aber blockieren. Und ein Space Shield hilft ihm nicht, wenn er in dem Kataklyismus von Jarvan steht. Also eigentlich ist die Kombo von SK nicht schlecht gegen die von Atok. Das haben wir auch eben in dem Fight gesehen, wo einfach der Kataklyismus kam und instant die Velcro von Jenex hinterhergesetzt wurde. So sollte man es eigentlich spielen. Jetzt hört man sich hier gerade den anderen, der natürlich extrem schnell schmilzt, einfach weil Kogmar mit der Säure wegätzt. SK will aber gegentraden und würde sich damit ihren ersten Baron holen. Was soll ich wieder? Ja, damit würden sie das Game zumindest was so den Push angeht nochmal ein bisschen verlangsamen. Das sieht nicht schlecht aus. Hook sitzt nochmal auf Kidui. Der hat aber seinen Clancy, der Baron jetzt eben bei SK. Janek Security da im Endeffekt. Atok will da wohl hinterher. Guckt, dass sie da vielleicht nochmal den Fight kriegen. Schockblast. Tut nochmal gut weh. Da muss da auch passen. Man flasht über die Wand. Klar geht rein. Auch Kadi ist mittendrin. Will Kidui. Haben wir das down, bevor den Kidui da durchbekommt. Brenner heilt gegen, aber vor uns holt sich da einen Kill. Klai aber ebenfalls down. Das ist schwer. So ein chaotischer Fight den darf Atok so eigentlich nicht nehmen. Auch wenn sie den Aider dran haben. Double kill für Janek. Am Ende kommt Alistar auch nochmal mit rein. Und nur Janen lebt noch. Und das geht komplett nach hinten los. Dieser Chase hier war viel zu viel von Atok. Da hätten sie einfach geduldiger sein müssen. Und somit geben sie hier quasi das Game aus der Hand. Und SK hat jetzt die Pullposition. Janen kommt auch gefühlt zu jedem Fight nochmal fünf Sekunden zu spät. Hat er hier auch wieder lange gebraucht, um dazu zu kommen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er erstmal in den Barren Pit gelaufen ist. Ich denke, die Thresh Lantern hätte hier kommen können, um ihn dazu zu holen. Das habe ich nicht ganz genau gesehen. Trotzdem bitter. Die Gena sind halt angeschlagen. Da kommt ein Flash Engage an der Stelle. Man holt halt viel Zeit raus. Beschäftigt sie. Wenn Kogmar da fünf Sekunden vorher da ist, dann schmälzt ihn ja einfach weg. So. Gibt es jetzt erstmal ein paar Türme für SK. Die Todestimer sind inzwischen wirklich lang. Und vor allem hat man ja den Barren Wach. Also damit wird man jetzt noch besser in der Lage sein zu pushen. Den goldener Sheet konnte man hier sogar direkt wieder ausgleichen. Und jetzt muss Atok wirklich gucken, dass sie sich keinen Fehler mehr erlauben. Weil die nächste große Fight-Aktion, die wird wahrscheinlich alles entscheiden. Ja, das ist auf jeden Fall. Also ein Fight. Ja. Ich würde hier vermutlich das Game Richtung Ende drücken. Die Frage ist nur in welche Richtung, ja. Red Side oder Blue Side. Wo wird der Nexus zerstört? Ich würde sagen, Richtung Nexus wird zu Ende gedrückt. Krass. Meinst du den einen oder den anderen? Ich meine den vom Vanera. Oh. Jetzt verstehe ich League of Legends erst. So finisht man übrigens Games, Clarks. Ja, ich habe noch nie gewonnen. Deshalb weiß ich das nicht. Ah, schwierig. Bist du also Maxim Junior? Ja. Hart. Wir haben hier jetzt gerade SK nochmal mit einem Push komplett als Fünf-Mann-Truppe. Die lassen sich hier kaum irgendwie die Möglichkeit, sich schlecht zu positionieren, weil sie jetzt zusammenbleiben. Sie wissen, dass sie im Teamfight im direkten Fünf-Gegen-Fünf wirklich gute Optionen haben. Und sie wissen auch so ein bisschen, was ihre Schwäche im letzten Game waren. Posted hier nochmal die Wards. Man versucht jetzt einfach Vision aufzubauen und nicht mehr überrascht zu werden. Aber ich denke auch, dass Atok wenig Lenkmöglichkeiten hat. Und Ryze. Ja, der ist zwar tanky, aber der macht nicht wirklich viel Damage. Zumindest bisher noch nicht. Ja, jetzt nochmal der Slow über Morgana. Die Gegner werden verlangsamt. Kein Follow-Up übers Binding. Zumindest kein Treffer. Man hat zwar versucht zu setzen, aber konnte die Gegner nicht festhalten. Wir haben noch ein Item, was der Wayne praktisch fehlt. Werden Kogma schon eine ganze Weile auf Full-Item-Bild rumdümpelt. Wir haben Sonjas und Rabadon sind inzwischen bei Morgana. Das sind nochmal bessere Möglichkeiten für sie, um alles zu gehen. Das ist ja in dem Turm. Also SK spielt das gerade ganz sauber runter. Bleiben ruhig jetzt hier in dem Fall mal. So wie Atok das quasi nicht getan hat. Da muss man auch sagen, mit einem Velcro's hast du so viele Möglichkeiten. Allgemein, Velcro's und Jay's poken einfach, poken und poken und poken. Auf der anderen Seite kommen die Leute eben nicht ran und müssen den Turm aufgeben. Ist Hell hier drin, oder? Jo. Cool. Ich werde geblendet von den Plays von SK an. Die können hier halt jetzt endlich das 1 gegen 1 holen. Im Finalspielen ist es für sie halt bisher immer schwer gewesen, überhaupt nur ihn mitzunehmen. Zumindest auf Offline-Finalspielen. Da hat man auf den letzten immer das Nachsehen gehabt. Eine lange Leidensgeschichte und die könnte man jetzt eventuell berechnen. 100 Farmen mehr auf Velcos hier an der Stelle. Dafür aber auch fast 100 Farmen mehr auf Kogma. Bloß der Kogma kann mit dem deutlich zuerst anfangen. Er hat jetzt 4000 Gold im Inventar und kann nichts wirklich optimieren. Die Schuhe könnte man wie schon gesagt überlegen irgendwie auszutauschen. Man könnte auch überlegen auch mehr Single-Target-Damage zu gehen, aber vielleicht für einen Phantom-Dancer, weil du nochmal das Schild hättest. Wäre eine Option. Du kriegst ja normalerweise dadurch auch nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten was Movement angeht, aber ich glaube bei Kogma sind die Boots so wichtig. Bisher kam man halt immer zu spät. Da wäre es halt nicht optimal, wenn du noch mehr Movement-Speed abgebst. Mal schauen, was man daraus noch machen wird. Auf jeden Fall der Ryzen mit Potential, ihm fehlt ein komplettes Item und auch beim Organa kann da noch was dazukommen. Rex ist inzwischen auch nicht mehr ganz so stark, auch wenn Kadi einige gute Aktionen in den letzten paar Minuten geliefert hat. Die Einzigen, die wirklich hart hinterherhängen, was Item angeht, sind natürlich die Supporter. Thresh inzwischen nochmal mit Sieg ist. Also auch da die Möglichkeit nochmal Kogma zu verstärken. Bisher war es so selten. Ich glaube, wenn Yarnen bei den Anfangs-Fight schneller dabei gewesen wäre, hätte man mehr machen können. Dann hätte man wahrscheinlich das Game auch deutlich besser in die Bahn von Atock lenken können. SK gerade mit dem kleinen aber feinen Rückzug hier auf der Botlane müssen einfach die Waste verteidigen. Atock muss aufpassen, da kommt der Jump von hinten. Sie wissen, sie sehen es, aber Doss ist schon mittendrin, da geht er für den Gage. Jetzt kommt der Kader-Kluss von hinten, Yarnen steht da drin, hat das Blacksheet, muss aber rausrechnen, der Laser und man kriegt ihn und Yarnen ist dauernd gleich ebenfalls. Und das ist der Fight, den SK gebraucht hat. Founces nochmal alles, ist ja aber auf sich allein gestellt. Jetzt kommt Kadi nochmal wieder, aber das reicht nicht. Triple Kill im Endeffekt für Sakre. Lasst niemals Jace auf für diesen Mann und das wird das Game sein. SK gleicht hier im Sinn League-Finale aus und kann sich somit zumindest erstmal bis zum Minimum vierten Spiel retten. Ich muss sagen, ich finde den Rise-Item-Bild ein bisschen zu passiv. Es muss noch nicht direkt vorbei sein, man geht über die Botlane, um auf Nummer sicher zu gehen, gerade wenn man da natürlich auch eine Wave hat und an die Türme ran will. Aber die Death-Tammer sind schneller. Die Todes-Tammer sind zu lang, 30 Sekunden, ich habe gerade nur auf Thresh geachtet, das sollte auf jeden Fall vorbei sein. Am Midlane hätte man auch Minimums gehabt, hätte die aber noch mal ranpushen müssen. So zieht man es einfach hier über die Botlane durch. Schnelles Ende für ein langsames und langes Spiel. Und am Ende, ja, SK mit einem soliden Win, haben sie sich wirklich wenig Fehler erlaubt. Ich denke trotzdem, dass hier noch ein Gesamtsieg für Atok drin sein sollte. Wenn SK hier aber eins gezeigt hat, dann dass man sie nicht unterschätzen sollte. Diesmal haben sie eine bessere Team-Comp gehabt, haben halt einfach auch wirklich gute Optionen gegen Kokma gehabt. Also ein Kataklysmus und ein Velcro-Laser ist das Unangenehmste, was du als Kokma haben kannst. Ja, krass. Ich mag den Rice-Baid nicht. Ja, der war dir tatsächlich ein bisschen in den Augen. Muss ich mal sagen, man hat es halt gemerkt, es hat ein bisschen was gefehlt. Ich verstehe, warum man ihn genommen hat. Ja, klar, aber vielleicht hätte man, wenn man so ein Rice-Baid gibt, nicht die Morgana mitnehmen sollen. Du hast schon ein bisschen angesprochen, ein Schaden fehlt. Das hat damit gefehlt. Ja, das auf jeden Fall. Wir können ja, ich gucke mal ganz kurz auf die Damage-Graphen, dass wir hier nochmal eine Bestätigung bekommen. Ja, gut. Rice hat so viel Schaden gemacht wie Morgana und Rek'Sai. Das ist halt, Jarlene hat alleine so viel gemacht wie der Rest seines Teams gefühlt. Schade. Ist nicht optimal. Aber das sind so Fehler, die kannst du eben in so einer Best-of-Five-Team wie es eben wieder aus. Ich glaube auch, wer hätte es Jace damit härter unter Druck setzen können. Aber naja. Wir werden nächstes Game sehen, wie es da aussieht. Ich freue mich wieder seltener gezeigt werden oder zumindest nicht auf die Art und Weise präsentiert worden sind. Ja, bin gespannt, was kommt. Aber erstmal kommt eine Pause. Bis gleich. Macht das wunderbar. Was ist denn da los? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 logischerweise. Und ihr bleibt auch länger am Leben und kriegt noch mal ein bisschen mehr Pausenzeit, die ihr genießen könnt. Bis gleich. Ich hoffe, sie überstehen die drei Minuten. Bis gleich. 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 Und damit herzlich willkommen zurück zum dritten Game des Abends. Es ist immer noch SK gegen Artok natürlich und wir tauschen auch hier oben natürlich alles aus, damit es so richtig ist, wenn X-Split mal mitmachen würde. Und damit sind wir gespannt für Game Nummer 3 und mal schauen, wer sich jetzt hier den Vorteil sichern kann. Ja, wer endlich wieder in Führung geht, es gab ja gerade den Ausgleich geschafft. Vielleicht haben sie jetzt das Momentum, das Ganze auch durchzuziehen, um halt hier nochmal ein Segment zu nehmen. Auf jeden Fall sollte die Team-Kombo im eigentlichen Spielstil gut stehen. Ob Jenex sich durchsetzen kann mit Silas gegen Xio, den Silas-Player, den wir aktuell immer wieder in Silas spielen sehen. Mal gucken. Auf jeden Fall haben beide hier Aftershock dabei, um eine gewisse Tankiness aufbauen zu können. Jenex muss hier direkt flashen. Bitter! Da wollte man trappen und war am Ende derjenige, der in der Falle eingesperrt war. Ja, das darf ihm da eigentlich so nicht passieren, aber ein Flash im Early-Game ist ärgerlich. Im Endeffekt, wenn er aber sicher genug spielt in der Lane, sollte hier nicht weiter was passieren. Natürlich aber für Cardi jetzt eine Möglichkeit, als Kindred sehr früh schon aktiv zu werden, gerade in der Mitte. Ich bin mal gespannt, ob er gleich das Krabben-Lotto gewinnt. Ist ja immer noch die Sache, die mich an Kindred eigentlich am meisten stört, sage ich mal in Anführungszeichen. Einfach, es ist halt komplett random, wo dein Camp gleich rauskommt. Du weißt nicht, ob die Seite, auf der du startest, die richtige ist. Klar, wenn du irgendwie Prio hast in den Lanes, dann kannst du trotzdem für beide Krabben gehen. Das ist irgendwie möglich, aber das ist halt super schwer umzusetzen. Deshalb muss man immer hoffen, dass eben die Krabbe auf deiner Seite das Kindred-Siegel bekommt für diesen ersten Passive-Stack. Ja, und auch später ist es schwer, sich wirklich die Stacks aus dem Gegner-Jungel zu holen. Da kann man halt häufig getrappt werden. Du musst gerade bei einer Rekseil wirklich vorsichtig sein. Und die Bot-Name von SK, egal ob sie Prio hat oder nicht, kann halt einfach aufgrund dessen, dass sie hinterm Kench haben, schnell rotieren. Da ist man dann halt ab Level 6 mit der Ultimate auch schnell dabei. Da wird man sich so ein klein wenig von 8 nehmen müssen. Ansonsten ist aber Kindred ein guter Pick, weil er halt nochmal stark scaled. Ich denke, nochmal mehr Schaden wird. Wobei, ich glaube, in dem Game hätte man gar nicht so viel Schaden gebraucht. Im letzten Game wäre das nochmal angenehm gewesen. Ja. Aber man hat das Krabben-Lotto jetzt gewonnen. Vor allem, was man auch weiß, ist, dass sich Frannic in den Gegner-Jungel begibt. Und der Counter-Jungel, den hat man selbst gut gewartet. Wenn ihr da auf dem Minimab-Bricht im Rekseil guckt, seht ihr da auch ein rotes Wort stehen von Ad-Hoc. Das heißt, Kadi hat gerade erstmal Freiraum. Weiß, hier unten wird ihm nichts passieren. Ja. Krabben werden 1 zu 1 ausgehen. Im Endeffekt hat er einen Camp weniger in seinem Jungle. Aber er hat eben diesen Stack, der heißt, das zu verkraften. Und kann eben gucken, ob er dann gleich schon für einen Gank geht. Wir sehen jetzt gerade den Raum von Thresh in die Mitte. Man wird dann direkt gut Druck machen. Auch Kadi auf dem Weg. Das könnten 3 gegen 2 werden. Hier, wenn Jannix da zu weit vorne ist. Ungeppig drauf, der hat kein Flash. Der Hook geht aber ins Leere, denn über die E ist Jannix da mobil genug. Jetzt sind wir geplayt. Das darf nicht so nicht passieren. Man geht nach vorne und der Kill kommt hier nicht durch. Die Heilung nochmal jetzt, First Blood. Für Kadi im Endeffekt. Trenic war zwar da, aber zu spät. Und das hat Ad-Hoc wirklich skrupellos runtergespielt. Und die Flash-Losigkeit von Jannix ausgenutzt. Ja, da ist Jannix alleine einfach dran schuld gewesen, nachdem er nochmal nach vorne gegangen ist, dass er da den K.A.P. gegeben hat. Wollte sich vielleicht nochmal gegen das Ignite gegenheilen. Aber das ist, glaube ich, an dem Ende genau ausgelaufen. Also, ein bisschen zu zugewagt, was er da gemacht hat. Oder vielleicht auch einfach nur Unlucky. Auf jeden Fall gibt es hier das First Blood für Kinrid. Auf jeden Fall für Kadi angenehm, der dadurch nochmal goldenmäßig nach vorne kommen würde. Und der braucht jetzt halt seine Stacks, so schnell es geht, um als Kinrid wirklich effektiv zu werden. Top-Lane Jace gegen Jarvan. Eigentlich hat Jarvan am Anfang sogar noch Möglichkeiten, den Jace zu töten. Wenn du aber gut spielst, und wir wissen, dass Sakre das kann, dann sollte Jace die O-Bahn haben. Und sollte natürlich auch demzufolge den Tower-Reiter unter Druck setzen können mit seinen Auto-Attacks. Ja. Mal schauen, völlig jetzt die Top-Set unterwegs. Sieht aber, er kann nicht wirklich für die Ganks gehen. Kadi jetzt auch auf dem Weg in die Base. Das heißt, die ersten kleinen Items kommen für die Jungler mit dazu. Ja, Sakre stellt er direkt auf Vision auf. Will nicht gegankt werden. Aber Fawns jetzt hier mit dem Top-Lane-Jarvan. Wir haben ihn bisher in den beiden Games im Jungle gesehen. Da auch eigentlich solide von Frannic, muss man sagen. Also, zuspielst du halt den Jarvan. Mal schauen, wie Fawns jetzt hier auf der Top-Lane damit klarkommt. Und vor allem welches Item mit. Wir hatten jetzt dann mal Tank-Jarvan. Mal schauen, ob es jetzt auch wieder eher eine Front-Lane wird, oder ob man für ihn Damage geht. Weil eigentlich hast du genügend Schaden auf seinen von Ad-Hoc. Ja. Das ist auf jeden Fall. Ich denke auch, ihn würde ein Tank-Jarvan insofern besser tun, dass sie einen Engage hätten. Dass sie eine Front-Lane hätten. Es kann sein, dass ihr hier trotzdem am Anfang gleich Kleaver oder ähnliches baut. Und dann halt erst Richtung Tank geht oder auf Tank geht. Aber auch sowas wie Sterak. Sie sind zu schnell in der beliebten Variante. Man könnte auch nicht auf den Top-Tank gehen. Es gibt einige Möglichkeiten, wie man sich da anpassen kann. Gegen so einen Immobilien-Champion wie Varus ist es eigentlich ganz geil, den Jarvan zu haben. Wir haben ja eben gesehen, wie gefährlich das für Kogma wurde. Hier hat man aber Tam Kensch. Der entweder seine Teamkameraden über den Kataklysmus hinweg fressen kann und so rausholen kann. Oder einfach rausspucken kann, falls beide eingesperrt sein sollten. Das wird also nicht ganz so leicht. Bot-Lane. Jetzt der nächste Gang-Versuch. Handos kommt gerade so durch die Nutzung seiner Samanas da raus. Aber wir sehen schon, Kadi ist da wirklich aktiv unterwegs. Also macht da viel Druck. Ja, das muss er auch tun. So spielst du, ich kenne dich hier aus. Macht er nicht schlecht. Ja, lässt dafür ein, zwei Jungle-Camps liegen. Das ist aber in Ordnung. Vor allem bekommt er gerade nochmal die Krabber auf der Bot-Side. Das ist für ihn wirklich optimal. Im Normalfall könnte er jetzt vielleicht, man könnte sich dann gut... Ein Drache wäre jetzt hier eine Möglichkeit, denn die Bot-Lane steht gerade gar nicht so schlecht. Man kann sich ziemlich sicher sein, dass eben Pranic auf der Top-Side ist. Das Problem ist, es wäre ein Ward am Drachen. Jetzt kommt der Ping da durch. Man ahnt das Ganze, beziehungsweise man wartet da drauf. Vielleicht ist er sogar schon dran, so wie es aussieht. Macht er den schon. Jetzt die Rotation hoch. Die Sache ist, SK kann nicht wirklich darauf antworten. Die Frage ist, was sollen sie da gerade gegen Thun auf der Bot-Lane. Ist man wieder dabei reinzupuschen. Ja, noch wieder mit einem Farm-Vorsprung. Ich glaube, das brauchen wir kaum noch erwähnen, weil es halt wirklich in jedem Game passiert. Hier hat man sich jetzt gerade den Drachen nochmal geholt. Und so ein Höllendrache ist wirklich geil. Gerade wenn du eine Menge Schaden im Team hast. Arjavan wird dadurch auch nochmal etwas mehr Burst Potenzial bekommen. Und bisher sieht es so aus, als würde SK eher den Fokus auf die Top-Lane setzen. Einfach um den Jace nach vorne zu bekommen, um auch die Tower-Platings einzureißen. Und bisher funktioniert das gut. Sack also die Lane, um die man eher häufig bei SK spielt. Und Yharnen, derjenige, um den man eher bei Atok spielt. Ah, Sakri hier oben. Wir haben gerade gesehen, der Wave-Clear, der war schmackhaft. Schauen wir, ob das Game-Free noch so schmackhaft hat. Also letztes Game hat er das Ganze nochmal mit einem Triple-Clear abgeschlossen. Ich weiß halt nicht, ob du Sakri immer noch auf Jace spielen lassen solltest. Das ist jetzt auch hier wieder mit der Spellbook-Variante. Auch das nochmal einem, auf der du Jace sehen kannst. Der Mann ist halt einfach insane, muss man sagen. Und dann auch noch mit einem seiner besten Champs hier unterwegs. Schauen wir, ob das Atok nicht zum Verhängnis wird. Da natürlich, das Item-Bild könnte sehr interessant werden. Dass man mit der Trainer anfängt, ist logisch. Aber schauen wir, was danach kommt. Eben, weil das glaube ich, wird wohl nicht nochmal wiederholt werden. Da würde man sich eher für etwas anderes entscheiden. Na klar, jetzt auf dem Weg nach oben. Kadir ist ebenfalls da. Sakri könnte also angegangen werden. Ich habe es gerade gesagt. Der muss eigentlich rausgenommen werden. Kataklysmus wäre bereit. Na, geht doch nach vorne, geht rauf. Da oben der Fein. Man muss jetzt mal schauen, dass wir da irgendwie hinkommen. Und das Ganze sehen hier. Irgendwann ist Sakri kommt raus. Ja, sogar mit ziemlich viel Leben. Ja. Das heißt, da hat der Kataklysmus nicht ausgereicht. Jenex hier in der Mitte. Ebenfalls nochmal auf Nummer sicher gegangen. Inzwischen auch Thresh und Kinnüt am Start. Beide können aber nicht viel machen. Da hat man sich richtig positioniert. Na, eher nach unten gestellt, sodass Rex auch hätte dazu kommen können. Das Spiel ist wieder ein bisschen verhalten. Der Unterschied vom 1. zum 2. war schon ziemlich groß. Auf der Top-Lane fightet man gerade so aggressiv wie möglich. Saka mit wenig Mana. Aber trotzdem in der Lage, von uns immer wieder zurückzudrängen. Der Blue-Buff geht hier gerade an Xio. Für ihn ist es halt auch wichtig, dass er seine Trainer einfach stacken kann. Irgendwann sollte er da so ganz gut dastehen gegen Silas. Bis jetzt am Anfang kommt es halt wirklich drauf an. Dass man es schafft praktisch, immer wenn Silas traden will, Saves in Cage zu setzen und dadurch seinen Aftershock auszulösen. Das hier erscheint sehr gut zu funktionieren. Am Farm ist ausgeglichen. Der Unterschied wirklich mehr auf Top-Lane und Bot-Lane. Ja, wir haben gerade gesehen. Frannic da gut mit Druck. Drückt Founs ein bisschen weiter nach hinten. Der muss da unter seinem T2-Turm stehen. Dafür aber Cardi hier unten. Man will wieder Yharnen ein bisschen Gold geben. Doss jetzt nochmal geslowt. Der Hook drauf. Clans gut gezogen hier in dem Fall. Aber es wird nicht reichen. Yharnen bekommt den Kill. Ich habe es gerade gesagt. Die Gold-Delivery-Maschine, die läuft wieder. Jetzt versucht man hier natürlich auch am Turm noch ein bisschen Druck zu machen. Wir sehen, die Minions sind gerade noch nicht dran. Das heißt, man muss sich gleich erstmal nochmal zurückziehen. Was natürlich super viel Zeit kostet. Jetzt kann man wieder ran. Währenddessen aber oben schon Sakre und Frannic fleißig am Pushen. Es sollte noch nicht für den ersten Turm reichen. Denn Founs ist auf dem Weg. Aber man bekommt hier insgesamt vier Turmplatten auf der Top-Side. Auf der Bot-Side wird es nicht so viel sein im Endeffekt. Man kriegt sogar noch mehr, weil man Teleport mit dazu. Das ist so smart von SK. Die wollen den ersten Turm haben. Denn Atock bekommt den nicht. Und damit bringen sie zum einen Jannix und Frannic nochmal gut nach vorne. Nee, Jannix und Sakre gut nach vorne. Und halten eben Yharnen klein. Das ist stark gespielt von SK. Gutes Makro hier in dem Fall. Und mal schauen, wo sie die nächsten Schritte hinwagen. Jannix ist gerade mit der Threshold unterwegs. An diesem Game hat er auch nicht die besten Ultimates. Normalerweise versucht man sich halt eher mit Seilis sowas zu klauen wie die Hecarim-Ultimate vorhin, mit der man halt wirklich einen guten Engage schafft oder erstmal einen Gap-Closer hat. Dann kommen dann die Leute oder irgendwie HCC oder was mitbringen. Der Alistair-Ult ist eigentlich auch ganz geil. Aber die Rise-Ult bringt ja nicht so viel. Bei der Ult von Kaiser kann man so ein bisschen diskutieren. Die Kindert-Ult ist wahrscheinlich auch nicht ganz so geil, weil die Gegner können sie auch immer nutzen. Wahrscheinlich sind die Besten wirklich die Box oder der Kataklysmus von Jarrah. Das soll die beste Option sein. Hier wieder ein Catch über den Hook. Dann Catch aber zur Stelle. Vielleicht auch nochmal. Laterne wird geschmissen, dass Yharnen mit dazu kommt. Aber man entscheidet sich dagegen, weiter zu chasen. Das wäre hier zu aggressiv gewesen. Und Axion, damit wir das weiter das Farm fest, geht auf seinen Seraphen zu. Dann will natürlich erstmal die Steaks sammeln. Yharnen auf der Bot-Seil. Wir schauen nochmal aufs Gold gerade. Ja, noch ist... Also, wobei, er ist halt schon wieder 1000 vorne durch die Keh, eben durch die Turmplatten. Das ist genau das, was Atok will. Auf der anderen Seite ist aber dieser 1000-Gold-Vorsprung bei Sakre. Aber der gleicht das Ganze wieder aus. Auf der anderen Position eigentlich alles ziemlich even. Und... Mal schauen. Wer kann hier mehr carryen? Der gefielte Yharnen oder der gefielte Sakre? Wir werden es vermutlich gleich sehen. Jetzt erstmal die Rotation in die Mitte. Bot-Lane T1 wird auffallen. Harald eingesammelt hier von Frannic. Das ist auch nochmal super gut, um Tempo reinzubringen. Wir haben es schon gesagt. Sie haben so dieses Mid-Game-Team. Und das wollen sie eben auch unterstützen. Durch den Push, durch den Spawn des Haralds. Warum auch immer. Da kamen gerade Fragezeichen-Things auf der Seite von Atok. Die wissen wahrscheinlich selbst nicht, was da passiert ist. Na, gerade so einen Harald kann man ja immer außer Sehne ersetzen. Ah, jetzt erstmal der versucht, Jannix zu catchen. Der flasht nochmal raus. Das war wichtig. Der Hook sitzt hier direkt. Aber Dodds ist da, um seinen AD-Carry zu pressen. Das ist da wichtig. Die Varus, die auch echt gut saß hier. Der Schaden. Frannic macht das nicht schlecht. Wird nochmal gefangen vom Runen-Käfig. Aber man kriegt hier einen Kill. Man kriegt den zweiten Kill. Und er hat jetzt eine gute Position, um gleich den Draxin. Um vielleicht noch mal Kills zu holen. Denn Jannin, Cardi und Klay sind da auf der Flucht. Schönes Fly nochmal. Es sollte aber insgesamt nicht reichen. Denn gleich kann Sakran wieder in die Range form. Schockblast kommt durch. Der nächste Kill 3 zu 0 Trade in diesem Fight. Plus Drach für SK. Wenn dessen der Heroid auf der Top-Set, der da gerade langsam pusht, vielleicht sogar einen Charge durchbekommen wird. Und auf der Bot-Set kann man auch nochmal Druck machen. Also der Fight für SK ist super gut. Da hat sich Klay gerade nochmal geopfert am Ende so, dass man sich entscheiden musste, für wen man geht und nicht komplett einfach rüberrennen konnte. Aber SK ja, mit einem sehr starken Fight. Das wird ihn hier ihren ersten Drachen einbringen an der Stelle. Und man hat auch gesehen, die Jungs fühlen sich recht wohl mit Champions, die halt jetzt schon viel machen können. Die halt nicht Ewigkeiten warten und scalen müssen. Damit der erste Dirache für SK. Im Bergdrache, der es ihnen auch erleichtern wird, später Richtung Baron zu gehen. Das wird auch nochmal wichtig. Der Kind-Nut-Stack von Kadir hier im gegnerischen Jungle. Die Witzka, glaube ich, aber gerade sehr, sehr schwer ihn zu punishen, wenn er wirklich für den Stack gehen sollte. Rek'Sai im unteren Jungle unterwegs. Weiß man natürlich. Na, man hat gesehen, dass die Gegner den Drachen gemacht haben. Man weiß auch, dass sie sich hier zurückziehen sollten. Demzufolge versucht man sich direkt den Stack zu holen. Ist okay. Können gleich mal gerne gucken, wie viele Stacks Kadir inzwischen schon hat. Äh, vier sollte man ja normalerweise so schnell es geht bekommen. Ja. Zumindest fürs erste Upgrade. Oh, man nutzt sich erstmal den Blue-Upgrade. Lass den Stack erstmal Stack sein. Ist ein bisschen sicherer. Ähm, bleibt da. Oder man geht nicht so weit in den Gegner der Jungle, denn solange die Türme noch nicht gepusht sind, kannst du das eigentlich nicht. Ah, SK hat da viel zu viele Rückzugsmöglichkeiten oder eben auch Orte, Richtung, aus denen sie kommen können hier. Ja, einen Grad sehr weit vorn. Kassil hat gut Schaden eben von Jenex. Ketten gehen auch nochmal rauf. Der Schaden im Endeffekt reicht nicht aus. Jetzt ist er auf der Flucht. Der Bait. Der geht da gut durch. Kadir überlebt das Ganze nochmal. Kriegt im Endeffekt den K. Aber jetzt die Rotation eben von Doss und Frennic zusammen. Teleport auf der anderen Seite kommt auch nochmal dazu. Und das könnte bitter werden für SK. Doss frisst hier nochmal seinen Jungle. Er wird immer gehuckt. Cleans kommt gerade noch rechtzeitig. Aber die Ult geht da rauf. Man kriegt hier Kill für Kill. Eins für eins. Sub für Sub. Jetzt vor uns. Die Hanne. Die sind super low. Hier oben nochmal der Knock-Up. Double Kill im Endeffekt für Frennic. Lässt aber im Endeffekt auch sein Leben. Und Zagre kann da für den Clean-Up kommen. Springt nochmal rauf. Aber im Endeffekt daraus geflasht. Auch Gedui ist auf dem Weg. Also die wollen noch. Die haben Long-Range-Poke. Da kommt die Flash. Q, die Autotech. Es reicht nicht. Kommt der Schockbrass von Sankre im Endeffekt nochmal. Er trifft und kriegt den Kill. Und SK kann sich hier in diesem Fight nochmal ein bisschen retten. Und das war schon wieder so lang. Aber beide Seiten mit wirklich schönen Aktionen. Starkes Ding. Erinnert mich so ein bisschen an den Fight vom letzten Game, wo wir auch zwischendrin diese Mega-Teleport-Action hatten, wo halt alle immer dazugekommen sind und versucht haben, das ein- oder zweimal zu drehen. Bryce in der Mitte am Pushen. Ist ganz gut, dass Xio da versucht nochmal Objectives zu bekommen. Leider steht hier nur etwas lange. Denn Saka kam hier gerade von hinten. Jennings auch wieder da. Trotzdem kommt er weg. Gut gemacht von ihm. Top-Lane. Muss Janen hier aufpassen. Hat er gerade einiges daneben gesetzt. Und hat auch nicht die besten Chancen gerade im 1 gegen 1, wie es aussieht. Ein Varus mit dem Blade steht natürlich schon mal besser da als die Kaiser. Und wir sehen auch in dem Spiel, hat er nicht so einen hohen Vorteil wie vorhin. Natürlich ist das Match-Up auch ein anderes. Die Kaiser braucht sich schon gesagt. Weil dann Kogman fühlt sich mit einem oder zwei Adams einfach schon deutlich wohler. Aber das könnte der zweite Sieg für SK werden. Und ich bin ganz ehrlich, wenn SK zwei Games gewinnt, gerade in Folge, dann glaube ich, werden die heute mit einem Sieg nach Hause gehen. Meinst du? Ich bin mir natürlich hundertprozentig sicher. Ich habe auch am Anfang ad hoc als Favoriten gesehen in der Begegnung. Aber SK spielt gut auf. Und vielleicht ist es halt wirklich dieser Offline-Faktor, der sie normalerweise in den Strauchern bringt. Ja. Das kann sein. Also die Nervosität auf so einer Stage natürlich ist noch mal was anderes. Hier haben sie ihre Comfort-Zone, spielen von zu Hause, beziehungsweise aus ihrem Office. Ähm. Ein gewohntes Umfeld. Kann natürlich auch nochmal helfen. Was sagt er jetzt hier nochmal gegen Fouls? Bekommt Unterstützung von Frennic. Der hätte noch seine Kombo hier vor uns, um rauszukommen, rettet sich unter den Turm. Das war wichtig. Aber wir sehen schon, der Druck, der jetzt über die Sideline hier kommt, und Saka mit 2-0-3 wieder anderthalb Items. Das wird schwierig für ad hoc, den da irgendwie nochmal auszubremsen. Ah, Botland-Turm wäre jetzt noch der letzte T1-Turm, den man natürlich haben will. Wenn der down ist, hast du wieder mehr Möglichkeiten. Kannst die Rewards stellen. Ah, Duolaine hier in der Mitte unterwegs. Auch Kidui. Kein schlechter Spiel. Man muss sagen, im ersten Game kam er schwierig rein. Auch letztes Spiel hat er seine Probleme. Aber im Laufe des Spiels kann man aber besser rein. Hier ist er von Anfang an auf jeden Fall schon mal aufmerksamer, muss man sagen. Man hat auf jeden Fall in dem Game schlechtere Möglichkeiten, gegen den J-Spit-Bush gegenzuhalten als im letzten Spiel. Javon ist natürlich nicht verkehrt, aber er muss sich erstmal die Amato holen, um selbst irgendwie clear Möglichkeiten zu haben. Und hat, was Items angeht, auch ein ziemliches Nachsehen. Gerade 30 Farben weniger. Wir sehen es auch, Sakre mit der Reichweite. Einfach bessere Option, den Tower mitzunehmen. Da kann sich Fouls nur zurückziehen. Das wird den nächsten Tower hier für SK einbringen. Jace ist was, dass er geht halt einfach extrem schnell und nutzt halt jede Möglichkeit aus, praktisch da auch irgendwie nach vorne zu pushen. Und man sieht, wo der Fokus bei beiden Teams liegt. Bei SKs ist es wirklich eher das Jungle-Top-Lane-Duo, mehr oder weniger. Na, gerade Sakre, wenn er Spit-Push-Champions kriegt oder Champions kriegt, die das Potenzial haben, die Carry-Schuhe anzuziehen, dann versucht man ihm halt auch, den Schuheanzieher dafür hinzugeben. Auf der anderen Seite ist Janin halt derjenige, der häufig im direkten 2 gegen 2 nach vorne kommen kann, zumindest was Farmen und Playdings angeht. Hat aber auch im letzten Game gezeigt, dass er halt manchmal so ein bisschen zu übervorsichtig ist vielleicht. Man ist natürlich anderes gewohnt. Wir haben mit Janin auch ein bisschen gequatscht. Irgendwann ist ein cooler Dude. Aber der hat auch gesagt, gerade am Anfang, wo er in diese ganze Szene reingekommen ist von den Dachteams, dass die Spiele halt schon deutlich anders spielen als in der LCS damals. Viel unkoordinierter, viel unvorhersehbarer. Das ist für ihn halt auch schwer richtig zu prädikten. Auf der Topline kann man prädikten, dass da Jenex wahrscheinlich nur knapp rauskommen wird. Schafft es am Ende aber trotzdem. Da wollte Xiu nicht weiter hinterher gehen. Hatte auch keine Fähigkeiten mehr, mit denen er da irgendwie Jenex hätte festhalten können. Aber auf der anderen Seite der Karte, es kam mit dem Play in Bezug auf den Drachen. Denn den haben sie sich gesichert. Der zweite Bergdrache, und das bedeutet mit diesem Onlet Varus zum Beispiel, auch mit einer Rek'Sai, und Silas kannst du nachher beim Baron sehr viel Druck ausüben. Frannic, hier der ist in der Tür, und er kommt nicht raus, denn sein Tunnel wurde ja mehr oder weniger abgebrochen. Muss jetzt nochmal ulten, kann die Agro resetten, kriegt den Kill nicht. Die Swag Flag am Ende. Klein muss den nochmal rausflaschen. Man kriegt zwar einen Turm, verliert aber einen Kill und auf der anderen Seite der Karte ebenfalls noch den Turm. Kann man jetzt auslegen, wie man will. Ja, im Endeffekt... Hier zwei Tauern schon ziemlich geil auf der Botlane. Ja. Das Problem ist nur, dass ein Jace beides hier zweiter und normalerweise ein Stocken gerät, was den Push angeht. Komm, Teleport kommen wir von beiden Seiten mit dazu. Jenex klaut sich wieder die Box. Wird er ein bisschen über den CC kommen. Das muss nochmal cleansen hier. Die Reichsult, man geht dann nach vorne und jetzt tut das gefährlich. Man wird gefressen, aber das... Ja, das erledigt quasi ja den Varus. Das sind zwei Kits hier nochmal für Adhok, die das hier in die eigene Hand nehmen und jetzt hier doch wieder vorne sind. Geutechnik zwar noch hinten, aber hier gerade die Überzahl-Situation haben und vielleicht ein bisschen was rausschauen können, wobei die Minions sind weit weg, so ist schwierig. Starkes Ding aber trotzdem, dass es uns hier geschafft hat, so nochmal hinterher zu gehen. Dadurch die Aktion auf jeden Fall gut für Adhok. Haben hier gerade ein paar Kills bekommen. Einen Drachen zu bekommen, wäre nochmal angenehmer gewesen. Irgendein Objective zu kriegen hier im Anschluss, aber man sieht, dass sie durchaus Teamfight-Potenzial haben. Der Golden Unterschied gerade auch nochmal spürbar. Natürlich auf der Ard-Carry-Position, auch in der Mitte liegt Xio weiter vorne. Dafür sind Toplane und Jungle aber bei SK ahead und dadurch gleicht sich das Ganze wieder ungefähr aus, wie man sieht oben. 33.000 Gold zu ca. 33.000 Gold. In 20 Sekunden wird der Baron da sein. Und ich glaube, das wird hier extrem entscheidend. Weil ein Jace, wenn der einen Barrel-Buff kriegt, dann wird es super schwer gegen den zu deffen. Auch an einem Tier-3-Tower. Du kannst es aber auch so machen, dass du die ganze Zeit nur um den Baron spielst, den Jace in der Zeit im Split-Push lässt und versuchst, einen Teleport-Vorteil irgendwie rauszubekommen, so dass er halt den Tower kriegen kann, ohne dass du wirklich das Risiko von einem richtigen Baron eingeben musst. Da kommt es dann auf Anders SK, das richtig ausspielt. Wir haben auch gesehen, wie gut hier Atok in der Koordination gerade dasteht. Der Makro ist da nicht schlecht. Wie gesagt, vorhin im ersten Game ist auch schon aufgefallen, dass sie ihnen genau wissen, wie sie solche Fights kontrolliert runterspielen können. Im letzten Game war es dann eher so, dass sie das vielleicht ein bisschen vergessen haben oder dass sie da nicht die Ruhe für bewahrt haben. Aber in der Theorie wissen sie zumindest, wie es geht. Mal schauen, ob sie es hier auch wieder umsetzen können. Es ist halt noch ein komplett ausgeglichenes Spiel. 1000 Gold nach 20 Minuten sind halt gefühlt nichts. Man muss halt gucken, wer sich hier die nächsten Fights sicher hat, beziehungsweise vielleicht das nächste große Objective. Das wird dann eben der wichtige Faktor. Vision ist auch gerade so ein Punkt. Wir sehen, SK hat gerade zumindest am Baron den Vorteil. Dafür aber Atok. Oh wow, der Verkarte ein bisschen besser aufgestellt. jetzt kriegen so einzelne Informationen von überall. Auf jeden Fall Ryze schon mit der vollgestackten Träne. Wir haben zwei Atems bei Kaiser. Und das ist wieder ein zweites Atem. A Righteous Glory bei Ryze. Wenn man ihn später gegen Jace stellen will, auf jeden Fall nachvollziehbar. Man braucht ein klein wenig Rüstung. Man kann sich auch immer für sowas wie Sonjas entscheiden. Nachdem Sonjas aber nicht mehr so gut sind, negiert mit der Ulti von Ryze, ist das Item zwar immer noch gut, aber man kann halt andere Items wählen. Wenn das noch funktionieren würde, dass du dich in der Stopwatch oder im Sonjas wegporten kannst mit der Ult, wärst du halt insane strong. Weil dann kannst du praktisch nicht gecatcht werden. So hast du die Möglichkeit, halt nochmal ein bisschen Movement Speed zu kriegen. Im Zweifelsfall auch, wenn du eh schon ein gutes Eins gegen Eins hast, noch aggressiver vorzugehen. Und dadurch, dass du Mana dabei hast, gibt es dir halt auch nochmal irgendwo ein klein wenig Damage. Ja, Damage gibt es doch hier gerade auf der Top und auf der Board. Der nächste hier im Eins gegen Eins, ja da kommt ein Tahm Kench mit dazu. Das wäre somit nicht zu gefeiten gewesen für Xio. Der kommt mit seiner Ult da raus. Jetzt die Sakre gegen Fawns, aber auch der muss sich ja gegen den, gegen den, gegen den, gegen den, gegen den Supporter stellen. Gegen, 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 gell. Ja, kommt aber im Endeffekt mit seinem Flash noch raus. Xio jetzt hier wieder Angang von Frannic. Ja, Doss kommt da über die Wand nicht ran. Somit hier im Endeffekt keine Kids. Slow nochmal durch. Das ist auf beiden Seiten der Karte Fights, die, aber ohne Kill bleiben. Nicht warum der die ganze Zeit hier das Ward anzieht. Es wurde gerade gekleert. Das ist halt einfach ein krasser Ward gewesen. Ja, aber warum? Das ist halt einfach die unsterbliche Ward. Aber ich spiele das nicht, dass sie. Wir sehen jetzt, Kinn wird das auch besser, weil die hat ihre vier Stacks. Dann könnt ihr das auch nochmal direkt von eurer Ich-würde's-gern-sehen-Liste abhaken. Ähm, ich würde jetzt gerne sehen, wie man den Baron so langsam mal sicher angeht. Einfach um die Gegner ran zu baiten. Vorher muss man sich natürlich aber um die Vision kümmern. Man hat bisher bei beiden Seiten noch kein Redemption. Ich kann mir vorstellen, dass man eher warten würde gerne, na, wenn's möglich ist, bis man Redemption hat, bis man mit dem Baron startet. Weil dann hast du auch die Option, wirklich mal einen kleineren Fight einzugehen oder die Gegner zum Baron zu baiten, einen Teleport raus zu baiten und dich dann nochmal gegen zu heilen und den bereits angerichteten Schaden nochmal zu kontern oder auszugleichen. Und jetzt zwei Items bei Varus. Varus ja auch in dem Game mit Lethal Tempo hat also wirklich eine Menge Damage. Aber man sieht auch, wie viel Schaden er gerade mit diesen beiden Bergtacher am Barrel macht. Und da ist man nicht rechtzeitig als Team zur Stelle. Kaiser fehlt noch, aber es karrt trotzdem mit dem Damage-Stop. Und das ist gerade der erste Bergtacher, den man bekommen kann. Da war man ein bisschen zu übervorsichtig vielleicht. Man muss aber auch an der Stelle sagen, na, man hatte nicht die Vision, die man gebraucht hätte, um zu spotten, wo sich Kaiser aufhält. Und es ist immer risky, einen Barrel durchzuziehen. Selbst wenn du in der Überzahl bist, weil der Barrel arbeitet im Zweifel 2 immer gegen dich. Stimmt. Ja, der Schaden alleine, der durchkommt. Das kann den ganzen Fight im Endeffekt rumdrehen. Also hier gerade wieder sehr verhalten. Wir haben so, das ist so, tatsächlich in Spiel 1 haben wir schon, und auch in Spiel 2. Ja, sehr viel Action. Kurze Down-Phase, wie jetzt gerade hier in dem Fall, was sich kein Team so wirklich an den Barrel traut, weil man ihn auch nicht einfach so angehen kann. Jetzt SK mal. Ja, und ab dem Zeitpunkt, ab dem der Barrel erledigt ist, dann wird es wieder schneller. Mal schauen, wer dann das Tempo geht. Gerade SK zumindest erst mal ein Barrel im Sinne von, wir wollen den haben. Wir sehen aber schon, Artok rotiert. Deshalb auch hier der Rückzug wieder. Ja, trotz zwei Bergdrechen schafft man das Ganze einfach nicht, schneller hier anzugehen. Scar versucht halt immer wieder, die Gegner hinzubeten. Bisher hat man den Teleport von Phones bekommen. Das ist gar nicht so schlecht. Zack, gerade der Spellbook dabei. Sollte also selbst in der Lage sein, wie der Druck aussügen. Wie es aussieht, braucht man ihn aber bisher für den Barrel. Oder hätte ihn zumindest gerne da. Eigentlich würde es das mit dem Jace halt so machen, dass er Split pusht und im 2-2 erst später dazu kommt. Er hat hier aber auch die Möglichkeit, einfach wieder über Reichweite zu pochen. Die geben das schon mal vorher zu schädigen. Ja. Und halt eventuell, wenn sie sich zu weit nach vorne wagen, dafür zu panischen. Und dann starten wir das nächste Mal den Barrel. Ja, immer und ich hab wieder. Reiss hat noch Teleport. Janon hat in der Theorie auch Teleport, ist aber diesmal nah genug dran. Ja. Auch Phones auf dem Weg. Der hat nämlich kein TP. Der hat unten gelauert, eventuell für den Catch. TP von Xio wurde abgebrochen, weil mich nicht alles täuscht. Und jetzt ist der Keder gefallen. Josh ist da und Kly musste sein Leben lassen. Saves und hier nochmal genutzt, um eben die Jungs von SK erstmal weiter am Leben zu halten. Der Barrel ist da für SK. Jetzt die Frage, wie viel verlieren sie in dem Fall die nächste Saves. Und dies diesmal wirklich von Kieren wird. Kann er Klössmus nochmal rauf? Aber Doss frisst da seinen Carry und Flash über die Wand. Kann Kidui das noch kiten? Nein, kann er nicht. Und Ajok verliert zwar den Barrel, gibt auch zwei Kills ab, bekommt aber zumindest drei und nen Turm. Und wollen jetzt vielleicht sogar noch weiter Druck machen, denn sie haben gerade die Überzahl. Wie viel kann man jetzt aus dem Barrel am Ende wirklich rausholen? Weil man verliert, wie du schon gesagt hast, nicht nur die drei Kills, sondern zwei Dimmel wahrscheinlich insgesamt. Da wird man nicht schnell genug da sein. Wir sehen den Damage von Janen und Phones. Natürlich gibt die Standarte die auch nochmal Janen und die nötigen den Tag Speed, um den Tower einzureißen. Also im Endeffekt starkes Ding von beiden Seiten. Ja. Irgendwo mehr oder weniger. Was hier halt wichtig ist, dass da jetzt eventuell noch ein Kill fallen könnte, aber Janen und Phones machen das gut, kommen weg, da kommt die Dentsch nochmal runter. Die hätte man keinen Kill mehr abgeben dürfen. Dann wäre es, glaube ich, zu hart geworden. So muss SK halt erstmal gucken, dass sie jede Lane rauspushen, weil die halt auch Atok nochmal reindrücken können gerade. Und dann müssen sie gucken, dass sie es wirklich schaffen, mehr Türme zu kriegen. Mit Lane, Top Lane sollte das machbar sein. Bot Lane wird es aber wiederum ziemlich schwer. Wenn er nicht irgendwie Jace so eine freie Minute kriegt, wobei eine Minute wird er nicht brauchen, er zerstört ja Türme innerhalb von wenigen Sekunden. Aber wenn Jace gematcht werden kann, und das kann eigentlich Xio ziemlich gut machen, haben wir eben gerade auf der Bot Lane gesehen, dann wird es, glaube ich, schwer für SK aus dem Böhm noch was rauszuholen. Und das Scaling sehe ich immer noch auf Seiten von Atok. Ja, das ist auf jeden Fall Rise und Kindred alleine, Kaisa ist eben auch noch gut im Late Game. Und auf der anderen Seite, ja, alle fallen zumindest ein bisschen ab. Das war schon angesprochen. SK muss irgendwas tun. Ja, die Frage ist, wie? Jetzt kommen sie in der Mitte mit ein paar Minions an. Mal schauen, ob das was wird. Sie sehen schon, sie haben sehr viel Respekt eben vor Atok. SK geht da gar nicht zu weit nach draußen, zu weit nach vorne. Deswegen wird noch mal ein bisschen gecleart. Auch Sakre hier in der Side-Linitz, nicht mehr so dominant wie noch vorher. Also, da, er hat den Farbenvorsprung klar, er steht auch 2-0-3, aber er steht auch schon seit, glaube ich, 15 Minuten jetzt so, vielleicht 12 Minuten. Da hat sich nicht mehr viel geändert. Dann natürlich auch wieder ein Unterschied. Versuchen wir jetzt weiter, endlich den Tier 2-Tower zu kriegen und es funktioniert einfach nicht. Wavefleer hier bei Atok zu stark und dadurch sitzt man den Barrel einfach praktisch aus. Bisher hat man da noch nichts bekommen können, der wird auch nicht mehr ewig halten. Botlane versuchen, Silas und Jace irgendwie weiter nach vorne zu kommen, aber da ist ein Rise, der einfach den Tier 3-Tower easy peasy halten kann, weil Jace kein Killpotenzial auf ihn hat, selbst wenn er mit Ignite spielt. Xeo auch 2 Level weiter vorne, das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied in der Mitte der Engage hier mehr oder weniger, aber die Ulti von Varus keine Möglichkeit da zu followen und jetzt eher der kleine Turnversuch von Atok. Hier sogar noch den Rise dazubekommen. Man hat das Gläu wieder gezündet, denn er hat übrigens auch wieder dieses Item mit der ersten Kick gefallen. Kadoklysmus geht da rauf, man klaut den zwar auch, aber es reicht nicht. 1 zu 1 getradet hier. Bisher 2-1 jetzt, nämlich Xeo kommt mit dazu und holt sich hier nochmal ein. Jetzt müssen Sackler und Kudui da unten aufpassen. Klein mit dem Flash, schöner Sidesit mal von Kudui, aber damit rennt er ins Flay rein, geht hier down. Xeo, der brennt und wird ebenfalls sterben, die Savezone. Das war nicht ganz optimal abgesprochen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass man Sackler irgendwie bekommt. Der ist auch nochmal am Haken und damit bis auf Vranic alle down gegangen und Atok jetzt hier mit einem riesen Vorteil. Ja, insgesamt ist der Vorteil zwar noch nicht so riesig, was das Gold angeht, aber der Fight war natürlich stark. Jetzt haben sie hier wieder die Überzahl. Können nochmal rauspushen, haben den kompletten Barrel überstanden, haben dafür sogar insgesamt bei der ganzen Aktion mehr Kills bekommen. Sollten sich jetzt nochmal den Drachen in der Theorie nehmen können. Wobei so ein Winddrache jetzt nicht ganz so wichtig ist. Aber desto mehr Drachen, desto wichtiger wird später der Andrache, desto mehr Potenzial. Da nochmal für Atok. Jetzt kommt gerade nochmal Sam Kent zusammen mit Vranic, Clay auch zur Stelle. Die Frage ist, ob das reicht. Man versucht hier gerade verlenkt nach unten zu ziehen. Oh, Vranics kommt angesprintet mit den Hungards und Clay. Das darf dir nicht passieren. Da darfst du gar nicht so weit draußen stehen. Du musst immer respektieren. Okay, dass er praktisch sich für Kadir trägt. Ja gut, klar. Also im Endeffekt hätte Clay überlebt, wenn Kadir nicht den Drachen gemacht hätte. Aber trotzdem. Insgesamt liegt man hier noch knapp vorne bei Atok und Eskan Zugzwang. Sie versuchen jetzt auch so viel Tempo wie möglich durchzubringen. Von uns stand da gerade kurz rum. Ich weiß nicht, ob er gewartet hat und eigentlich deppen wollte oder ob er da vielleicht ganz kurz abgelenkt war. Auf jeden Fall gerade ein Spieler weniger bei Atok und Jarvin in der Base. Das heißt, hier kann man Engagen und Tower Diven. Knockup kommt durch. Damit auch der Kill für Rek'Sai und Yharnen im Solo-Carry-Modus jumpt hier nochmal zur Seite. Damage-Readen aber zu hoch. Man verliert den Tower und auf einmal kommt hier von hinten aber viel zu spät. Ah, da war eine Weile besetzt. Endlich wurde er durchgeschaltet. Und jetzt sieht er, wie man den ersten Inip verliert. Kadir will das Ganze aber trotzdem nochmal turnen. Der Damage nicht schlecht. Gerade nach der Vorbereitung von Yharnen kann man hier vielleicht nochmal was holen. Am Ende ist der Turn von Yharnix, das Schicksal von Kadir und von Kindred besiegelt. Clay, ja, vorhin alleine gestorben, jetzt gerade auch wieder. Da hat man gerade einen Kill nach dem anderen abgegeben. Das ist so dieses typische Gefühl, wenn du versuchst, noch was zu machen, du siehst, die Gegner sind low, aber im Endeffekt läufst du einer nach dem anderen rein und stirbst. Die Todes-Time war noch nicht so lang, dass man jetzt finishen könnte, aber trotzdem super unangenehm, weil man damit jetzt SK nochmal wirklich gute Möglichkeiten bietet, zurück in dieses Spiel zu kommen und das Ganze an sich zu reißen. Ja, wir sehen, SK, gehen auch nicht mal sicher, Drache, jetzt das Ziel. Zuerst wird sogar noch mal der Jungle leergeräumt, sie gehen alle Feuerbasen, auch der Baron ist gleich wieder da, den sollte man gut vorbereiten und mal schauen. Also das war gerade natürlich für Atok super bitter, weil sie eigentlich gerade, wie gesagt, in der Phase sind, in der sie nach vorne kommen, in der sie immer besser ins Spiel kommen, aber dann gibt es ihnen genau diesen Fight, den SK gebraucht hat, kriegen sie den In-Lip insgesamt. Jetzt mal schauen, was sie mit diesem Extra-Druck anstellen können. Baron jetzt erstmal das Ziel, wie gesagt, sie haben auch immer noch zwei Bergdrachen, der Baron, der wird schmilzen. Wir sehen schon, der verliert das Leben, der ist super schnell, helft schon down, 6000 HP noch, Cardi wäre da, wenn er für den Stil geht, ist die Frage, erstmal bricht SK das Ganze hier ab, gehen auf Nummer sicher, warten natürlich darauf, dass sie Mitte Druck macht, das Problem ist, in dem Midlane kannst du eher nochmal verteidigen, als wenn es zum Beispiel der Botlane-Lipitor wäre, da sind die Minions weiter weg, da kannst du nicht einfach so jemanden abstellen. Hier geht das noch recht simpel für Atok Gaming. Das ist das nächste Ziel, neben den Barons, ist die Frage. Man kann natürlich auch einfach versuchen zu pushen, wieder Druck auszuüben. Vorhin hat es ganz gut funktioniert, dass man wieder einen Charakter auf die Sideline gesetzt hat. Insgesamt hat Atok hier auch eine ganze Menge Tele-Boards, beide Seiten mit jeweils dreien davon. Das heißt, man könnte wieder versuchen, die Gegner auseinander zu ziehen, geht hier aber einfach face first für den Baron und holt ihn so schnell. Schön hier nochmal mit der Ryze und die Main rausgegangen. Das war super clean und SK hat einfach null damit gerechnet oder haben sich halt einfach nicht in der Lage gesehen, da zu fighten, aber das war ein praktisch kostenloser Barrel, den man da bekommen hat bei Atok. Und jetzt bin ich gespannt, was sie damit anstehen können, weil SK konnte eben nicht viel machen. Ja, das ist richtig, aber wir haben es doch schon gesagt und du hast vorhin schon häufiger gesagt, sie haben das Team, das jetzt eben stärker wird auf Seiten von Atok und jetzt mit dem Baron Buff in den Ryze in der Sideline. Da kannst du nicht viel falsch machen. Ah, SK will hier, vielleicht kann man für die Trap gehen. Der Dubuff nervt dabei natürlich ein bisschen. Aber Atok pusht gerade einfach Mitte, also das ist vollkommen fein. Wenn Xio sich jetzt hier nicht catchen lässt, genauso wie das... Wenn Xio sich jetzt hier nicht catchen lässt. Ah, das darf nicht passieren. Ich meine, klar, sie können vielleicht immer noch Mitte weiter pushen, aber sobald sich SK jetzt zurückzieht, haben sie trotzdem Pforte, weil... Die Tower sollten sie Mitte noch kriegen, auf jeden Fall. Ah, okay. Oh, sie haben sogar eine recht große Wave. Es ist halt kreiser. Immerhin, aber das geht auch sauberer, muss man sagen. Auf jeden Fall. Wenn da Ryze länger durchhält beziehungsweise er nicht gecatcht wird, hätte er jetzt die Botlane nochmal ranholen können. Man hatte praktisch weiter Druck über... Entschuldigung, über Mitte und Botlane aufbauen. Dann hat er jetzt Mitte den Tower bekommen, wäre es trotzdem schneller gewesen. Hätte es vielleicht noch den Inip machen können, weil du auch nicht in der Unterzahl gewesen wärst. Xio hatte ja Teleport. So muss man sich einmal zurückziehen und verliert wieder viel Zeit mit dem Baron. Also für SK tatsächlich das Beste, was wir hätten tun können. Du versuchst immer auf denjenigen zu eskalieren, der wirklich alleine ist, der wirklich die Sidelane pusht. Das hat hier wunderbar funktioniert. Jetzt versucht man selbst die Toplane unter Druck zu setzen, kriegt sogar nochmal einen Tower. Atok tradet damit bisher erstmal eins gegen eins, was die Türme angeht. Also auch wieder kein optimal genutzter Baron, zumindest bisher. Ja. Und SK, die klammern sich halt gerade am Sieg fest. Die versuchen hier auf Teufel komm raus, den Win mitzunehmen. Einfach um alles, was sie bisher verloren haben, nochmal auszugleichen. Ich meine, im Endeffekt gleicht es nicht aus, aber es sei trotzdem schön, wenn du sagen kannst, du hast ein Finale gewonnen. Und es ist auch schön, wenn du sagen kannst, hey Leute, wir choken vielleicht so ein bisschen auf Offline-Events, aber online haben wir es immer noch. Aber Sin League haben wir rasiert. Sin League, die wichtigste League im Universum, haben wir rasiert. Wobei, bisher ist es noch nicht rasieren, bisher ist es eher so, man sollte mal wieder die Klingen wechseln. Ah, okay. Das ist nämlich sehr, sehr schwierig gerade. Noch steht es 1 zu 1, aber es ist ja ein bester 5, also es kann noch viel passieren. Der nächste Win entscheidet noch nicht alles. Oh, da kommt der Engage, wenn ich mittendrin noch Jenix teilt der guten Schaden aus. Das könnte der letzte Fall sein. Cardi nutzt das Ende des Saves, um nochmal rauszukommen, dann überlebt das Ganze. Jetzt auf der anderen Seite auch nochmal eine Save Zone. Das ist eben Silas. Und Silas kriegt auch den Kill hier auf Cardi. Ja, und versucht nochmal alles, teilt auch gut Schaden aus. Wird von mehreren Leuten angegangen, muss nochmal rausrennen. Jetzt will der Kill als Ding wieder rein und bekommt ihn da. Und jetzt nochmal Rek'Sai MGA. Der wird das aber alleine nicht mehr drehen können. Und somit Atok hier vermutlich mit dem Win. Denn wir haben Minions, da ist noch der Inhip. Und die werden das beenden. Starkes Ding. Er hat zweimal die Save Zone, wie du schon angesprochen hast. Beide Seiten haben sich da immer wieder am Leben gehalten. Waren dann natürlich dementsprechend alle low, aber wer viel Leben behalten hat, das waren Xio und Yannin und die konnten dann am Ende nochmal aufräumen und das war wichtig, um das Spiel hier zu entscheiden. Jetzt versucht man sogar nochmal DOS so ein klein wenig mitzunehmen. Letzter Nexus Tower fällt. Und wenn man hier den Kill bekommt, macht man nicht mehr. Aber am Ende kriegt man den Nexus und das ist das Entscheidende. Damit das 2 zu 1 an der Stelle für Atok haben sich hier tatsächlich nochmal nach vorne arbeiten können. Haben es geschafft, den Win hier mitzunehmen. Ja, und damit wird es für SK schwer, das Ganze zu finishen. Weil ich denke, ich habe ja eben schon gesagt während des Games, wenn SK den Sieg holt, sind die ziemlich sicher der Gewinner. Einfach weil SK das Momentum auf der Seite hat und ich weiß, dass die Jungs spielen können. Aber 2 Siege in Folge gegen ein so gutes Atok Gaming wird glaube ich ziemlich hart werden. Ja, vor allem muss man sagen, die Seitenwahl wechselt ja auch hin und her und das wirkt momentan so, als wäre die Red Side ein bisschen stärker. Das heißt, Atok hat mindestens noch in einem dieser 2 Spiele diese Red Side und damit vielleicht einen kleinen Vorteil, muss man auch sagen. Momentum hast du auch gerade schon angesprochen. Das sieht sehr gut aus für das Team rund um Xio. Aber SK, wer weiß, vielleicht haben sie sich noch irgendwas vorbereitet. Gerade, also wenn nicht jetzt, wann sollen sie es sonst zeigen? Wenn nicht jetzt, wann dann die Pause? Das ist die Frage. Willst du Werbung machen? Okay, Werbung. Tschüss. Die haben auch vorbereitet. So viel gute Überleitung machen können. Ja, ja. Und jetzt auch umschalten können. Mach das wunderbar! Was ist denn da los? Ich höre die Räne und es singt zu mir die Ballad of your name. Ich höre die Räne und die Vögel echo in my dreams again. Ich höre die Räne und 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 ich höre第二 und ich glaube, Untertitelung. BR 2018 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 Das war ein super gutes Duo. Funktioniert aber eigentlich auch mit allen anderen einwandfrei. Also Halle haben da irgendwie eine gewisse Synergy, auch mit Nassive zum Beispiel, um einfach sicher zu sein. Hier sagt man erst mal, wir nehmen wieder den Jace, denn der wurde wieder nicht gebannt. Das heißt, Zagre bekommt wieder einen seiner Lieblingspicks oder wahrscheinlich sogar seinen besten Pick. Auf der anderen Seite ist es wieder Thresh. Hat gleich schon gespielt, wirkte nicht schlecht, kombiniert mit der Kaiser-Friane. Also wieder Catch-Potential, wieder die Möglichkeit, einzelne Ziele rauszunehmen. Was gegen Morgana aber schwer wird. Eigentlich ist Morgana gut geeignet gegen so jemanden wie Thresh, weil sie mit dem Black Shield ja den initialen Hook unterdrücken kann, verhindern kann, dass man rangezogen und festgehalten wird. Das wird hier zu 80% ein Supporter sein. Ich glaube nicht, dass Jenex Morgana spielen wird. Ich glaube nicht, dass er einen sehr defensiven Champion spielen wird. Weil Morgana mit dem Slow-Build hat halt wenig Solo-Kill-Potential. Tristana wird hier noch gepickt. Solider Adi-Carry, die halt auch nochmal allein in der Lage ist, den meisten Hooks zu entgehen über ihren Jump. Und halt trotzdem nochmal die Chance hat, auch richtig hart zu pushen. Genauso wie Jace. Also SK hat viele Möglichkeiten, dass wenn sie in der Lane gut nach vorne kommen oder an die Türme rankommen, sie dann auch wirklich schnell die Platings kriegen, dadurch mehr Gold kriegen und gut pushen. Also Optionen sind da, um das Game ähnlich wie eben schon früh nach vorne zu treiben und das Tempo oben zu halten. Ja. Er ist dann wieder rausgenommen, der Yorick und die gute Rekzai. Mal schauen, was die letzten Bands jetzt sind. Wofür hat sich SK da entschieden? Wird jetzt wahrscheinlich entweder Richtung Top oder Jungle gehen. Beziehungsweise vielleicht auch gegen Xio. Wobei gegen Xio ist es auch immer schwierig. Vor allem, ich bin aber dabei, du musst gar nicht so viel gegen jemanden in der Mitte bannen, wenn du selbst noch diesen Last Pick hast. Du kannst ihn noch Counter picken. Du hast noch alle Möglichkeiten offen. Jenex gegen Xio halte ich sowieso für ein sehr offenes Duell. Trotzdem nimmt man wieder den Nasir raus. Haben wir vorhin schon nur geredet. Ist so der Pick, den er sehr gerne spielt. Da hat man dann doch Respekt vor. Und auf der anderen Seite ist noch der Alistair. Also wieder der Fokus auf die Botlane, weil sie Angst haben, oder weil sie nicht Angst haben, sondern die Befürchtung haben, dass Morgana in die Mitte geht. Kann in der Theorie auf jeden Fall passieren. Wir haben ja vorhin gesehen, dass der Slow da ist und dass man dadurch einen recht guten Engage hat oder die Chance zumindest hat, an die Gegner ranzukommen. Ich würde mir aber wünschen, dass SK irgendwas noch dazu pickt, was mehr Möglichkeiten hat, wirklich zu engagen, Kills zu forcieren als nur die Morgana. Skana ist da eine gute Wahl, weil er halt wirklich ab Level 6 praktisch auf die Gegner raufflaschen kann und sie reinzieht in sein eigenes Team. Dadurch mehr Kills ermöglicht, dadurch einen Snowball ermöglicht. Sonst wäre das mit der Kombo eher schwer gewesen. Und selbst wenn er es nicht schafft, nach vorne zu kommen und sein Team zum Snowballen zu bringen, zwingt er die Gegner halt häufig noch, so was wie QSS zu kaufen. Was heißt sowas wie, man muss QSS kaufen. Punkt. 1300 Gold, die du teilweise rauswerfen musst aus dem Fenster, obwohl sie nicht zu deinem Standardbild gehören. Du kriegst zwar im Endeffekt die Magieresistenz, kriegst auch ein bisschen AD, was ja bisher jeder von Atock gut verwerten kann. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass diese 1300 Gold, die halt zum 2-Item, 3-Item Power Spike fehlen, weil du es halt wirklich früh kaufen musst. Und das ist dann richtig unangenehm. Also Skana hat immer einen ziemlich hohen Value. Jetzt der letzte Pick von Atock, es wird ein Midlaner und es ist Lissandra. Super safe, nicht ganz so anfällig gegen den Skana, aber auch mit wenig Schaden tatsächlich. Zumindest so, wie wir sie bisher immer gesehen haben, das ist eher ein CC und ein Engage-Tool. Wobei die Kombo aus Jarwin-Lissandra gar nicht so schlecht ist. Ja, vor allem der Olaf mit dazu. Auch die letzten beiden Picks, muss man nochmal sagen, waren so diese Antwort auch ein bisschen auf Skana, denn den Olaf kann er nicht wirklich reinziehen. Der hat seine Ult. Und eine Lissandra, klar, er kann sie in sein Team ziehen und wenn sie schafft, sie schnell zu erledigen. Ist auch alles cool. Aber wenn sie dann aus der Skana-Ult rauskommen, denn vielleicht ihre Ult zünden kann, ist sie mitten im Gegner-Team drin. Ja. Das könnte bitter werden. Auf der anderen Seite wurde das im Endeffekt noch der Corki, der jetzt hier in der Midlane anscheinend gegen eben Alessandra spielen darf. Auch Corki ist momentan super gut mit dabei. Das heißt, wir haben den Morgana-Support und ich bin sehr gespannt, wie der Skana sich ausspielt. Du hast eben schon ein bisschen darüber gesprochen. Klar, er verzögert deine Power Spikes, aber wenn Ataug irgendwie nach vorne kommt und das Ganze sowieso schon ausgleichen kann, dann wird das super schwierig für SK. Und Olaf eigentlich auch ganz gut gegen den Skana aufgestellt, weil er mit der Ultimate halt zumindest aus sowas wie dem Stun immer wieder rauskommt. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. SK halt mit zwei sehr gut skalierenden Carries, haben keine richtige Frontline auf der anderen Seite, aber auch nicht. Ich finde die Kombo von SK tatsächlich besser. Wenn sie am Anfang nicht so weit nach hinten fallen, sollte das ein Win für sie werden. Ob es das aber wird, das sehen wir natürlich wieder nach einer kleinen Pause. Wir sind gleich wieder da. Also wartet drei Minuten. Holt euch nochmal Popcorn, holt euch was zu trinken. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Mach das noch da war! Was ist denn da los? Das war's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, da hat SK einen kleinen Skin-Vorteil, würde ich behaupten, auch von der Team-Kombo her. Sie haben halt einen Corki, der insane scaled, gerade nach dem Klingel, der in Endlichkeit mit Infinity Edge wieder zurückgeändert wurde. Tristana, die super skaliert, die auch vor allem den Reichweitenvorteil gegenüber Kaiser hat. Das ist ein Problem, was halt richtig häufig auch in letzter Zeit in der LEC aufgekommen ist, dass häufig die AD-Carries, die die höhere Reichweite haben, sich einfach besser behaupten können. Gerade wenn sie so jemanden wie Scana noch dazu bekommen. Der Scana muss hier im späteren Spielfall auf eigentlich nur Janen fokussieren. Natürlich hat man auch bei Atok Möglichkeiten mit Lissandra oder Jarvan auf die Gegner-Carries zu eskalieren. Aber ich glaube echt, dass das für Atok schwer wird, wenn sie es nicht schaffen, hier am Anfang nach vorne zu kommen. Und da bin ich noch gespannt, wie sie das versuchen wollen. Das auf jeden Fall. Ah, Saka und Fonzie direkt mal mit den ersten kleinen Trades. Ist auch interessant, Kadi auf Olaf, Jarvan auf der Top-Lane. Zuletzt war es eigentlich eher so, dass man Olaf auf die Top geschoben hat. Also jetzt haben sie sich hier sogar für die Art und Weise entschieden. Vielleicht war das so ein bisschen... Ja, mit Wagen Champs sind wir eher konfident. Jarvan kommt einfach ein bisschen besser gegen Jace, klar. Ja, klar, mit der... Über die Standarten-Kombo, also über den Knock-Ups und Climing zu traden. Ist auch die Lanze, die Q praktisch, um immer wieder zu poken. Hat ja auch Aerie mit dabei, eben, um alleine mit der Standarte da gute Trades eingehen zu können. Ist gar nicht mal so schlecht. Hilft zumindest, gerade im Early-Game gegen den Jace. Und gegen Saka nimmst du jede Hilfe an. Und Doss kann sich direkt gut schaden. Flay war nicht schlecht, Ignite ist drauf. Wenn Kaiser jetzt hier noch diesen fünften Stack durchbekommen hätte, hätte es ja sogar schon sein können für Doss. Zumindest hätte das eventuell sein Flash geforst. So, gibt man Ignite ab, hat jetzt aber die Kontrolle in der Lane. Klar, du bist immer noch komplett happy, dass der Skin gewählt wurde. Kannst du ja gerne mal raufgehen, ne? So. Ach nee, Moment, warte. So, und dann zoomen wir mal ein bisschen ran. Ich meine, jetzt haben wir ja gerade die Kameraführung. Okay, das... Guckt euch die Füße an. Aber der bellt bei Autotax, also bitte. Der ist dann wirklich gut, ne? Wer mal keine Hunde... Oh, wer mal keine Fights, Doss, super low. Gleich ist mittendrin. Das First Blood geht, glaube ich, sogar an Autotax. Aber es kei gleicht sofort aus mit einem Kill. Franny geht es ebenfalls da um hier an und muss aufweinen. Und wir haben so früh im Spiel hier schon einen Double-Kill für Qidui. Da sagt die Tristana Dankeschön. Ja, na, da hat man direkt zwei Kills mitgenommen. Und vor allen Dingen das First Blood hier... Wow. Das First Blood hier ging, glaube ich, an der Stelle an Autotax. Wenn mich nicht alles täuscht, trotzdem, es kam mit zwei Kills auf der Tristana. Und wenn die ins Rollen kommt, ist das schon mal extrem gut. Vorhin hatten wir ein ähnliches Szenario, wo praktisch, ich glaube, sogar First Blood an Yannin ging. Und Wayne von Qidui dann irgendwann zwei Kills hatte. Hat trotzdem nicht den Riesenunterschied gemacht. Ich bin aber gespannt, wie es mit einer Tristana wird. Die hat am Anfang noch nicht diesen Range-Vorteil. Ja. Doch, weil sich das bei ihr über die Level aufbaut. Aber... Ah, Tristana kann kurz einen Prozess mit Türmen machen. Das sollte man nicht unterschätzen. Und der Skar am Anfang des Spiels nach vorne kommen zu lassen, ist auch nie eine gute Idee gewesen. Ja, das stimmt. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Olaf jetzt gerade weiter noch Verbottzeit. Kali macht da wieder gut Druck. Aber... Auf der anderen Seite, Frenix ist auch da. Die Tristana mit der Pickaxe bei Minute 3.30. Ist ebenfalls wieder auf der Lane. So ein grüner Double-Kill. Das ist für einen AD-Carry natürlich ein Traum. Zackere jetzt hier oben. Weiter mit Druck natürlich gegen Phones. Mal schauen, ob es wieder die Red-Side ist, die das Ganze gewinnen kann. Wie gesagt, heute Abend dreimal Red-Side, dreimal gewonnen. Das ist so unangenehm gerade für Kedui. Der ist halt direkt in die Base gegangen und hat sich seine Pickaxe geholt. Hat halt extrem viel Farben eingebüßt. Wurde jetzt nochmal herangepusht. Und dann am Tower zu Last hitten. Ist halt richtig unangenehm für Tristana. Das heißt, der hat jetzt gerade 10 Farben, während Yannick schon fast 30 hat. Das ist auch in den letzten Games passiert, zugegebenermaßen. Aber das ist halt trotzdem unschön. Ja, stimmt. Aber gegen Yannick ist es natürlich auch schwierig. Also man merkt einfach, dass er die Erfahrung mitbringt. Er hat gegen die besten ADCs der Welt gespielt. Ja, kann man so sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber als Halbfinalist. Eben. Und dann muss man sagen, also Kedui macht sich heute gar nicht so schlecht, weil er eben die Lane zumindest nicht komplett aufgibt. Also normalerweise würden viele wahrscheinlich dann einfach in der Lane keine Chance mehr dagegen sehen, aber... Ich gehe gegen Yannick, Leute, tut mir leid. So war das... Also ich meine... Versteht, wie ich meine... 1-F4. Sorry, Clarks. Nee, ich gehe jetzt. Das war wieder zu Matsch. I'm sorry, Clarks. Es tut mir leid. Okay, ich habe den Korki gesehen, ich bin wieder glücklich. Sehr gut. Na, warte, dann müssen wir direkt wieder zurückgehen. Ich sehe noch, ja. Mh, mh. Ist das ein schöner Skin, du. Mal wieder mit dem Hintern wackelt. Das sieht jetzt so aus, als wäre der komplett reingequetscht worden einfach in dieses Helikopterkostüm. Guck's dir an. Sein Face. Das ist so richtig puffi. Der Skin ist halt einfach GG. Riot hat sich dann mal wieder selbst übertroffen. Ich habe tatsächlich Mates, die sagen, der Skin ist nicht geil. Ja, oder? Verstehe ich auch nicht. Weg mit denen. Bei den Korgis. Doggos. Die hätten den Doggo-Korki nennen sollen. Das wäre auch witzig gewesen. Vorbei, dann wäre das Wortspiel mit Korki und Korki. Mit Korki und Korki nicht so... Jetzt erstmal Korki... Oh, hat wieder angesprüht. Der kommt. Der ist schnell. Der hat ja Bock auf Sackle. Und der sagt sich... Oh, der schmeißt sich sogar noch nach hinten. Aber das sollte nicht reichen. Das hat die Axt wieder auf. Der Snip. Der SIDESTEPT. Der kommt noch mal raus. Und Phones muss sogar noch mal aufpassen. Dann... Ei, ei, ei. War es knapp gewesen an der Stelle. Modlane hat hier Thrash extra den Minion-Dematerialisierer mitgenommen, damit er mit dem Midi-Support-Item trotzdem sicher die großen Vasallen scheren kann. Das ist super angenehm. Inzwischen hast du aber nur noch drei Minion-Dematerialisierer. Das waren früher mal deutlich mehr, was als Support halt super angenehm war, weil du halt die ersten sechs, sieben Waves eigentlich immer die Candy Minions bekommen hast. Jetzt inzwischen ist es halt so, dass du da deutlich mehr aufpassen musst. Ja. Arcadier weiterhin auf der Topside. Doss und Kedui lauern hier auch so ein bisschen für den potenziellen Catch. Wir sehen aber... Karnen und Klai ziehen sich da zurück. Sackle setzt die Toplane einfach immer weiter unter Druck. Vor- und Zurück gleich mit Teleport dazukommen können. Das heißt, Sackle kann hier nicht zu viel Zeit aufwenden, um den Tor noch mal zu pushen, um die Play-Things zu kriegen. Wenn es aber weiterhin so gut läuft wie bisher, dann ist er auf jeden Fall in der Lage, dann noch mehr Schaden am Tor anzurichten. Man sieht hier, dass er einfach jetzt praktisch zurück in die Base geht, um dann auch wieder rechtzeitig zurück auf die Toplane zu kommen. Hat hier Spellbook dabei, deswegen nicht über den Heal wundern. Hat halt dadurch die Möglichkeit, am Anfang mit sowas wie Gneit zum Beispiel zu spielen oder eben Heal, um das 1 gegen 1 nochmal für sich zu verstärken. Aber später hat er dann trotzdem Teleport, um zu Split-Pushen. Das ist eine gute Option. Gegen Jarvan lohnt sich Cap-Domancy nicht so sehr. Und auch Electro-Cute wäre nicht wirklich angebracht gewesen. Von daher mit die beste Option. Ja, auf jeden Fall. Oft ist eine Option auch dieser Drache hier. Gerade mit dem Olaf kannst du den Drachen sehr früh angehen. Wir sehen gerade, die Vision wird aufgebaut. Also ich kann mir vorstellen, dass gleich Kali da den Weg hinmacht. Der hat doch gerade keinen Druck. Frenik ist auf der Topside. Sakre übrigens auch hier gegen Fawns wieder gut am Pfeiten. Trades sehen gar nicht so schlecht aus. Schauen, der Drache immer noch da. Aber Kali traut sich nicht so wirklich. Er hätte theoretisch die ganze Zeit schon dran sein können. Denn Frenik, der macht gerade seine Quacks da oben. Der wäre niemals rechtzeitig da gewesen. Lissandra in der Mitte ist ja auch gut dabei. Kann auf jeden Fall gut pushen zu Beginn. Gerade wenn sie ihre Klaue dafür einsetzen kann, wenn sie nicht zu viel zu fürchten hat von Corki. Man sieht es hier, geht es wieder nochmal weiter nach vorne. Corki muss am Anfang tatsächlich aufpassen, weil der Bait-Schaden von Lissandra da nicht schlecht ist. Und auch ihre Vorbereitungsmöglichkeiten über die Ult sind natürlich extrem gut. Aber das wird nicht ewig so anhalten. Na, gerade weil Lissandra ja inzwischen doch eher so ein bisschen, nicht wirklich off-tank-mäßig gespielt wird. Aber sie ist halt häufig eher ein Engage-Tool, was halt einfach reingeht, sich selbst duldet, um die Gegner zu beschäftigen. Schon mal unter Druck zu setzen und dann kommt der Follower vom Team. Sie ist kein wirklicher Assassin oder so, der Jalex hier am Anfang des Spiels gefährlich werden könnte. Ja. Ich bin gerade... Auch hier auch mit Kall. Na, der wird halt wirklich nur farmen wollen und natürlich die Force wollen. Bis dahin ist er eben noch nicht im Game. Oh, der Hook hier auf Kidui sitzt. Aber wir sehen, Frenik, der ist da und der ist Level 6. Der hätte potenziell seine Ult zur Verfügung. Wenn das nochmal hier oben Sucker gegen Phones, der Schaden nicht schlecht. Muss im Endeffekt aber trotzdem aufpassen. Und unten ist nichts weiter passiert. Da ist mal in die Morgana-Ult geflasht. Und vor allem kam er noch vor, eben dem Stachel vom Skorpion aus dem Jungle weg. Denn wenn der mal sitzt, dann hast du jetzt gerade noch ohne QSS viele Probleme. Ja. Wir haben auch gerade gesehen, welche Probleme Phones auf der Top-Line hat. Hat jetzt zwar die Ninja-Tabi, aber wird zu hart unter den Tower zurückgedrängt. Das erste Play-Ding hat man jetzt sogar bekommen und das während Phones da war. Sackeres Jace ist halt wirklich stark. Aber man konnte ihn bisher in der Pick- und Bann-Phase nicht wirklich einschränken. Fühlt sich da selbst vielleicht nicht confident genug für den Jace-Pick, sodass man ihn einfach wegpicken könnte. Und Bann will man dafür auch nicht aufgeben. Der Drache geht hier an SK. Haben sich da auch in den letzten Spielen immer einige sichern können. So ein Windrache ist natürlich, na sag mal, nicht der beste, den du kriegen kannst. Aber trotzdem gut, weil halt ein Scanner damit viel anfangen kann. Wenn der mit Predator und dem Windrachen einfach aus dem Busch auf dich zuläuft, kommst du da eigentlich nicht weg. Gerade die Champions von Atok haben es sehr schwer. Höchstens Xio kann ja gucken, ob er davonlaufen kann. Wird hier übrigens auch bald das Play-Ding in der Mitte kriegen. Und er hat halt Demolished dabei. Bei dem Tank-Tree auf jeden Fall okay. Dann wird er besser in Ruhen. Viele gute andere Möglichkeiten hast du als Lissandra da gar nicht. Nee, du musst sie eben aktuell noch für Aftershock gehen, aber machst du es eben gerne. Die Sache ist, Lissandra wird ja genervt. Ab nächstem Patch ist das Ganze nicht mehr zur Verfügung. Oder schon, aber es hat eben nicht mehr so gut. Und mal schauen, ob man sie da noch sieht. Ich glaube, sie selbst bekommt auch einen Nerf. Und ich glaube, Q-Mana-Kosten gehen hoch. Das heißt, noch ist sie gespielbar. Noch sollt sie klarkommen, auch mit dem Demolish, das ist ganz gut für sie. Weil Lissandra pusht sowieso schnell die Wave rein. Und dann kann sie sich entweder dafür entscheiden zu roam oder eben auch den Turm anzugehen. Lissandra war halt auch im Competitive in letzter Zeit immer so der Pick, den du immer machen konntest. Der kein wirkliches schlechtes Match-Up hatte, kein großes Problem hatte, sag ich mal. Und in jede Team-Comp gepasst hat. Hier gerade der Flash von Dorst, um vom Hook wegzukommen. Trifft sogar das Bein-Ding. Aber die Lissandra sollte reichen, dass da Yannin rechtzeitig davon kommen kann. Skarn auf dem Weg Richtung Bordzeit. Diesmal Clay weit vorne. Ja, Morgana-Ult geht auch diesmal durch. Der Stache auch noch mit dran, um auf Nummer sicher zu gehen. Der Kill geht an Frannic. Ich denke mal, den wollte man an Kidui geben. Hat nicht ganz funktioniert. Trotzdem natürlich nicht schlecht, dass SK sich hier einen weiteren Kill holt. Den ersten seit Minute 2,30. Also hier nochmal ein guter Schritt nach vorne. Sie wussten eben, Clay hat keinen Flash mehr. Clay ist der Immobilie. Hex-Flash bringt ihm da in der Situation auch nicht viel. Jetzt lauern Doss und Kidui da ein bisschen für den Catch auf Yannin. Über den Angang Black steht es drauf. Flash hinterher und das soll es reichen. Oh, krass, so gut. Das ist Tristana. Da hat Yannin einfach den Sola gemacht. Läuft nochmal alleine auf die Lane, obwohl so ein Supporter nicht da ist. Die Gegner stehen einfach im Busch und warten und nehmen ihn mit. Tristana hat halt die Möglichkeit, über die gesteckte Bombe und die Ulz so viel Schaden zu machen, dass im 1 gegen 1 immer schwer wird. Hier ist es gerade wieder ein 2 gegen 2. Teleport kommt zwar noch. Skarnas auf den Weg. Man kriegt aber den Kill auf Morgana. Clay wird hier nochmal seced. Und das ist der nächste Kill für SK. Diesmal sogar für Jace, der damit auch direkt belohnt wird für seinen Teleport. Ist ganz gut, weil Top-Lane hat man dadurch jetzt Druck aufgegeben. Im Bot-Lane wird man aber den Förster-Tower kriegen. Und das ist bitter. Ja, vor allem war jetzt zum ersten Mal wirklich die... Er sieht Kern quasi das um, was sonst Atok immer gemacht hat. Dem ADC super viele Ressourcen geben. Ja, das macht gerade SK hier sehr gut. Wir können nochmal aufs Gold schauen. Der ist jetzt schon mal 5500. Gut 1000 eben vorne. Und vor allem ist sich auch vorne. Ja. Also Kidui das erste Mal in dieser Begegnung mit einem Lead gegenüber Yannin. Der jetzt inzwischen natürlich auch schon 2 Tode hat. Vielleicht lässt auch die Konzentration von Atok so langsam nach. Auf jeden Fall Corki inzwischen mit Level 10. Da hat sie hier seinen Sheen und seinen Phage ready. Das heißt, viel fehlt nicht mehr bis zum Trinity Force. Und auch, bis man die Olden nochmal upgraden kann. Dann wird er deutlich stärker werden. Ja. Zum Fall. Harrod, jetzt hier das Ziel von Atok. Sind auch dran. Der hat nicht mehr viel Leben. Und SK muss sich zurückziehen. Komm, wir werden wirklich nah genug ran. Wird auch eingesammelt, der Buffy. Und dann mal schauen, ob sie damit vielleicht das Ganze ein bisschen drehen können. Ob sie selbst ein bisschen Tempo reinbekommen für sich. Selbst in die Ressourcen kommen. Denn, klar, momentan sieht es für SK gar nicht so schlecht aus. Und der gefielte Tristana ist nicht schön. Du hast aber später so gutes Teamfight-Potenzial über eben den Kataklysmus, über den Lissandra. Eine Kaiser, die mit dazu kann. Ja, dazu hast du noch Peak-Potenzial über den Thrasher. Also, einige gute Möglichkeiten hier. Wenn sie das gut ausspielen, dann muss auch SK nochmal vorsichtig sein. Jetzt ist es mit der Harrod in der Mitte. Nimmt nochmal ein paar Turmplatten mit. Und man will auch den Turm an sich. Bekommt man auch nochmal extra für Goate für Psyo. Und damit gleich muss das Ganze jetzt mindestens ein bisschen aus. Und vor allem hat man diesen Midlane-Turm, der gerade was den Druck im gegendärischen Jungle angeht, sehr wichtig ist. Und da hat er in den letzten Games oder in den bisherigen Games hat er doch eher so ein bisschen Probleme, die mitzunehmen. Allgemein, die Teams, die vorne lagen, hatten da Schwierigkeiten. Sagen wir es mal so. Aber bisher SK an der Führung. Wir haben jetzt 2.000 Gold mehr. Machen das wirklich gut. Puschen jetzt jedes Side-Lane raus. Man wird jetzt die Top-Lane holen über Tristana. Jace kommt halt auf der Solo-Lane besser klar. Das ist ein gutes Herangehen zu sein. Im Top-Lane-Tor wird man so auf kurz oder lang kriegen. Die Frage ist, ob man Midlane nochmal mitnehmen kann. Weil das wird auf SK wichtig. Sie müssen sich in dem Game aber Scaling-mäßig nicht verstecken. Na, Korki jetzt mit Trinity Force. Tristana mit Infinity Edge. Und schon mal Eifer mit Mensa. Man ist hier wirklich gut dabei. Skana wird da eher die Tankrolle wieder übernehmen an der Stelle. Ich bin gespannt, wie Atok versucht, das Ganze zu drehen. Also sie haben halt auch... Also sie haben Engage diesmal. Ja. Sie haben die Möglichkeit zu kämpfen und auch zu Teamfighten. Aber ich glaube, beim Skating wird es halt ultra hart werden. Weil du hast nicht genug Burst, um einen Carry rauszunehmen. Die Kaiser kann nicht wirklich 1v1. Wenn man sie gegen überraschen kann, auf jeden Fall. Also wenn SK wieder sich schlecht positioniert, dann kann Atok einiges machen. Aber in den letzten beiden Games hat mir SK eigentlich ziemlich gut gefallen. Ja, haben sich da natürlich nur durch ein paar unglückliche Situationen selbst in Bedrängnis gebracht. Wir sehen, der nächste Drache, der wird mitgenommen. Noch mal ein Cloud-Drag für Skana. Also viel besser kann es nicht werden. Mal schauen, was der nächste da wird. Mal schauen, was der nächste da wird. Ich fahre einfach mit der Kamera mal ganz kurz hoch. Und es wird ein... Höllendrauf ist auch nochmal gut. Ja, extra Schaden da. 10% extra AD und AP. Darüber freut man sich auch sehr. Wurde aber auch an der Stelle Atok sehr gut tun. Das ist schon angesprochen. Sie haben vielleicht nichts zu Spurs. Aber wenn sie eben mehr Schaden insgesamt haben, könnten sie das im Fight noch gut rumdrehen. Und gerade gegen die eher weichen Ziele von SK. Aber mal schauen. Der nächste Drache braucht natürlich noch 4... Oh, der nächste Drache. Hans, ich brauche noch 4,5 Minuten. Ah, bis da überhaupt das Thema angesprochen werden kann. Und jetzt hier Ragnarok. Sie, Frenik ist da. Muss da aufpassen. Jetzt auch nochmal Cardi mitdrehen. Und das hat Olaf mit seinem Ragnarok. Der ist wütend. Und geht er weiter hinterher, ist die Frage. Eine Axt noch. Oh nein. Am Ende kommt das andere Q. Und man kriegt den Kill. Das habe ich nicht hier, um gerade Zeit zu bekommen. Und vor allem ein bisschen Kontrolle zu gewinnen. Hat Cardi da gerade die Salve von Janem versucht zu dodgen. Von seinem eigenen AD Carry. Sie sah schon ein bisschen umgeht aus. Oder er wollte die Axt draufheben. Jedenfalls trotzdem stark gemacht. Hier hat gerade GenX probiert zu baiten. Ist halt extra weit nach vorne gegangen, sodass Xio reingeht. Und Skarner war in der Nähe, man hat versucht den Kill zu kriegen. Hat es aber am Ende nicht geschafft, weil Olaf auch da war. Jetzt gerade guckt man hier Clay nochmal. Oh, schöner Hook. Starker Hook, aber keine Chance. Corki spielt hier mit Clans. Hätte er an der Stelle sogar nicht mal nutzen müssen. War sich ja wahrscheinlich nicht sicher, wer da sonst noch in der Nähe ist. Ja. Und dadurch nochmal ein Kill für SK. Und auch im letzten Game hat Clay schon den einen oder anderen Kill abgegeben. 0-4 steht er jetzt inzwischen. Das ist schon ziemlich hart. Sollte im besten Fall nicht passieren. Natürlich will man Warden eigentlich Vision aufbauen, um weiter vordringen zu können. Nicht von den Gegnern im Jungle überrascht zu werden. Aber das ist dann doch ein bisschen too much, wenn man wirklich gar keinen Rückhalt hat. Ja. Also das hier, ein bisschen zu viel gewesen. Aber auch das passiert. Kaiser auch gerade wieder mit Stormraiser und der Pickaxe. Also den Standard-Start, den wir inzwischen immer wieder sehen. Hat dadurch zumindest das Upgrade für die Salve. Und eigentlich kann Atok jetzt schon viel machen. Wir haben ja auch gesehen, Olaf ist schon ziemlich stark in dem Punkt. Und kann den Scanner praktisch im 1 gegen 1 raushauen. Das ist schon lange gewartet. Ich weiß nicht, ob der heute nebenbei noch seine E-Mail checkt. Aber es war vorhin genauso. Stand da mit Jarvan kurz rum. Die Gegner hooken ihn. Er muss gucken, wie er rauskommt. Ich weiß nicht, ob der Gute da gerade mit 100% dabei ist. Ja, mit 100% ist auf jeden Fall hier erstmal Klein mit drin. Der nächste Hook, der sitzt. Keine Chance des Sacre. Und das darf ihm eben nicht passieren. Der nächste Catch, der für Atok gut ausgeht. Zwei Kits inzwischen auch für Janen. Er kommt langsam in den Bereich, in die Phase, in der auch er wieder viel mehr machen kann. Zweieinhalb, drei Items brauchen eben diese Kaiser. Wenn Clay mal einen Fehler macht, macht er den auch direkt wieder gut. Ja, der Hook wirklich wichtig gewesen, dass da Jason nicht rauskommen kann. Damit ein weiterer Kill für Atok. Das ist gerade ein ziemliches Kill-Train. Immer mal wieder so einen vereinzelt. Man versucht, jede Lane zu pushen. Geht noch nicht für die All-Ins für die Team-Fights. Auch wenn es da zwischendurch immer wieder knapp wird. Aber bei 1.30 oder in einer Minute und 30 Sekunden, da wird es so langsam anfangen, Richtung Team-Fight zu gehen. Weil dann der Baron Spawns, der nächste Drache, der Höllendrache, ist halt auch bald da. Also es gibt einige Objectives, um die man dann kämpfen kann. Und ich glaube, Atok hat am Anfang tatsächlich noch die Oberhand, wenn sie es richtig spielen. Ja, wenn sie das gut hinbekommen. Gerade diese Clutch-Fights in diesen Dragon- und Baron-Pits. Ähm, die könnten für sie gut werden. Gerade eben wegen Jardim, Lissandra und ähnlichen Charakteren. So. Es könnte gut funktionieren. Sie müssten es aber auch sauber ausspielen, hast du eben schon angesprochen. Kidui hat jetzt halt auch QSS gekauft. Das heißt, es wird nicht mehr so leicht, sauber zum Beispiel die Tristan herauszunehmen, weil sie sich von der Lissandra-Ultimate befreien kann. Bei ihm ist es aber so, dass er goldmäßig so weit vorne liegt oder so weit vorne lag. Da sollte er immer noch einen guten Vorsprung haben. Ähm, dass er sich ein defensiveres Item auf jeden Fall leisten kann. Ja. Theoretisch hat er jetzt noch 500 Gold-Vorsprung, muss man sagen. Genau. Aber ich meine, das Item bringt ihm ja auch sowas. Er kriegt trotzdem AD, er kriegt trotzdem die Magieresistenz, was natürlich sehr angenehm ist. Wichtig ist hier einfach, dass das Catch-Potenzial sinkt. Und dadurch wird es halt deutlich schwerer, überhaupt für Atok irgendwie nach vorne zu kommen. Oder halt die Fights auch wirklich deutlich zu rühren. Man kann immer noch Corki fokussieren, der auf jeden Fall einen Trinity Force nicht skippen kann. Der muss so schnell es geht in Richtung Trinity Force gehen. Und dadurch ist er halt auch deutlich leichter zu engagieren. Ah, echt gut. So, das sah gerade ein bisschen bitter aus. So schnell kann der Corki dann nicht rennen, wenn der böse Wikinger auf dich zugesprintet kommt. Das war stark gespielt von Xio. Ja, hat schön nochmal reingebated hier Gnx. Und Cardi war einfach da, sprintet los, Predator gezündet, Ult gezündet. Und hast du keine Chance mehr. Frage ist, was bekommt man dadurch? Ein Kehr alleine ist natürlich schön, reicht aber nicht. Hier brauchen wir auf jeden Fall mehr. Clem und die anderen wollten gerade auf jeden Fall mehr. Der Huck hat aber nicht getroffen, dadurch keine Möglichkeit mehr da ranzugehen. Clem muss sogar aufpassen, dass er nicht vom Binding getroffen wird. Seine vorhin haben gut gesessen. Das probiert es hier natürlich immer wieder. Aber es ist gar nicht so leicht, mit dem Moderna-Binding was zu treffen. Da war man gerade weit vorne. Mutig. Aber wenn es um einen Drachen geht, geht man natürlich auch gerne riesig hinein. Ja, Fones, der wieder nochmal zurück, aber schafft das nicht. Wird wieder reingezogen. Drache für K. ist aber ein Trade, den man eingehen kann auf Seiten von Art Hork. Das geht klar. Vor allem, weil es ihm der Höhen-Drache ist. Wodurch wurde er da gerade reingezogen? Das war die Trissana-Ultie, oder? Ich glaube, er wurde zurückgekickt nie mehr, ja. Wobei, ne, die ist nicht auf Cooldown. War das vielleicht der Knockback von Jace, der irgendwie später dann erst gezogen wurde? Das kann sein, das kann sein. Es sind ja manchmal interessante Interaktionen. Klei, ich muss da aufpassen. Wenn der Snipes sitzt, dann war es das für ihn. Also im Endeffekt war es doch nicht nur der Drache, den man hier... Ah, beziehungsweise nur der Kier, den man abgegeben hat, sondern auch den Botland-Turm da, den hat man verloren. Der Midland-Turm und der Botland-Turm pürt jetzt vielleicht noch fallen so rum. Sehen schon, Jenex inzwischen auch mit anderthalb Items. Wird gleich Rapidfire Cannon haben. Muss mit dem Package erstmal rausgehen. Ja, da kommt wieder ein böser Wikinger. Und das hatten wir eben schon Kataklysmus. Der ist leider auch ein Feind von Olaf. Denn er kann nicht durch die Wand durch, bekommt im Endeffekt auch trotzdem den Kill auf Sakre. Denn hier down geht ein 2. Und dann Jane in der Mitte, der muss aufpassen. Laterne zu spät. Trastana ist so ein guter Pick. Und da hat halt Kaiser wirklich keinen Spaß gehabt. Aber ein Solo-Kil mehr oder weniger für Kedui. Jem 1 gegen 1 gegen Jane. Ist auch sehr stark. Und wenn er den letzten Games im Hinterkopf hat, kriegt hier sogar nochmal den Catch-Off-Thrash. Und damit die Möglichkeit, noch weiter zu pushen. Mit Lane, vielleicht mit einem... Obwohl die Wave ist noch nicht nah genug dran. Man wird direkt Richtung Baron gehen. Wenn die Midlane Wave noch besser gepusht worden wäre, hätte man den Midlane Tower holen können. So geht man direkt Richtung Baron. Und da fehlt es gerade halt auch an Vision für Atock. Also das Spiel scheint fast von Anfang an SK in der Hand zu haben. Ja, die Sache ist, sie müssen das noch durchziehen. Denn es liegt ja auch wirklich an Kedui. Kann der das Carrying, ist die Frage. Hier macht er gut Schaden gegen Xio. Spielt nochmal hinterher. Der hat seinen Brutobieter bei Flash nach vorne. Und er kriegt den Key. Also Xio spielt so, wie die Trastana zu spielen. Da ist nochmal aggressiv rein. Kriegt er den nächsten. Beziehungsweise der geht nochmal an seinen Support. Aber ein 3 für 1-Straight im Endeffekt sehr gut hier. Wieder für SK. Jetzt vielleicht sogar nochmal Richtung Baron rotieren. Sie haben immer noch Corki, immer noch Jace. Beide sind gut in der Lage, auch den Baron mitzunehmen. Wir haben Yarnen und Clay, die jetzt natürlich versuchen könnten, ihre Fehler vom letzten Mal auszubügeln. Die müssen jetzt aber ranlaufen. Die Lantern, nette Idee. Trotzdem kommt hier direkt der Turn. Damage auf Clay. Eigentlich zu hoch. Er versucht mit dem Hut nochmal Zeit rauszuholen. Aber das war's für ihn. Trotzdem immer noch kein Baron. Also hey, man hat immer eine Zeit bekommen. Aber das darfst du jetzt so nicht weitermachen die ganze Zeit. Also hier Kill für Kill für Kill abgeben. Das ist im Endeffekt super bitter. SK bekommt er natürlich auch Gold durch, was ihn noch weiter nach vorne bringt. Vor allem, vorher war es eigentlich nur Kidui. Jetzt kommt noch langsam Jannix hat da seinen ersten Kill bekommen. Kommt langsam an Gold. Auch Sakura mit zwei Kids dabei. Frannic wird auch langsam immer tankier. Den kriegst du irgendwann nicht mehr down. Also man muss da aufpassen. Ich glaube, wir können uns natürlich auch wieder splitten. Wir sehen jetzt nochmal den Gold-Unterschied gerade. Top-Lane ahead. Jungle ist mal ein klein wenig behind. Ist aber okay für den Scanner. Mitte ungefähr ausgeglichen. Der größte Unterschied, den hat man natürlich auf der Bot-Lane. Das. Tristana gerade meilenweit ahead. Hat einen kleinen Level-Vorsprung, hat aber vor allen Dingen den Item-Vorsprung auf ihrer Seite. Und wenn sie es schafft, ihre Bombe zu stacken und die Ult zu nutzen, gewinnt sie eigentlich jedes 1 gegen 1. Kaiser kann zwar zurückspringen, wenn sie vorher Tristana markiert. Aber der Schaden der Bombe plus Ult ist halt aktuell so hoch, dass sie da eigentlich platzt, sobald Kidoui den ersten Schlag bekommt. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung. SK muss jetzt zwei am Stück gewinnen. Ja. Das ist ein Best-of-Five. Das Team, das zuerst drei Sieger hat, geht hier als Gesamtsieger eben aus der Begegnung. Das heißt, Atok hat selbst bei der Niederlage noch die Chance, hier das Ganze zu gewinnen. Wir sind natürlich aber auch komplett ausgeglichen. Das ist ja die Frage, bei wem ist dann das Momentum, wer hat das bessere Mindset da im letzten Spiel und, und, und. Das ist dann wieder komplett durcheinander gewürfelt. Wir haben hier nochmal einfach mit dem Versuch zu spotten. Wir haben mit dem Versuch hier, obwohl man gerade keine Vision hat, zu sehen, ob die Gegner wieder versuchen zu trappen. Und das haben sie kurzzeitig. Versuchen hier aber trotzdem weiter den Barrel gerade zu machen. Geht schnell. Wir haben mit dem Corki, Nacestana und dem Jace. Das braucht man da wirklich nicht lange. Man stoppt aber trotzdem bei 3000 AP, sodass kein Fifty Barrel daraus werden kann, dass kein Steal möglich ist. Ulti wichtig gerade. Starkes Ding. Ja, da muss man aufpassen. Atok geht da nach vorne. Haben den Jungler bekommen und noch Doss wird hier sterben. Jetzt versucht aber Kidui von der Seite nochmal reinzugehen, zusammen mit Sakre. Die Kombi aber auf Kidui und der ist down. Und wenn der fehlt, dann hast du Probleme und dann fehlt dir der Schaden. Noch Sakre hier down. Und das ist ein Fight, wie es Kay ihn auf gar keinen Fall haben wollte. Denn jetzt Atok wieder mittendrin im Spiel. Und haben sich hier wirklich... Sie haben den 6-1 Olaf. Sie haben inzwischen auch mit drei Kids liegende Kaiser. Und jetzt haben sie vielleicht gleich sogar noch den Baron, wenn Jannix dann nicht fürs Hero-Play gehen kann. Ah, der Schaden vom Baron ist natürlich schmerzhaft, wenn man so angeschlagen ist wie da gerade. Man bricht auch ab, sicher, sicher. Da hätten Jannix und Doss auf jeden Fall nochmal Kids kriegen können, wenn sie eingegangen wären. Also, dass man sich hier zurückzieht, nachvollziehbar. Insgesamt aber trotzdem ein starker Fight von Atok. Haben hier wirklich lange jongliert und haben versucht, SK rauszulocken. Sind aber trotzdem nicht nah genug rangegangen. Haben den Baron praktisch für sich arbeiten lassen, weil sie einfach gerade noch nicht genügend Potenzial selbst haben. Und haben da drei Kills mitnehmen. Starkes Ding, das man den Baron am Ende nicht bekommt. Natürlich bitter für sie. Trotzdem hat das SK nochmal gezeigt, dass das Spiel hier nicht entschieden ist. Das geht auf jeden Fall noch weiter. Auch wenn SK meiner Meinung nach immer noch was besseres Scaling hat. Der Block von Lissandra ist wirklich gut gewesen. Da hat Fennec wahrscheinlich gerade probiert, ein bisschen zu viel zu forcieren. Wollte auf Teufel-Kerum-Raus den Gegner catchen. Hat nicht damit gerechnet, dass er im Dorf so schnell da hinschmelzt. Fennec jetzt hier nochmal an den Crux. Also, der Baron wird das nächste große Objective, das angegangen wird. Haben jetzt beide Seiten schon gesehen, wie sie es versucht haben. Beide sind gescheitert. Atok jetzt wieder dran. Kriegen die Vision-Kontrolle und starten auch. Die Sache jetzt ist, Kay weiß das. Wie schnell können sie rotieren? Zack, gerade kein Teleport. Der muss laufen. Denn so lange ist Atok in der Überzahl. Pöldet er jetzt gezogen von Frenic. Man macht weiter. Man ist immer noch dran. Und jetzt muss man eigentlich raus. Beziehungsweise Xio, der geht rein. Der will fighten. Kick-Dui ist wieder das Ziel. Der hat nicht mehr viel Leben. Und jetzt ist er wieder down. Xio bekommt den Kill. Fällt jetzt aber selbst. Es ist ein 4 gegen 4. Frenic wird auch gleich nicht mehr am Leben sein. Doss gefallen. Auf der anderen Seite kriegt Korki nochmal einen Kill. Es ist ein 3 für 2, Dreid am Ende. Genix muss nochmal rausspringen. Das war wichtig. Und das ist jetzt hier ein 3 gegen 2 von Leuten, die noch am Leben sind. Baron wird sehr riskant. Wieder für Atok. Sie bekommen vermutlich wieder nichts raus. Aber sie zeigen, dass sie die Fights gewinnen können. Und das wird auf Dauer schwierig für SK. Und Planix hier gerade mit Clan. Sonst wäre da nochmal gerucht worden. Dann hätte man wahrscheinlich bei Atok den Baron auch wieder machen können. So. Entschuldigung. So wird das nicht möglich sein. Korki hat aber auch noch nicht 3 Items. Der Junge wird noch deutlich stärker werden. Und die J-Squeue tut wieder extrem weh. Mirjana noch ohne Mana. Da muss man sich jetzt erstmal zurückziehen. Auf der Bot-Lane hat man den Tower schon mehr oder weniger verloren. Einfach aufgrund der Minions. Da fehlt nicht mehr viel. Ach, da ist er weg. Heißt, am Ende kriegt SK hier doch nochmal ein klein wenig was aus der Aktion raus. Haben gerade mal 2400 Gold Lead. Ist also wirklich nicht viel. Sie lagen auch schon mal ein bisschen weiter vorne in diesem Spiel. Ja. Aber ich glaube, im Endeffekt ist der Unterschied der, der in den Fights praktisch zustande kommt. Welches Team das ganze sauberer und besser runterspielt. Die Sunline-Gages bisher waren on-point. Also Xio overall wieder mit einer sehr konstanten Leistung. Naja, bei Premature nicht so zufrieden mit sich. Hat er selbst noch gesagt. Im Endeffekt auf Twitter gepostet. Ähm, dass seine Leistung da schwankend war hier heute, muss man sagen. Wie du gerade schon gesprochen hast. Wieder deutlich verbessert. Mal schauen, ob er nochmal solche Engages findet. Ob er nochmal die Eröffnung des Fights irgendwie so gut ausspielen kann wie eben. Denn er hat jetzt die letzten zwei Fights wirklich sehr viel getan für sein Team. Aber das Ganze muss mindestens noch ein drittes Mal funktionieren. Wenn ich so noch zwei, dreimal mehr. Auf jeden Fall kommt so langsam der Punkt, wo Olaf nicht mehr so viel Schaden macht. Er hätte ja vorhin noch viel anrichten können. Steht 616. Und dann viel liegt auf Kadir. Und er hat da den Scanner mit dem Thunder schon ziemlich schnell auseinandergenommen. Er switcht jetzt so langsam Richtung Tank. Beziehungsweise hat er die Damage braucht. Du merkst halt, sein Schaden wird irgendwann abfallen. Und er ist dann eher noch als Tool da, um wirklich reinzugehen. Die Gegner zu stören. Auf Abstand zu halten. Und da hilft ihm natürlich Righteous Glory und auch nochmal das Stormblade. Das Gargoyle Stormblade. Oh, ein schöner Standard. Da liegt die Bombo-Kombo von Artok Gaming hier. Zerstört SK komplett. Jetzt gehen sie nochmal hinterher. Aber das wird der Baron. Und so musst du die Fights spielen. Du hast vorhin gesagt, sie müssen sie überraschen. Überraschung. Da war eine Lissandra und die hat super wehgetan. Und das ist für Artok jetzt eventuell sogar der Schritt, um dieses Game zu gewinnen. Er hat sein UI aufgemacht und es war einfach ein Böller drin, der gezündet wurde direkt, ey. Holy moody. Es hat wirklich explodiert. Lissandra geht ran, genau an die richtigen Leute. Alle drei Damage-Dealer-Carries, die squishy sind. Es kommt die Ult durch. Es kommt der Damage, es kommt der Kataklysmus. Alles wurde down gebürstet. Ähnlich wie Doss hier gerade fast. Man kriegt den Inhip und man will für den Finish gehen. Zehn Sekunden. Frennic würde die Down gehen, wenn er nicht weggeht. Schöne Morgana heute nochmal. Könnte wichtig sein. Doss holt die Zeit raus. Aber Xio ist am Turm. Die tanken das. Die können das pushen. Der Nexus ist offen. Der Nexus wird angegangen. Doss jetzt nochmal. Der ist super low card. Die schnürfen da oben. Was sind vor uns alles. Aber der Nexus steht. Und im Endeffekt ist es das Ass für SK. Aber mit einem offenen Nexus. Können sie das irgendwie noch beenden, ist die Frage. Atok wollte hier für den Finish gehen, weil sie selber gemerkt haben, okay, das war eine ziemlich glückliche Situation, dass alles so optimal lief. Wir das nochmal schaffen, wird schwer. Wir versuchen für den Win zu gehen. Und es war wirklich, wirklich knapp. Jetzt gibt man dadurch den Gegner natürlich nochmal den Baron. Die haben die Möglichkeit rauszupuschen, haben die Möglichkeit Druck aufzubauen. Und die, ich glaube die Superbasalen werden jetzt noch nicht den Riesenunterschied machen. Trotzdem, Atok ist kurz davor, das Ganze zu gewinnen. SK muss sich hier nochmal aufbauen, muss das Ganze nochmal drehen. Und der Baron ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Holy was close. Ja. Es wird keinen TP-Finish geben. Na, bei einem Jace könnte man sich das vielleicht vorstellen bei Atok. Aber niemand bei Atok sollte in der Lage sein, hier den restlichen Schaden komplett durchzuziehen. Ja, höchstens. Ja, ne, hat er theoretisch drin. Ja, aber. Phones könnte potenziell, aber ich glaube auch nicht, dass solche TP-Backdoors sind auch meistens einfach nur so ein verzweifelter Versuch, muss man sagen. Sie brauchen es auch nicht zwingend. Ja. Sie haben noch so gute fünf Minuten, in denen die Kombo halt nochmal genauso wie eben funktionieren kann. Wenn SK wieder einen Fehler macht. Und dann ist es halt sicherer zu sagen, okay, wir haben jetzt die Superbasalen. Wir haben den Nexus komplett offen. Wir versuchen eher als Team vorzugehen. Und nochmal irgendwie durchzubrechen. Der nächste Drachen lässt hier auch auf sich warten. Gerade ist es ein Bergdrache. Und Atok eher in der Defensive. Die versuchen jetzt gerade nochmal, die Lanes selber ungefähr auf die gleiche Höhe zu pushen. Haben sie hier in der Mitte gesammelt. Die Sander kommt alleine ganz gut, klar, weil sie mit der Klaue häufig nochmal wegkommt. Aber jetzt muss man gucken. Also die besseren Optionen hat Atok wirklich an zu pushen und nicht an sie versuchen zu splitten. Psyo auf dem Weg zu seinem Team. Vier Drachen auf Seiten von SK. Drei Wolkendrachen. Der Scanner kommt hier auf jeden Fall angesprintet, wenn er will. Die Sache ist, bisher haben wir gar nicht so diese typischen Scanner-Engages gesehen. Weil meistens eben SK das Team war, das engaged wurde. Und leider auch für Furnik meistens dann für ihn mit ein Problem, weil er dann keine Möglichkeit gefunden hat, an die Backline ranzukommen. Atok wird das ganz wahrscheinlich gerade erstmal aussitzen. Wir wollen, dass der Baron da abläuft. Gehen auch nochmal sicher. Halten die Waves gepusht. Auch das ist wichtig. Dann mal schauen, wie sie das Ganze hier angehen wollen. Du hast gerade schon gesagt, nochmal so einen Fight zu erwischen wird schwer. Aber es ist machbar. Auf jeden Fall. Also wenn Xio das hinbekommt, wenn Xio irgendwie flankieren kann, unentdeckt bleibt vor allem. Und dann in die Backline reingeht, dann wird das bitter für SK. Wir haben ihn jetzt auch inzwischen mit QSS, beziehungsweise schon ausgebaut. Das ist ein Skimmitar. Jetzt der Engage von Skanner. Da ist er, wie wir ihn wollten. Und da ist Xio instant down. Ich habe es vorhin schon angeschnitten. Wenn man die Xandra schnell genug rausbekommt, dann reicht das. Jetzt der zweite Kill. Und das könnte sogar auf der anderen Seite schon gewesen sein, wenn es K. Sie nicht zu sehr überschätzt. Wenn sie es jetzt hier langsam runterspielen, dann wird das zumindest der Inhibitor. Da kommt ein Teleport nach hinten. Weh. Ja, aber da sind Wards. Da kommt ein Ping. Sie gehen in die Base. Das kann er nicht machen. Das geht nicht. Ja, ein Backdoor. Aber er hat immerhin ein paar Leute in die Base geschickt. Aber er geht jetzt auch rechtzeitig zurück, um halt selber nochmal delfen zu können. Den Ende wird man verlieren hier in der Midlane. Ist aber rechtzeitig wieder da, um wahrscheinlich den Nexus zu verteidigen. Das ist gut. Das ist an der Stelle ein Play, was den Schaden nochmal begrenzt. Dann ist so. Ich auch nicht. Wird er sogar aggressiv nochmal rangehen. Wird hier gleich gestunt. Und dann... Oh, Ketui sehr weit vorne. Vermutlich viel zu weit vorne. Kriegt aber den Kill auf Yann. Jetzt hier nochmal Downgang. Cardi mit dem Snipe. Dahinten versucht Kleiner mal alles. Aber das ist der Support. Auch Cardi wird down gehen gegen Sakre. Und jetzt ist Xio auf sich allein gestellt. Ich glaube nicht, dass er das Deffen kann. Und Phones kommt jetzt gleich mit dazu. Vielleicht im 2 gegen 4. Irgendwie. Wenn sie nochmal eine Wombe bekommen, will sie kommen. Der erste Nexus-Turm ist down. Und der SK hat viele Minions mit dabei. Zwei Cannon-Minions. Die haben guten Schaden auch an den Turm. Eben über Corki. Er kann mit seinen Schienenproxer gut was machen. Der Nexus-Turm ist down. Und jetzt muss Ahtok nochmal rein. Aber Xio wird zu zählt. Da hinten jetzt vor uns. Der kriegt Sakre sogar fast. Aber Jenex ist da. Und das wird das 2 zu 2. Und wir kriegen ein fünftes Game hier im Sin-League-Finale der Season 2. Spannender kann das Ganze nicht sein. Starkes Ding am Ende. SK hat es praktisch so beendet, wie es fast für sie geendet hätte. Indem sie es ja wirklich durchgezogen haben. Mit einem starken Push. Haben sich da nochmal gut zurückkämpfen können. Ich meine, die eine Aktion von Xio und Phones. Diese optimale Dissandra-Ultimate. Die war wirklich so eine Aktion von 100. Dass das genau so zustande kam. War halt wirklich glücklich. Ich glaube, man hätte es früher abbrechen sollen. Dann hätte man am Ende noch bessere Chancen gehabt, das Ganze zu drehen. Wenn man den Baron nicht abgegeben hätte. Und dann nicht hätte so passiv spielen müssen. Ich kann aber auch verstehen, warum Ahtok gesagt hat. Wir gehen jetzt auf alles oder nichts. Zum einen haben sie jetzt noch ein Game, was sie gewinnen können. SK muss halt die 2-Games in Folge gewinnen. Und vor allen Dingen, wir haben gesehen am Ende, die Tristana und Corki haben einfach zu viel Damage gemacht. Wenn man einen bekommen hat, hat es nicht gereicht. Da war noch ein zweiter Carry, der super krass gescaled hat. Das war stark. Vor allen Dingen auch diesmal von Kedui, der es halt geschafft hat, in der Lane nach vorne zu kommen. Sogar einen Solo-Killaufjanen zu holen. Vielleicht lässt die Konzentration da auch nach. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass sie jetzt ad hoc so aus die Tristana pickt. Weil Kaiser hat zu wenig Reichweite am Ende, das haben wir gemerkt. Kommen da nicht mehr wirklich klar. Wenn sie ein Heimat-Dinger kriegen, würden wir natürlich insane. Kann ich mir mal nicht vorstellen. Ansonsten, Xio auf jeden Fall auf den Carry. Das sind noch Optionen. Vielleicht spielt er auf Silas. Ja, das wäre krass, wenn man den Pick jetzt wirklich kriegen kann. Eben wurde er gebannt. Aber ich bin hyped auf das letzte Game. Also das war gerade noch mal richtig close. Ja, und das letzte Game kriegt ihr aber erst in einer kleinen Pause. Da gehen wir jetzt nämlich rein. Die letzten sechs Minuten, bevor wir zur letzten Pick-und-Band-Phase gehen. Also rennt nicht zu weit weg. Bis gleich. Ich mach das wunderbar. Was ist denn da los? Das war... Ich mach das wunderbar. Ich mach das wunderbar. Ich mach das wunderbar. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 nicht anders gesagt, hätte ich das geglaubt. Ich bin der Bucklige, weißt du, der am Ende die Leute einfach verrät. Gut, das gibt übrigens eine Abkürzung, wenn er durch die Berge durchlauft. Das heißt, du bist nicht nur Erfolgsfäden, sondern auch der Bucklige. Geil. Schlimm, oder? Ja, mega. Na gut, mal schauen. Schlimm wäre jetzt hier natürlich für SK, wenn Antog den Baron macht. Deshalb sorgen sie auch schon dafür, dass die Vision wieder gekleert wird. Also das hier ist gerade wirklich der Baron Dance auf dem, ja, auf der maximalen Stufe, denn beide Seiten sind immer in der Nähe, gucken eben, dass die Division klingen können. Der Kampf um die Wards wäre jetzt eben gegeben. Frannic muss ja noch mal ein bisschen Damage vom Baron tanken. Ja, da ist Righteous Glory auf Ryze, ne? Hört sich auch ähnlich an. Deswegen Synergy und das Binding war wieder on point. Also, gleich wirklich richtig stark mit der Morgana. Da, mit den Sidesteps, das reicht. Die Verlangsamung nicht hoch genug von Velkos. Man kann aus dem Knockup rauslaufen und kommt dadurch nochmal davon. Super wichtig, da der Rest von Ad-Hoc gerade dabei ist, den Baron zu machen. Asi ist auch da, versucht die Gegner auf Abstand zu halten, aber die Rotation von SK erfolgt schnell genug. Man ist hier nicht rechtzeitig mit dem Baron fertig, als dass man die Gegner komplett überraschen könnte. Beide Junkler gehen hier raus, man wird turnen. Oh, die Wilder Foxy und nicht schlecht hat, aber kein Mana mehr und Franny kommt im Endeffekt durch die Heilung immer davon. Herrlich Sim, die trifft ja auch seine Q nicht. Und sehr viel drumherum wieder für einen Kill im Endeffekt. Also, die nehmen sich wirklich nichts. Das ist ein Finale. Ja, und das wird im Finale auch würdig. Denn beide Seiten wollen, die gehen hier für die Plays. Das war wichtig, dass Fawns da nochmal rausflaschen. Und wenn da da CC'd, was beslobt wird oder irgendwas passiert, dann war es das für ihn. So viel Leben hat Kadir hier gerade nicht mehr. Oh, sie wollen den Baron aber durchziehen. Der fällt so schnell und der geht im Endeffekt an Yharnen. Also, an Artok, man verliert seinen Junkler, das ist okay. Vier Leute mit dem Baron ausgestattet und jetzt mal schauen, was sie damit anstellen können. Das war super close. Dass wir auch am Ende nicht Kadir den Last Hit bekommen, sondern Yharnen zeigt schon mal, wie knapp das Ganze war. Am Ende, wie du schon gesagt hast, man kriegt einen Kill. JC, der in den Ginn auch mal mit dem Snide, den die Sim mitnimmt. Aber viermal Baron Buff ist wirklich gut. Gerade, weil man hier damit in der Lage sein wird, den Spitpush noch stärker durchzuziehen. Und den hat eigentlich Ryze im 1 gegen 1 bisher eh schon gewonnen. Hattest du da bald nochmal Rabaddons fertig. Es ist also nicht die Full-Tank-Ryze-Variante, sondern es ist wirklich Damage im Haus. Und das finde ich gut. Rylais ist zwar nicht schlecht, weil man nochmal Leben dazu bekommt, aber du brauchst den Slow eigentlich nicht wirklich. Und mit Rabaddons als drittem Item bist du deutlich besser aufgestellt. Aber er hat jetzt die Möglichkeit, Sakram 1 gegen 1 zu töten. Das hat er vorher nicht gehabt. Ansonsten A.C. auch bei drei kompletten Items. Kaiser bei drei Items. Also die Power Spikes sind inzwischen erreicht. SK hängt natürlich nicht weit hinterher. Aber es sieht so aus, als könnten sie gar nicht mehr großartig was gegen machen. Wir schauen, die anderen hier auf der Top-Lane am Puschen. Der Burn-Buff soll natürlich gut genutzt werden. Das macht man gerade auf drei Lanes. Da bin ich immer ein großer Fan von einfach möglichst viele Minions-Buffen. Denn je mehr Minions gewafft werden, umso mehr Schaden kannst du im Endeffekt auch den gegnerischen Objectives austeilen. Bot-Lane T2, Turm ist down in der Mitte. Xio auch gut dabei. Das Cannon-Minion macht da die meiste Arbeit, aber es reicht auch. Wir haben hier vor uns zusammen mit Cardi und eben die Duo-Lane auf der Top-Side gerade unterwegs. Die Spielen nicht schlecht. Jetzt müssen wir klein aufpassen. Kataklysmus geht rauf. Und er hätte jetzt gleich wieder einen Flash, um davon zu kommen. Erstmal seine Ult mit. Sonja ist gepaart. Das war sehr gut. Brennt jetzt aber und sollte down gehen. Der Kill hier für SK im Endeffekt. Aber dafür auf der Bot-Set gerade dieser Inhibitor-Turm, der fallen wird. Das ist ein Tausch, den man eingehen kann. Jetzt die anderen da oben. Du musst aufpassen, denn da kommen drei Leute hochrotiert. Und du bist komplett alleine. Sprit hier nochmal da vorne. Jetzt aber Frenic nach vorne kickt den Slowdor auch durch. Haut drauf, was er kann. Ja, den nochmal hochgeworfen. Jetzt mit dem Killer-Instinkt. Flash davon. Scheint ja nochmal rauszukommen. Das hätte aber sauberer gehen können. Man versucht hier weiter am Inhib zu arbeiten und den mitzunehmen. Sollte aber wirklich vorsichtig sein. Gerade mit dem Velcos hat man ihn auch gute Möglichkeiten Flix mitzunehmen. Man hat zwar nur den Knock-Up, den man zugegebenermaßen bisher häufig verfehlt hat. Trotzdem ein Knock-Up und man stirbt da an der Stelle. Der Slow ist halt wirklich unangenehm. Man schafft es aber wegzukommen, hat den Tower insgesamt. Liegt hier Artok deutlich weiter vorne als in den vergangenen Games. Haben jetzt halt wieder fast 8000 Gold Vorsprung. Das ist verdammt viel. Sind zwar 32 Minuten, das heißt, der Vorsprung ist jetzt nicht so übertrieben hoch. Aber trotzdem, auf jeder Position gute Seite, mehr zu haben, ist schon nicht verkehrt. Und das Scaling ist schon gesagt, ist halt wirklich gut. Ja. Wir haben jetzt so langsam, aber sicher, bei jedem Carry drei Items. Ryze hat es geschafft, den Rabadons fertigzustellen. Die Träne ist komplett gestärkt, das heißt, es wird auch sehr schwer, ihn zu töten. Und jetzt könnt ihr überlegen, ob er eventuell noch mal ein bisschen was Defensiveres dazu holt. Ja, im Endeffekt, also Ryze's Glory hat natürlich, an sich, wenn wir uns das Item angucken, erstmal hauptsächlich nur defensive Stats. Der einzige offensive Aspekt ist eben, dass er rein sprinten kann in die Gegner und jemand vielleicht catchen kann. Was man bei Ryze auch immer bedenken muss, Mana wird gleich schaden, denn, ja, seine Passive macht er eben, dass er dadurch auch ein bisschen was bekommt. Das heißt, auch ein Righteous Glory ist so ein Off-Tank-Item, wenn man es irgendwie übertragen will, denke ich mal, oder so kann man es so nennen. Das heißt, mal schauen, wofür er jetzt geht. Er hat eigentlich geliehen Rüstungen inzwischen mit dabei, sollte auch lange genug aushalten. Es gibt noch viele Möglichkeiten, die er da mit reinpacken kann. Also auf den Ryze würde ich ihn diesmal nicht sehen, das hat mir vorhin gar nicht gefallen. Und was ja auch nicht sehr schönes ist, diese Kombo, die hier gegen Atock durchgeht. Klai zusammen mit Kadi hochgeworfen, aber Klai kann ihn mal retten. Die Wallen nicht schlecht. Im Endeffekt, Fennig hier vorne hat sich allein gestellt. Fons kommt mit dem Schaden mit dazu, kriegt auch den K. Im Endeffekt, Xio, der überlebt das nicht. Der Lays am Ende zu schmerzhaft. 1 für 1 Trade wieder. Also die beiden nehmen sich hier nichts. Atock und SK wirklich mit dem, also die hauen hier alles raus. Der Turn wirklich nochmal gut an der Stelle. Aber wir haben auch gesehen, wie viel Schaden Dekos machen kann. Das obwohl er praktisch 2 Slow Items gekauft hat. Er hat jetzt aber 3x Penetration. Und das macht einen richtig fetten Unterschied. Wenn du zusätzlich zum Base Damage und dem True Damage nochmal die Penetration dabei hast. Es brennt. Ah, es fiebelt ordentlich. Und das hat Xio gerade am eigenen Leibe erfahren. Der ist jetzt auch kurz davor, seinen Rabadon zu kriegen. Wird also nochmal um einige stärker werden. Aber wirklich, SK hält die Base so unfassbar lang. Wir hatten heute 3 wirklich lange Spiele. Ja. Und 2, die auch schon länger als der Durchschnitt waren. Die kämpfen halt so verzweifelt gerade. Der nächste Barron ist in einer Minute da. Und ich glaube, da wird es entschieden. Wenn es nochmal einen fetten Teamfight gibt, bei dem eine Seite mit 3 Kills mehr rausgeht, dann sollte das der entscheidende Fight sein. Ja, das auf jeden Fall. Das war ganz super verwirrend. Wir haben schon Tristana-Sounds gehört, um Tristana zu sehen. Aber ja, ich stelle dazu mit dem Fight. 30 Sekunden, dass der Timer bis der Ring wieder eröffnet ist. Vorher aber Adhok gerade auf der Botzeit unterwegs. Vielleicht mit dem Catch für Sakura, aber der ist da auch zu sicher. Sie nehmen nochmal ein bisschen was aus dem Jungle mit. Das heißt, sie wollen möglichst viele Ressourcen verwehren auf Seiten von SK. Das heißt, sie sollen wenig bekommen. 8000 Gold-Vorsprung immer noch. Bei Adhok eben. Sie halten das gerade. Das ist ganz gut. Jetzt wird die Vision aufgebaut. Und dann, wie gesagt, in 6 Sekunden ist der Baron da. Und der wird dann interessant. Kann Frenik den vielleicht klauen? Kann SK sich sowieso in die bessere Position schieben, um den anzugehen? Oder, oder, oder? Das werden wir in den nächsten paar Sekunden sehen. Die Beinlinge sind halt so knapp. Und bisher hat da Kali einige Catches landen können. Äh, Clay, sorry, nicht Kali. Kali war auch mit einem sehr guten Spiel. Das muss man dazu sagen. Hat hier mitlich Sinn getan, was er konnte. Einige starke Insects dabei gewesen. Botlane versucht jetzt wieder den Rücken von Ryze zu decken. Im Zweifelsfall, falls man hier wieder versuchen will, den Speedpush von Phones aufzuhalten. Asia, Morgana und auch die Kaiser kommen halt zu dritt wunderbar klar. Hat aus dem Zweifelsfall den Disengage über die Asi-Wall oder Morgana opfert sich mit der Ultimate und dem Sonja so, um halt mehr Zeit rauszuholen. Das ist auch den Tower, also man ist da schon recht sicher. Und man merkt, das nächste Ziel wird der Baron. Vision wird aufgebaut, man kiebt sich so langsam dahin. Asi sollte bald sein Rabadons haben, kann also höchstwahrscheinlich gleich nochmal an die Basis zurückgehen, um das Item zumindest fertigzustellen. Hätte, glaube ich, gerade geguckt, ob die Wolken noch da sind. Problem an der Sache ist halt, dass Xeo kein Telefon hat. Heißt, er darf wirklich nur dann Base gehen, wenn man sich sicher sein kann, dass die Gegner nicht den Battle starten. Oh, feinde ich hier mit dem kleinen Versuch nach vorne zu gehen. Das ist wirklich gerade jeder Step, der eventuell in die falsche Richtung geht. Könnte das Ende dieses Games sein. Also, der T1, der Mütter hier gepusht wird nach 36 Minuten. Da geht man aggressiv auf Janen, der hat einen Blacksheet drauf, der hat einen Killer Instinct muss da raus, aber der Schaden reicht aus, man kriegt den Kill und jetzt Cardi auch mittendrin, auch der fällt und der SK übernimmt das hier komplett. Vor uns geht ebenfalls down. Kidui muss nochmal aufpassen, aber das darf dir so nicht passieren als ADC in diesem Match. Adjok Gaming gibt hier eine wirklich gute Partie, zumindest fürs Erste außer Hand. Da geben zwei Türme in der Mitte ab und jetzt vielleicht gleich sogar noch den Baron, nachdem wofür sich SK entscheidet. Xeo versucht halt auf Teufel Gumm raus, gerade das Ganze zu verteidigen, hat halt seine Soldaten weit nach vorne gestellt und nochmal viel Schaden angerichtet. SK klein wenig verzögert, aber nicht lang genug. Die werden ja auf jeden Fall den In-Hip bekommen, aber weitergehen wäre zu risky. Das haben wir vorhin gesehen. SK noch mit 20 Sekunden, die sollten sich jetzt lieber einmal zurückziehen. Sieht aber so aus, als würden sie da vielleicht auf mehr hoffen. Wollen jetzt wirklich rein. Die Ultimate hat's disengaged. Da ist der Follow-up von Kidui und der erste Kill sitzt hier direkt auf Xeo, den kann man mitnehmen, genauso wie die Morgana. Den Nexus offen und man ist nicht rechtzeitig da, um es zu defen und SK holt sich den Win in der Sin League. Poggers, was ein Fight am Ende. Das kam jetzt super unerwartet und Atok innerhalb von Sekunden zerbricht hier alles und SK Gaming. Ich hab gesagt, der letzte Fight, wo drei Leute sterben. Das war's. So, es ist halt, es ist hart für Atok, weil eigentlich hätten sie es gewinnen können, aber SK super gemacht. Im ersten Spiel fand ich, haben sie noch ein, zwei Situationen, wo sie sich so ein wenig haben überraschen lassen, wo sie vielleicht noch aufgeregt waren, aber am Ende super stark. Die letzten beiden Games, die sie die beendet haben, die sie da in den letzten Fights wirklich auch konsequent durchgezogen haben, war richtig strong. Ja, das auf jeden Fall. Also, Hut ab, SK, sie haben den Fluch quasi gebrochen. Ja, sie haben ja selbst gepickt jetzt, die Seite, und haben aber dann gewonnen. Aber die Redside hat gewonnen. Es gibt aber noch den Fluch, dass sie auf Offline-Finals verlieren. Das war jetzt aber erstmal nicht Offline, das ist ja okay. Ich weiß. Jetzt streuen ich Salz in die, die haben gewonnen, die wollen glücklich sein. Ja, können sie auch. Bei der Begegnung, es war wirklich, wirklich gut. Und ich fand die ganzen Games waren unterhaltsam. Die waren zwar sehr lang, aber im Endeffekt, die letzten beiden Games waren super knapp. Und auch im dritten Game hat man schon gesehen, dass die Teams halt super viel gefeitet haben. Es war vielleicht nicht das sauberste League, sag ich mal, aber es waren ein paar richtig starke Dinger dabei. Gerade was die Plays angegen haben, das Asier-Play von Sea of the Botline war jetzt gerade zum Beispiel ziemlich stark. Auch Kadi hatte ein paar wirklich gute Aktionen. Aber SK am Ende einfach als Team besser gespielt und vor allem Fehler von Atok, und davon gab es ein paar, gut ausgenutzt. Ja, das ist auf jeden Fall. Also insgesamt eine runde Leistung und von beiden Seiten, es war ein würdiges Finale, muss man sagen. Wir hatten ja im Laufe des Jahres, oder im Laufe des Splits, wobei ist ja auch im Laufe des Jahres, weil es eben erst April ist. Aber wir hatten eben so viele deutsche Teams, die sich auf einem Level bewegt haben. Also selbst die Teams, die vielleicht ein bisschen schlechtere Stats hatten, sag ich mal, haben trotzdem gegen die großen Teams immer die Siege geholt. Auch so Teams wie AIQ, Unicorns, Maus, die jetzt gar nicht in den Playoffs mit dabei waren, auch die haben eben mal gute Spiele gezeigt. Und es war sehr lange auf einem Level. Heute war jetzt wieder SK gegen Atok vorne, dafür hat Atok bei Primit 2 besser gegen SK gespielt. Da war aber Big wieder besser, die gar nicht erst hier in der Runde waren. Also deutsche Szene ist momentan einfach hammergeil zum Zuschauen, weil man nie weiß, was passiert, wie zum Beispiel heute fünf Games. Aber dann ist es, glaube ich, auch umso schöner für die Teams, wie jetzt zum Beispiel für SK einen Sieg zu holen und hier heute eben mit drei, zwei Sieger rauszugehen für Atok Pitta, die jetzt zwei Vereinigte am Stück verloren haben tatsächlich und jetzt gucken müssen, dass sie vielleicht in der ESL das Ganze noch abrunden. Mal schauen. Ja, vor allem für Frennic auch schön, naja, konnte sich hier nochmal zurückarbeiten. Er hat ja auf der Premier-Tour auch selber gesagt, er war nicht so wirklich zufrieden mit dem, was er geleistet hat, hat er mal einen Ballant abgegeben, halt wirklich aufgeregt und heute hat er ein paar starke Plays gemacht. War vor allen Dingen immer rechtzeitig auf der Bot-Lane, um zu counterganken, weil wenn wir eine Sache auf der Premier-Tour gesehen haben, dann war es, dass Atok viel um ihre Bot-Lane gespielt hat und heute hat man es entweder so beantwortet, dass man selbst die Top-Lane nach vorne gebracht hat und Zack, das ist ein wirklich guter J-Spieler oder man war halt rechtzeitig da, um den Gang komplett abzublocken und zu verhindern. Also ziemlich, ziemlich strong. Ich finde, Atok hätte den Win genauso verdient, wenn die es jetzt am Ende, ich meine, wenn die es am Ende noch gewonnen hätten. Es war halt ein Fight, der alles entschieden hat. War strong, aber SK, wirklich Props. Richtig, richtig gutes Game. Und ich finde, das war so das SK, was man am Anfang vom letzten Split gesehen hat, auch auf den letzten Premier-Touren, also den ersten vom letzten Saison. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Das war wieder das alte SK. Nicht hundertprozentig von der Stärke, aber schon ziemlich nah dran. Das auf jeden Fall. Sie haben sich da wieder ein bisschen gemausert. Es ist natürlich immer so eine kleine Entwicklung, die man durchmacht, gerade weil jetzt Änderungen reinkamen. Sie haben ja eben ein bisschen ihr Rostro verändert, zum Beispiel, bis Scarface war dann nicht mehr mit dabei. Ich frage mich gerade, sollen wir jetzt alle Leute ins Interview holen? Das ist eine gute Frage. Franz, wir sollen ja nicht alle Leute ins Interview holen, oder? Meinst du nicht, das ist ein bisschen hart? Das könnte sehr hart. Wir können halt alle nacheinander holen, das wäre eine Option. Wollen wir das so machen? I don't know. Ich weiß nicht. Ich bin gerade, also im Endeffekt. Es gibt halt mehrere Optionen. Frennic würde ich gerne sprechen, um zu gucken, wie er sich jetzt fühlt, gerade nach dem Vergleich von der Premier-Tour zu jetzt. Kidui wäre wahrscheinlich auch angebracht nach den Matches. Okay, wir können ja die Mechanic machen, die auch Riot immer macht. Sie nehmen alle und stellen jedem eine Frage so. Wenn die jetzt nicht alle durcheinander labern, wenn sie reinkommen, können wir das gerne probieren. Ich kann sie ja erst moven, dann entmute ich uns und dann gucken wir, ob es zu laut wird. Ich glaube, es ist gesitzt. Entmute uns erst. Erst entmuten? Okay. Und dann musst du einfach alle runter. Ich meine, Broken Sharp ist da. Ich muss ja alle nacheinander machen, das ist das Problem. Kannst du nicht komplett moven? Nee, man kann nicht komplett moven. Ach, aber sie können join. Ja, oder das ist eine Option. Das ist noch besser. Das ist die Frage, hört ihr uns alle? Hallihallo. Sehr gut. Nice. Sehr schön. Hallo. Hi. Okay, ja gut. Bei Deutsch-Sprachen klappt es ja schon mal. Ja, das ist super, wenn ihr alle so nacheinander ankommt. Ich spreche Deutsch sehr gut. Ja, ja, wir kennen Broken Sharp. No problem, wir können Sie in Englisch fragen. Ich denke, die Viewer verstehen. Erste Frage, wir fangen auf Deutsch an, okay? Gerade an Frannik. Du hast ja die Premier Tour wahrscheinlich noch in deinem Hinterkopf. Und es gab da so ein paar Aktionen, die da vielleicht nicht ganz zu deiner Zufriedenheit gelaufen sind. Zum einen, wie zufrieden warst du heute mit deiner eigenen Leistung? Und ihr habt jetzt offline, ihr habt jetzt online gewonnen, ein Final. Erstmal herzlichen Glückwunsch, habe ich noch gar nicht gesagt. War eine mega geile Begegnung. Glaubt ihr, ihr könnt die Ergebnisse jetzt eventuell auch auf Offline-Matches übertragen? Klar habe ich das noch im Hinterkopf an der Premier Tour und das war auch noch ein paar Tage danach noch so mega tiltend und man macht sich natürlich so ein bisschen Gedanken, aber im Endeffekt kann man nichts machen, außer halt weiterzumachen und daraus zu lernen quasi aus den Fehlern. Und ich weiß es nicht, was es ist, aber ich denke, wir spielen online einfach weniger scared als offline, also wir pullen mehr den Trigger wie zum Beispiel jetzt in dem letzten Teamfight gegen Atock, wo wir gerade irgendwie 8k Gold hinten waren und dann halt trotzdem all-in sind, weil wir einfach confident rein sind und dann halt Jahn one-shotten und dadurch das Game gewinnen. So Sachen würden wir halt offline glaube ich nicht machen oder haben wir nicht gemacht. Und ich denke, wir müssen einfach mehr, ja, uns mehr, quasi, mehr mutiger sein offline sozusagen. Selbstsicherheit ist da wichtig. Na, gerade, wie du schon gesagt hast, im letzten Spiel, aber auch davor, dass ihr praktisch die eigene Basis nochmal verteidigen könntet, euch zurückgearbeitet habt, das war wirklich stark und ich glaube, das ist halt auch das, was man am Anfang bei SK gesehen hat. Also so, wenn ich euch, sagen wir mal, vom Beginn noch im Hinterkopf habe, war es halt häufig so, dass ihr Early-Game-orientierter gespielt habt mit einer hohen Selbstsicherheit. Ich glaube, wenn ihr das übertragt habt, habt ihr wirklich gute Chancen im Finale beziehungsweise auf Offline-Finales. Na, im Online-Finale habt ihr jetzt schon gewonnen. Mal gucken, was ihr dann Zukunft sein könnt. Ja, ich würde mich mit der nächsten Frage tatsächlich direkt, ich gehe einfach die Reihe von unten nach oben. Ich würde mich dann an Kidui jetzt wenden, denn du hast ja heute sehr viel, also du hast jetzt halt fünf Spiele eben gegen Yannin gehabt und es war eigentlich jedes Spiel so ein kleines anderes Muster. In dem einen Game war Yannin wirklich komplett vorne, aber zum Beispiel in Game 4 habt ihr ja die Botlane komplett durchgestompt. Erstens, so wie war eure Gefühlslage auf der Botlane vielleicht oder deine explizit und was waren so eure Ansatzpunkte vielleicht und das Ganze denn im Laufe der Series besser für euch zu gestalten? Also wir haben ja schon seit längerer Zeit gemerkt, dass Adhoc sehr gut darum spielt, dass sie einfach in Yannin das Gold reinfallen und dann halt Botplates damit nehmen und ja, da waren wir auf einmal vorbereitet. Da haben wir jetzt die ersten drei Games glaube ich trotzdem ordentlich Kingdom bekommen in Botlane. Ich weiß nicht, wie viele Games waren, aber dann haben wir so glaube ich anders gedraftet. Wir haben angefangen Tristana zu spielen und ich weiß nicht, mit Alistair und Tristana Morgana, wir konnten die halt irgendwie viel einfacher punishen für ihre Mistakes und sind halt öfters dann auf Lange gestorben, als wenn wir einfach, ich glaube, als wenn wir einfach Kalista spielen können. Das gefällt uns besser und funktioniert für uns leichter. Ja, man hat am Ende auch festgestellt, dass es ein bisschen besser funktioniert hat. Gerade in dem einen Game, wo ihr zwei Kids nach vorne gekommen seid, sah es halt wirklich leichter aus als zuvor. Farmdefizit ist ja trotzdem mal so ein kleines Problem gewesen. Aber ich habe es auch zwischendrin, wir haben das Game schon gesagt, ihr wusstet halt mehr, worauf ihr euch einlasst. So, also wirklich, man hat gesehen, dass ihr euch gegen Atock vorbereitet habt, was fand ich sehr, sehr cool. Ansonsten noch eine Frage, die kann jeder von euch beantworten, wenn ihr Lust habt. Ihr habt ja jetzt insgesamt früher sehr viel Early-Game-orientierte Kombos gesehen, jetzt haben wir sowas gesehen wie Kale zum Beispiel, wir haben eben gerade einen Velcoc gehabt. Wo fühlt ihr euch immer noch am sichersten aktuell, was so die Team-Kombos angeht? Wirklich eher Early-Game, vielleicht Teamfight-fokussiert oder fühlt ihr euch auch sowas wie Splitpush ziemlich wohl eigentlich. Ich denke, wir sind auf verschiedenen Sachen rechtlich, aber am besten gefällt uns, glaube ich, immer noch so der Early-Game-Playstyle mit Winning Jungle und mit Pryo, weil wir damit sehr viel machen können. Aber man kann natürlich nicht nur einen Playstyle spielen und deswegen spielen wir halt so viel wie möglich, versuchen wir uns da zu verbessern und damit wir dann halt mehr ein Petto haben gegen Teams, die da vielleicht was Gutes gegen haben, wie zum Beispiel damals ESG, wenn man da Early-Game gegen gespielt hat und nicht komplett clean gespielt hat, dann war halt gut lost. Deswegen versuchen wir da so ein bisschen ambivalenter zu sein. Ein bisschen anzupassen. An Jennings hätte ich jetzt noch eine Frage, du hast ja auch wieder dieses direkte Video gegen Xio, Xio ist ja auch einer der bekannteren deutschen Mitländer eben. Aber wie war das für dich heute? Und man hat ja gemerkt, die Matchups waren teilweise ein bisschen, komisch ist das falsche Wort, aber sie wirkten sehr schwierig gerade, weil auf beiden Seiten wir hatten dann diese harten Flexpicks und alles einfach so deine Einschätzung zu heute. Siehst du dich eher auf den Picks, die du heute gespielt hast, also sowas wie Corki zum Beispiel oder Vel'Koz? Wärst du denn doch eher lieber Team Z, wie wir von dir auch schon gesehen haben zum Beispiel? Also heute, ich bin natürlich erstmal froh, dass wir gewonnen haben, aber mit meiner Leistung selber bin ich nicht zufrieden, vor allem in dem Sylas-Game, da hätte ich viel mehr machen können. Dann die anderen Games habe ich ja Kale, Vel'Koz und Corki quasi gespielt und das sind ja eigentlich eher Lake-Game-orientierte Champions und das war halt unser Plan gegen Atock, weil wir wissen, wie sie spielen und diese Champions funktionieren einfach besser gegen sie. Aber wenn es nach mir ginge, würde ich jedes Game-Counter picken und dann immer assessen, wenn es geht. Gute Einstellung, gefällt mir auf jeden Fall. Kurze Frage zu dir noch ganz kurz, was hältst du von Kale aktuell? Wie stark findest du den Champion? Ich finde Kale ziemlich stark, gerade weil man sie halt, weil man viele Bild-Varianten auf ihr hat, also man kann sie quasi AD oder auch AP bauen und sie wird immer sehr viel Damage machen und hat einen guten Bildweg. Also ich würde sie schon als Top-Tier-Pick einschätzen, aber es gibt auch viele Champions, die sie counteren, auch welche, wo man es nicht erwartet und vielleicht kann man ja dann ein paar Überraschungen am Wochenende sehen. Ja, das könnt ihr euch natürlich offen halten. Am Wochenende ist natürlich immer noch eine Möglichkeit, wo wir ein bisschen was sehen können. Ja. Vielleicht noch eine Frage in die Runde, weil jetzt die Season neigt sich ja so langsam dem Ende entgegen. Wir haben es jetzt schon ein bisschen angeschnitten, klar waren da auch Spiele dabei, die jetzt vielleicht, oder Turniere, die bei denen nicht so gut liefen, aber im Endeffekt, ja man wird ja besser mit der Zeit, seid ihr overall zufrieden mit dem bisherigen Verlauf, so rundum, auch wie gesagt, Erfolge ist nochmal was anderes, die können ja noch kommen in Zukunft, oder mit der Entwicklung, die ihr durchgemacht habt, oder sagt ihr, nee, da würde noch mehr gehen? Ich denke, die Entwicklung war, wenn man das als irgendwie so ein Grafen sehen würde, am Anfang recht gut, weil wir da auch dann überall Erster waren in jeder Liga und auch ziemlich gut gespielt haben und dann gab es halt, seit Bonn eigentlich so, gab es diese Probleme so ein bisschen da, es hat auch damit zu tun gehabt mit dem LEC-Roster, dass da Coaching-Stuff getauscht wurde, Rem musste dann für uns beide so ein bisschen mithelfen, war auch mega stressig für ihn und natürlich für uns auch nicht optimal und dadurch sind wir dann quasi sogar noch schlechter geworden, weil wir dann Scrims hatten ohne Coach teilweise, wo wir Sachen uns angeeignet haben, die halt wirklich schlecht sind und ich denke, jetzt sind wir aber wieder auf einem sehr guten Weg, besser zu werden und wenn wir die Online-Performance, die natürlich auch noch ausbaufähig ist, weil das heute echt knapp war, offline auch so zeigen können, dann ist es auf jeden Fall wieder so, dass wir zumindest so sind wie am Anfang und da kann man noch sehr stark drauf aufbauen, denke ich. Eine letzte Frage hätte ich noch, danach können wir euch auch in den entspannten Abend entlassen und zum Feiern entlassen. Mit diesem Win, wie seht ihr eure Chancen auf den European Masters? Weil das ist natürlich auch ein Online-Game, zumindest am Anfang, wo ihr vielleicht die Leistung von jetzt mitnehmen könnt. Geht ihr da confident rein? Also wir spielen ja am Anfang noch die Play-Ins, deswegen sind die ja am Anfang noch, ja wie soll man sagen, es gibt halt härtere Gegner, aber auch leichtere Gegner und da kommt es halt ein bisschen darauf an, wie wir uns schlagen gegen die guten Teams, glaube ich, weil nicht viele Teams durch die Play-Ins kommen und ja, also ich glaube, wir sind gerade in einem guten Spot, wir sind jetzt nicht überragend, wir sind aber auch jetzt nicht so schlecht und deswegen werden wir jetzt halt noch ein bisschen Improven für EU Masters und uns auf die Gegner vorbereiten können, weil die Gegner sind ja so zacken, gegen die spielen wir dann zum ersten Mal, weil in der deutschen Szene spielt man halt nicht gegen die, ja und uns gut auf diese anderen Play-Styles vorbereiten, denke ich, dass wir ganz gute Chancen haben, aus den Plänen rauszukommen und auch vielleicht ein gutes Show-Eak in den EU Masters selber drin haben. Ich zum Beispiel denke halt, dass performance-mäßig von den Trainingseinheiten, die wir hatten, wir schon eines der besseren National Leagues, also National League Teams sind, im Vergleich zu anderen Ligen wie Italien, Balkan League, was gibt es da noch, polnische Liga, die Sache ist halt, es gibt immer so ein, zwei Top-Teams in jeder Region und danach bauen halt die anderen Teams ziemlich stark ab und ich denke halt, dass wir in den Play-Ins besonders eine gute Chance haben, weil es da halt auch so viel, ziemlich viele Seeds gibt, die nicht so gut performen. Ja, die Möglichkeit, dass man da halt auch mal einen Schwächeren erwischt, ist natürlich gegeben, ich denke aber trotzdem, ihr seid in einer sehr, sehr guten Position, das hat man gerade heute gesehen. Ja, das sehe ich auch. Genau deswegen, gerade auch über fünf Games in Folge halt so konstant gut zu spielen und diesen Call am Ende zu machen, halt nochmal confident reinzugehen, obwohl man behind ist, sind schon ziemlich gute Zeichen. Und an der Stelle wünsche ich natürlich auch viel Glück, logischerweise. Viel Erfolg vor allem. Aber ich bin ziemlich gehypt zu sehen, was ihr reißen könnt auf den European Masters. Wir geben unser Bestes, danke, danke. Das ist natürlich immer das Wichtigste. Ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend. Danke, dass ihr hier wart. Ich kann euch leider keinen Pokal geben, das funktioniert leider nicht im Internet, aber wir gucken, dass wir da irgendwas an der Stelle machen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Feiern, von mir auch. Alles klar, danke. Dankeschön, ciao. Haut rein. Tschüss. Ich habe Broken Shard gar nichts gefragt. Ja, wir fragen dich dann auf Englisch. Ich habe auch die ganze Zeit, aber dann hat Kanani am Ende noch quasi so ein bisschen die Gesicht der Coaches wiedergegeben. Und dann ist es halt die gleiche Frage, vielleicht nochmal stellen wäre dann vielleicht nicht optimal gewesen. Aber ich meine, ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Einblick bekommen. Wir hatten ja einige Antworten da von den Jungs. Und ich freue mich tatsächlich auch schon, wo du es gerade angesprochen hast, auf die EU Masters. Ich hoffe, SK macht uns da stolz. natürlich nicht alleine mit Weg zusammen. Es kann mich jetzt schon stolz gemacht, dadurch, dass sie einen Win mitgenommen haben. Klar, aber eben international dann. Wird gut. Gut, aber das heißt, kann ich es unterschreiben. Ja, wir sind für heute durch, heißt es aber auch. Sinleague-Finale ist vorbei, aber das heißt noch nicht, die Sinleague ist vorbei, denn erstens, wenn ihr ein Team habt, dann könnt ihr natürlich die kommenden Wochen noch die Playoffs spielen, aber es gibt auch noch die Relegationsspiele. Relegationsspiele. Ich wollte gerade Regional-Final sagen, das ergibt keinen Sinn. Relegationsspiele, und zwar ab morgen 15 Uhr mit, ihr seht es im Pausenskin, aber ich glaube, Helix gegen Unicorns. Ja, sollte. Und dann haben wir am nächsten Tag? Nee, danach im Anschluss haben wir noch OP Energy gegen IQ. Das heißt, ein paar alte Bekannte, ein paar neue eben aus der zweiten Division. Wird sehr interessant. Ich freue mich da schon sehr drauf, wieder mit uns morgen. Sehr bester Threes. Wird gut. Wird geil. Also seid dabei, wir verabschieden uns für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann bis morgen. Haut rein. Tschüss. Bye. Wiedersehen. Tschüss. are we in first Das war's.